Willkommen mal wieder zu meinem Ausfrauen-Stream. Es ist Wochenende. Das ist für mich schon seit dem Morgen und ich muss erst mal direkt ein Bäuche machen, klar. Jetzt ein Willkommensgruß. Jetzt kommt's Ruf. Es ist der neue Willkommensruf. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Schön eine Runde zocken. Einige von gestern haben sich ja schon angekündigt. Und die liebe Maus ist auch wieder mit dabei heute. Die ist gerade noch im Kaufrausch. Heute ist Black Friday. Es ist spannend. Ich bin mal gespannt, was ihr mir so berichtet, was ihr so shoppen wart. Bei mir sieht man's ja schon anhand des Streaming-Sales. Also ich hab nicht nur die Elgato gekauft jetzt, weil sie extrem günstig war, sondern auch noch was anderes. Aber ich glaub, das interessiert euch nicht so ganz. Madame Tutti hat heute zur Belohnung erstmal den Tierarzt aufgesucht. Der fand das natürlich nicht so prickelnd, ne? Aber muss sein, ne? Hm. So, wo ist mein Sound? Ja. Ja. Ich weiß mal nicht, ob ich so laut stellen soll, weil der Party-Chattern auslaut ist. Ja, 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 ja. Also es ist witzig, dass man von 0,02 auf 0,01 so einen immens großen Unterschied hat, wo ich mir immer denke, so, yay. Das stellen wir mal runter auf 40, weil das ging nämlich auch auf den Kacker, wenn die Leute immer so extrem laut sind und ich selber eigentlich gar nicht. Ja, das war klar, dass du jetzt rausgehen willst, ne? So, wir können auch gleich mal gucken, wer noch so kommt. Aber als erstes würde ich jetzt bevorzugen, mal wieder die V-Bugs-Mission zu machen. Ich denke mal, Cooldown ist noch nicht da raus, äh, aus, äh, an oder wie auch immer. Ja, äh, wir müssen aber erst mal den Hund rauslassen, die auch noch immer ein sexy Pflaster wieder heute umgekriegt hat, in Glitzer. Pink, Glitzer. Gab's letztes Mal schon mal, aber leider war meine Tierärztin nicht da. Leider, leider, leider. Daher durfte das die anderen machen, aber ich hab auch gleich gesagt, nee, kein Bock, ich komm dann nochmal in zwei Wochen wieder, wenn die andere wieder da ist. Ja, das nimmt sie mir jedes Mal persönlich, aber das juckt mich, ehrlich gesagt, so gar nicht. Also, ähm, das ist so wie Ärzte. Also, wenn man zwei Ärzte im Haus hat, heißt es nicht, dass beide scheiße sind, sondern es kann auch sein, dass nur einer scheiße ist und der andere gut. Das weiß man eben halt nicht. Na, Tudi, was machst du? Jessica macht auf jeden Fall Lärm hier. Ne? Wie sieht das hier wieder aus? Ja, wir wollen ja auch jetzt nicht aufräumen, weil es ist ein Grad draußen. Alter, ist das kalt hier bei uns. Ne, Mäuschen? Genau. So. Kann man das nicht vorm Stream erledigen? Ja, ihr habt recht, kann man. Aber es passiert ja immer was. Es passiert immer was. Die Couch ist jetzt auch wieder unordentlich. Tudi, Maus. So. Installiert werden wir dann jetzt mal versuchen zu zocken. Ha, ha, ha. So, da haben wir die erste Datenbeschaffung, Alter. Das ist Chilly Willy. Blitz in der Flasche mit dabei. Genau, ich brauche heute unbedingt Auge des Sturms. Das ist bei mir auch noch so ziemlich weit entfernt, dass ich habe nämlich gar nichts mehr. Ich habe letztens sogar geträumt, ich bin ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt, Level 121. Ich brauche natürlich noch immens viel Überlebenden-EP. Privat, wundervoll. Immens viel Überlebenden-EP. Ich hoffe, dass wir diese, ähm, dieses Wochenende auch wieder eine passende Mission dafür haben. Aber, äh, wenn ich da jetzt schon weiterkomme und bald gar nicht mehr so viel machen kann, dann kann ich mich endlich darauf fokussieren, auch mal die Helden hochzuleveln und die Waffen und so weiter und so fort. Viele machen das ja immer so parallel. Aber, äh, das, was ich für die Helden brauche, brauche ich auch für die Überlebenden außer die EP. Und insofern, natürlich level ich dann keine Helden, ne? Ist ja logisch. Genau. Der Wetterballon. Los, finden wir nicht die Landestände. Völlig außer Atem. Was ist das denn, die Richter? Hm, weg damit. So. 77er reicht. Gestern habe ich diese Knallfrosch oder was da auch immer war, habe ich hier abgegeben. Ah ja, nee, ist klar. Da ist wieder einer. Ah, ich habe gar nicht geguckt, was die Daily ist. Das sollte ich vielleicht auch nochmal tun, bevor wir weiter machen. Das wäre mal interessant. Alle zusammen. Ja, moin. Äh. Das sollte ich dann... Hallo, Judy, komm her. Das sollte ich dann auch mal spielen. Ah ja, okay. Äh, wenn noch keiner da ist, vor allen Dingen. Die mich dann stalken. Vielleicht haben wir ja Glück und, ähm, kriegen da nochmal was, ähm... Moin. Oh, die King. Vielleicht kriegen, äh, haben wir da noch ein bisschen Glück und kriegen da was auch mit Sturmschildverteilung, weil da gibt's ja immer Lamas, ne? Ich glaube, auf Boothall sollte ich das machen. Wenn ich die gequest habe, habe ich da nicht so Bock drauf, würde ich das ehrlich sagen. Aber für Sturmschildverteilung hätte ich Bock drauf, mit anderen zusammen zu machen. Schade, dass man das nicht einstellen kann. Das wäre mal richtig nice. Wenn man nur Bock hat, Sturmschildverteilung zu machen und anderen zu helfen, ist das wäre mal richtig nice, weil dann könnten wir dann so, ne? Komm her. Ja, was ist denn los? Ah, ja, ja. Soll ich euch mal zeigen? Ja, mal. Tutti, Tutti ist heute im Trend. Ich muss das Pflaster nachher auch nochmal abmachen, ne? Was ist denn da? Guck doch mal. Tutti hat ein pinkes Glitzerpflaster gekriegt. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich muss warten, ne? Das ist ja ein Wetterballon. Wie ich den herunterschießen kann. Hier brauche ich ja eh nichts Tolles machen. Ich kann gleich noch ein bisschen fahrige Farben, aber... Was kann man einstellen? Marlon. Erstmal hallo, sagt man, wenn man einkommt. Du alter Bauer. Ich habe aber jetzt gar nicht so... Backofarm. Das will ich uns echt gestehen. Nicht hier im Plank zumindest. Und full mit Mats bin ich auch. Ja, kann man das... Wie kann man das einstellen? Also jedes Mal sehe ich immer nur... Du hast getrunken, du sabberst. Ich sehe das immer nur, dass man das einstellen kann mit... Schnellspiel und Auftragsmodus, aber nicht... Was denkst du hier? Dass man nur Stummschimp machen will. Das muss man mal sagen. Moin, Hansa-Stream. Willkommen an die Norddeutschen hier. Heute macht Tudi auch instant mit. Tudi haut die Tasten auf den Controller. Was? Hier ist ein Spawn? Hier ist ein Spawn. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, ne? Nur einer? Geht auch nicht. Dann behalten wir den Teddy nochmal. Vielleicht sollte ich schon mal anfangen einzubauen. Holz, ne? Oh ja, genau. Hier ist die Macht wieder scheiße hier. Drückt falsche Tasten und so. Auf drei Upgraden. Rein tödlich aus lauter Langeweile kann man das mal machen, ne? Ach, mein Arbeitskollege. Der will ja Montag mitspielen bei Dead by Daylight. Hat ihm gesagt, adde mich, aber Jesse hat wieder nicht nachgedacht. Das geht ja gar nicht, weil ich das mit den FAs ausgeschaltet habe. Das kann ja gar nicht funktionieren. Hier sind ja auch ein Cowboy. Bad, Nebelmonster. Das ist ja mit Arbeit verbunden. Sie muss wieder zwei Glas Wein trinken, damit sie besser schießen kann. So fehlt sie wieder alles komplett. Ich gucke gleich, was sie geschrieben hat. Moment. Ganz kurz, die lästigen Biester hier. Enfernos. Nacktus. Ich habe den Laptop für mich gerade nicht auf den Schoß. Moin Nubi. Na Nubi. Warum Twitch und nicht YouTube? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Twitch ziemlich nice. Die Community ist richtig geil. Und darum, hallo Nubi. Nicht unhöflich werden. Ja, ich kann selber die Frage beantworten. Weiß nicht, auf YouTube hatte ich irgendwie, weiß nicht, nicht so Bock drauf. Ich habe gedacht, ich fange erst an mit Twitch und schaue mal, wie es läuft. Ja, und habe dann gedacht, ich gehe vielleicht irgendwann mal rüber zu YouTube, aber... Moment, muss ich sagen, gefällt mir die Twitch-Community echt geil. Die Streamer sind geil. Leute sind alle korrekt und so. Und läuft. Also läuft. Ich kann nicht sagen, dafür, dass ich ein... Irgendwie jetzt drei, vier... Nee, ein halbes Jahr dabei bin. Ja. Mir macht es einfach Spaß hier. Ich streame hier auch auf Spaß. Ich esse auch in meinem Stream, auch wenn das einige unhöflich finden. Aber gut. Was machst du denn, Hansa-Stream, ist die Frage. Weil im Moment sehe ich gerade... Du bist nicht so aktiv hier. Hallo. Was geht denn bei euch hier? Ah, nicht meine Hütte hier kaputt, ja? Sag mal, seit wann hört sich der Sturm so komisch an? Das scheppert ja irgendwie so eigenartig. Ah ja. Naja, dann Fabian. Schöne Grüße gehen raus. An die Umwelt. Raucher. Ja, Nubi. Ich habe mit Rocket auch gerade noch gequatscht. Jeder soll das machen, was er für richtig hält, wa? Also ich bin da eher so für die Leute, die sollen alle tun lassen, was sie wollen und sie sollen die Meinung anderer akzeptieren. Hansa, ist das vielleicht so eine indirekte Werbung gerade? Kannst du mir gern per Flüster mal deinen YouTube-Channel und dann schaue ich mal rein. Ah, okay. Die Libanesen-Fraktion. Wo bist du auch, Moody King? Komm mal rein. Ey, ich habe nur gefragt wegen hohen Norden und so. Du hast gefragt wegen Twitch und YouTube. Du hast gesagt, okay, ich bin YouTube-Streamer. Dann frage ich natürlich, ist ja wohl klar. Alles gut. Ich gucke mir aber nicht böse gemeint. Ich gucke mir das immer erst an, weil ich würde jetzt nicht jeden einfach so unterstützen. Guckst du gerade über Handy oder über Computer-Twitch? Achso, du spielst mit Freunden, okay. Anti-Made, Moody King. Weil es gibt da so ein kleines Symbol, da kannst du auf Handy, okay? Da muss ich selber mal gucken. Hä, ich weiß es jedes Mal nicht. Goldmaus kommt auch gleich nach Hause, die spielt auch gleich mit. Warte mal. Normalerweise musst du auf den Namen klicken und dann steht da, man kann auch flüstern. Und dann gucke ich mir den YouTube-Channel mal an und dann, nicht jetzt natürlich, mache ich dann für dich später mal Werbung. Wenn es mir gefällt natürlich. Das haben sie auf jeden Fall geändert. Was ist das? Guckt euch mal, dieser Blitz macht ein ganz komisches Geräusch, wenn es spawnt. Ist ja eigentlich so, in 30 Sekunden schießen wir runter. Weil ich kenne zum Beispiel einen auch, der Effe, mit dem, den kenne ich schon ziemlich lange. Der fängt an, langsam Videos zu schneiden und so weiter auf YouTube. Für den habe ich auch ein bisschen Werbung gemacht. Und sind zwar nicht doll, aber ist so eine Anfangsphase und ich finde es cool, dass er es macht. Und sowas unterstütze ich immer gerne. Elan und Arbeit reinsteckt, ne? Ne, ne? Was sagst du, Tutti? Ballon runterschießen? Ja, ne? Die Scar hat nur witzigerweise nicht so eine hohe Reichweite, finde ich. Oh, äh, 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 äh. Muss ich noch alleine hier spielen? Was ist denn hier los heute? Nein, er merkt cool Mausraum. Wieso hat es denn angefangen? So, als erstes setzen wir einen Teddy. Na, ich müsste eh nicht denn nachher noch genug. Ach, wisst ihr was? Ich könnte ja auch mal auf doof im Moment, ne? Äh, die kommen gerade von da. Aber setzen wir doch mal einen Verteiler her, hier, ne? Da hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Dann setzen wir mal einen Schläger hin. Der kann sich hier mit dem 72er-Schwert auch mal vernehmen. Ja, guck mal, funktioniert doch. Brauche ich weniger tun. Die tut ja nicht mal was. Oha, so, der wird halt auf den Schlag. Was ist denn hier los? Hallo? Ist die doof, Alter. Die haut die Dinger aber auch um, noch mit diesem Schwerte. Hallo? Ja, nach. Alter, die sind schneller als ich, ey. Ach, ach, wie man es. So. Und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen helfen. Teddy aufstellen. Hase hat 1000 Abonnenten. Ja, cool. Also, ich glaube, Fabian ist irgendwie komisch unterwegs, war, Fabian? Was stimmt mit dir eigentlich nicht? Haben wir irgendwie sexuellen Frust oder so? Da muss ich dir mal kurz einen Time outen, ne? Und dann sehen wir gut aus. Ähm. Hansa, das flüstern ist dafür da, dass du mir den Link schickst, weil Links sind hier nicht gestattet. Und ich habe keine Lust, das jetzt gerade alles wieder umzustellen. Weil ich ja nicht über Programme streame. Kämpf, Baby, kämpf. Für mich. Ja, genau. Also eigentlich müsste mein Verteidiger das doch auch mal alleine machen, oder was? Geht das, wenn du auf meinen Namen klickst, irgendwie? Kannst du auch gerne mal Instagram schreiben. Muss mir auch nicht followen. Ich habe ein öffentliches Profil. Da kann man auch hier Zeit Nachrichten schreiben. So, das ist jetzt mal nochmal eine Drohne. Jetzt ist der Spielsound aber doch ein bisschen laut. Ja. Das ist eine Nuance weniger und du hast gleich so einen heftigen Soundunterschied. Das ist so krass. Albern ist das. Danke, Typhoon. Na, was geht ab? Typhoon, noch schnell rein. Wie, Bugs? Oder bist du gar nicht zu Hause? Die Goldmaus ist unterwegs, übrigens. Black Friday Sachen kaufen hier. Bei Saturn ist sie los. Controller. Hülle gesichtet. Hülle gesichtet. Hülle gesichtet. Oh, die macht das schon gut. Äh, die ohne. Erstmal vor der Nieder habe ich auch gerade. Gerade geht es mal wieder. Penne. Penne. Gold und Solar, wie immer. Sie kann sich aber nicht um alle kümmern, ne? Wie immer, sag ich auch immer. Hier, sie kann nicht alle befriedigen. Ja, ich habe noch mal ein Mittagsschläfchen gemacht und so weiter. Ja, ich kann heute kein Wein trinken. Ich wollte noch mal eine Flasche leer machen, Mensch. Aber ich muss morgen zum Frühstück. Zu Ingrid. Ja, ich versprungen, ich komme vorbei. Also, morgen, vormittags, streamen erstmal nicht. Doch, allerdings bis 10 Uhr. Nee, gar nicht bis 9 Uhr hätte ich Zeit, wenn ich dann so früh aufstehe. Mal schauen. Döner, du wieder. Du musst als Türke auch nicht jedes Klischee erfüllen, ne? Taifung nicht. Komm, euch. Kämpf, kämpf. Ein Glas ist ein Glas. Bezug auf. Achso, Entschuldigung. Hansa streamen. Warte mal. Äh, wenn du noch da bist. Ich kann dir doch auch zuflüstern. Also, jetzt müssen... Ach, ich bin manchmal echt schwer vor den Griff. Oh, mein... Oh, mein... Warte mal, ich schreibe gleich meinen Instagram-Namen rein. Ach, fuck. Jetzt kommt noch so... Jetzt muss ich mal ganz kurz was tun. Jetzt hole ich die 106er raus, weil das geht mir sonst hier zu schnell. Die explodieren ja alles noch. Jetzt werden wir mal... Hallo! Könnt ihr doch nicht alle reinlaufen? Geh mal her da. So. Äh, so schnell. Haben wir noch nicht... Ah! Der Fetty, du. Haben wir nicht so... Ich schreibe gleich meinen Instagram-Namen. Also, meinen Instagram-Namen kann ich ja auch so sein. Der ist genauso wie in meinem Stream jessica-tutti. Das heißt, das gleiche. Aber ich habe dir mal eine Flüster-Nachricht geschrieben. Aber manchmal stehe ich sowas von auf dem Schlauch. Das ist unfassbar. Mein Gehirn ist schon weggeworfen bis Sonntag. Einschließlich. Da funktioniert gar nichts mehr. Alarm, Alarm. Ja, danke, Modikin. Alarm. Ja, ich sehe die Flüster-Nachricht. So ist es nicht. Oh, Tudi musst du hier furzen, oder was? Okay, Hansa-Stream 1-9-8-8. Gut. Ich werde gleich mal gucken nach der Mission. Auf die Schnelle. Lasse ich dir auch ein Abo da, natürlich. Oder auch nicht. Doch, machen wir mal. Damit ich das nicht vergesse auch, vor allen Dingen. Ach, Tudi, ey. Tudi lässt schon wieder Granaten los hier. Das ist ja unfassbar. Die wird schon wieder eingedieselt. Also, altes Feierabend. Ah, okay, gut. Ah, bist du... Warte mal, dann gucke ich mal ganz kurz. Oh, Edson, wenn du jetzt arbeiten musst... Ich habe irgendeinen Jan, der mich abonniert hat, aber nee, das bist du nicht. Manchmal wird mir das nicht angezeigt, warum auch immer. Ich auf meinem Kanal bin. Achso, hier bei Twitch meinst du? Wahrscheinlich eher. Ich bin heute überhaupt nicht multitaskingfähig. Was ist denn hier los? Ah, Hansa Stream. Folg dir jetzt auf Twitch. Vielen Dank dafür. Richtig. Das Herzchen ist richtig. Danke, Hansa Stream. So, gucken wir dann mal bei dir kurz. Auf YouTube. Oha. Also, damit machst du dich nicht gleich beliebt bei mir an erster Stelle. Abo traden. Mhm. Oh, ich weiß nicht, ob ich sowas unterstütze. Da muss ich erst mal gucken, auf deinem Kanal. Ich bin da... Abo traden. Ich bin davon kein Fan. Na, halt auch eine Facecam. Mhm. Siehst du, Onge... Taifun hat schon gleich geguckt. Ja, wie wäre es mal mit Sound aus? Ah, es stimmt auch über die Playstation. Elgato ist heute im Angebot bei Amazon. Ja, da muss ich mir, äh, muss ich mir erst mal angucken, das Profil, weil, also, von sowas bin ich nicht begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich da sehe, Abo traden. Nee. Nee, ist nicht so mein Fall. Da bin ich nicht für. Fürhür war's fürhür. Die Elgato, für mich? Ich hab's hier bestellt heute. Aber ich konnte's nicht lassen, ne? Das Streamdeck war auch noch im Angebot. 50 Euro weniger. Ja, da musste ich dann auch bestellen, ey. Mal wieder eben 230 Euro weg. Ja, moin. Yes, sie hat's ja, ne? Ja, also, die Elgato selber jetzt 129, wie gesagt, und der Streamdeck, äh, 99. Kannst du nicht sagen. Ich hab mir schon fast gedacht, dass die Elgato runter ist. Also, vor allen Dingen hab ich mir jetzt mal den Unterschied angeguckt zwischen der S und, ähm, der Nicht-S. Ich verschluck mich an dem Bäuerchen. Denk mich am Arsch. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass, äh, die... Normale S, ohne S, die hat USB 2.0 und die andere hat 3.0. Also, vor allen Dingen, der Brüller ist ja auch, dass die ohne, äh, 3.0 USB sogar teurer ist als die... Wird... Hm. Ich mein, USB 3.0 ist ja besser, natürlich. Also haben wir die bestellt. Ich hab gesehen, dass du noch andere Videos hast an der Stream, alles gut. Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit. Ich werd mir deinen Account ja auf jeden Fall nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Aber es ist halt kein Pluspunkt, wenn man da gleich sieht, Abo-Traden. Ist bei uns nicht so, in unserer Community nicht so schön. Aber, ähm, danke fürs Herzchen auf jeden Fall. Und ich schau auf jeden Fall bei dir rein. Und viel Spaß auf der Arbeit, leider. Wenn du leider arbeiten musst. Nein, Nudeln mit Ketchup. Nein, ganz so schlimm nicht. Aber, äh, hallo, ich hab Tierarzt auch wieder 130 Euro heute bezahlt, ne? Also ich mein, ich scheiß kein Geld. Also irgendwo geht das immer raus, geht das immer raus. Irgendwann muss es auch mal wieder reinkommen. Das ist halt das, ne? Ich hab's über Arbeitskollegen gestern, gestern, gestern gesagt. Alles gut, Hansa-Stream. Jeder muss selber wissen, wie er es macht. Du machst es ja auch schon seit Längerem. Da ist es dann ja wahrscheinlich auch in Ordnung. Ich mag nur keine, die einen neuen Account erstellen und Abo-Traden machen. Und dann gleich hier die ganzen Abos ranziehen und, ähm, sich dann YouTuber nennen. Weißt du, was ich mein? Bei dir ist es aber bestimmt ein bisschen was anderes, weil du hast deinen Kanal ja auch schon ein bisschen länger. So wie ich das, glaube ich, gesehen hab. Alles gut. Deswegen bin ich da auch nicht abgeneigt zu gucken, was für Videos du noch so anzeigst. Auf jeden Fall hab ich's zu meinem Arbeitskollegen, kennst du nicht, die billigste Variante ist Nudelnbraten mit, ähm, Paniermehl. Eventuell dann mit Ketchup. Das ist das billigste Essen. Vor allen Dingen, es schmeckt gar nicht so schlecht, bis auf, dass es ein bisschen trocken ist. Ein bisschen Butter vielleicht noch mit rein machen. Oh, Typhoon, komm mal mit rein, ey. Die nächste ist, liefere die Bombe ab. Dann hab ich ja gar keinen Bock drauf. Oder ich spiel mit Randoms. Nicht bei den ganzen Zuschauern, wo mir gestern Gamer King sich drum geprügelt, dass er mitspielen darf. Jetzt ist es wieder kein Online. Das ist jedes Mal so. Entweder sie prügeln sich, oder es ist keiner online. Oh, Eichspiel. Was zockt der da für eine Mission? Alter, 100, Vierer Kadui, Sturm. Eichspiel. Oh, scheiße, ich muss mit anderen zusammen auch noch spielen, ey. Das mach ich jetzt gleich mal. Oh, die geht nur noch eine Stunde, ne? Ich würd sagen, wenn da keiner mit reinjoint, dann spiel ich die jetzt. Dann spiel ich mit Randoms. Typhoon, komm, jetzt! Die geht nur noch eine Stunde. Die können wir noch zwei Mal machen. Alter, hau rein, die Hangentherr. Du weißt ganz genau, das gibt richtig viel Überlebenden in EP. Und die brauch ich. Ich kann sein, dass die, äh, Goldmars ja auch noch gleich kommt. Wenn wir Glück haben, bleibt die Mission und, ähm, Alter. Und das Wochenende wird mal richtig nice. Dann suchte ich die so hart durch diese Nacht. Guck mal. Dreimal, alter Schwine. Ich weiß halt nicht, wie lange Sakura braucht, Goldmaus. Weil sie ist ja beim Saturn gerade. Und da muss ich, äh, äh, ganz ehrlich sagen, scheiße, ich kurz auf die V-Bucks-Mission. Die kommen nachher auch noch wieder. Ah ja, er hat seinen In-Game-Namen geschrieben. Dann können wir ihn später adden. Ich guck mal, wen ich noch so zusammentreiben kann, wenn Goldmaus noch nicht da ist. Ah, Goldmaus ist da. Sehr schön. So, Typhoon, hau die Haken hinterher. Ist schneller. Ich muss auch manchmal im Stream noch essen. Hä, 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 hä. Sagen wir's. Also, wenn ein Spiel gleich fertig ist vielleicht. Ich kann ihn ja mal kurz einladen. Dann hat er bestimmt... Mh. Ah, die spielen alle auf einmal Kategorie 4 Sturm, ja? Ich lade ihn mal ein. Vielleicht kommt er in meinem Stream vorbei. Dann kann er auch noch mitspielen. So, Mr. Typhoon. Mr. Unge. Äh, Goldmaus kommt bestimmt auch, wenn sie das Spiel schon startet. Ist ja öffentlich. Alle können reinjoinen. Let's rock diese Mission. Zweimal mindestens. Gibt bestimmt über 100.000 überlebende EP. Deswegen müssen wir die mal kurz machen. Da, da könnt ihr alle wieder gehen. Na, Mensch, jetzt. Was schreiben die Leute dann da unten schon wieder in der Nachricht? Ich weiß nicht, ob das Flüstern ist oder nicht. Ich sehe das jedes Mal nicht. Mann, 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 ey. Was so was. Back file ist fast vorbei. Ja, das wissen wir auch. Aber wo bleibt mein Paket? Geil ist auch auf Amazon. So, sagen sie, ja, Paket heute bis 18.22 Uhr. Da habe ich gesagt, das ist eh schon unrealistisch. Und jetzt steht da Lieferung Montag. Alles klar. Auf P. Da ist er doch. Da ist er noch. Goldmauskampf bestimmt auch gleich. Was hast du denn? Siehst du? Haha! Döder! Döner! Ja, ach, Alzheimer. Ich würde scheitern. Was geht mit mir heute? Aha. So, wen können wir denn noch einladen? Beispiel ist bestimmt noch. Ja, der ist noch in der Mission. Ja, wollen wir dann einmal mit Random spielen, auf jeden Fall. War ist das genial. Okay, Sakura brauche ich nicht fragen. Ich liebe meinen neuen Controller-Glutchen ab. Ist das bezahlt? 40. Ich starte, ne? Heiß. Ja. Black Friday. 70 Euro, nur 40. Ah, das ist schon echt ein Schnapper. 40. 70. Nein, wenn du bei Saturn kaufst, dann kaufst du, zahlst du immer noch 69. Ich starte mal. Ich bin gespannt, wie der Random dann ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Und er ist nicht so ein Anti-Made. Und will die Mission crashen. Nein, ja. Also, ich mich selber über die Welt für die thankful, die Abschre submission. $%&%&%&%&%&&%&%&yen. $$%. das ist keiner kennt oder getrude ja wollen wir raus für game ach so ich habe es nicht gesehen ja kann man machen der stream hat sich wieder neu geladen gamer king das ist auch bald vorbei dieses lästige problem mit diesem scheiß team chat hier auf ja alles gut gehen wir wissen ja auch nicht was für ein random wir mit dabei haben insofern ich vergesse dass immer was von der will du bist weil ich kann kann ich mir auch nicht bei jedem merken das wäre zu viel dann kommt sie mal rein ich hätte alle wieder ein so sakura 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 moin gamer king gruppenfunktion eingeschränkt es gibt schon wieder probleme ah ja ich glaube das wird ab und zu eingeblendet so wie es gerade zufälligerweise ist super gamer king konstrukte ist ja auch nicht so schlecht dann verbinden wir alle atlase vielleicht haben wir auch mal glück und sie sind schön in der luft das ist doch super da hast du kein mikrofon dass du ins stream schreibst viele denken denken jetzt oder die zieht ihr einen zogen auch im anderen hier ich habe die ganzen tagen noch nicht wirklich geraucht so was geht wir haben einen in der luft sehr schön ich sehe schon muss in die höhe bauen um den atlas zu platzieren laut ich muss auch mal meine waffen wechseln ja moin ja 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 ich verstehe ich muss waffen wechseln okay gut was spielt man da noch mal für eine waffe ja du hast ein blut ich habe drei ja vielleicht erst mal bauen und gucken von wo sie kommt hier gamer king hat kein mikrofon ich habe keine naturwaffe soll ich dir eine geben 106er ist keine was ja sag mir was du für matt willst nee nee gar nichts 106er bräuchte nur bei 130ern wird kann ich trotzdem dir was geben wenn du willst nee quatsch eine woche sind eine woche oh jetzt wird man nicht so persönlich dankeschön ich habe einen tiger 82 82 wir sind hunderter mission naja was anderes habe ich nicht mit natur glattes gebe ich dir auch ach ich habe so viel schattel später ich gebe dir sonst ich gebe dir nur ähm glatte habe ich bei keine mehr ja kann ich dir auch ein paar geben sonst ja gib mal ein bisschen erdbeer hack erdbeer hack ja von erdbeer hack ne ähm ja da nimm die glatte reichen die naja klar ich habe mir auch gerade 140 gegeben nicht übertreiben ne 178 naja siehst du erdschlinder hat sich abgeräumt naja hätte ich das gewusst hätte ich nicht so viel gegeben haha spaß aber ich merke mir sowas haha jetzt habt ihr beide bei mir wieso holz bauen wir nicht aus stein ähm dings ja ich dachte weil ich hab dich moin eispiel ich hab dich gesehen wie äh du gerade in der mission warst und äh die ist klar dass man die durchsuchen muss kurz noch die letzte stunde wie geht's dir heute äh geht's dir wieder besser ich hab kurz mit ähm eispiel und typhus geredet in der party ähm der hat mit seinem neffen gespielt ah ok mit seinem neffen und typhus halt warte mal oh alter nervt doch nicht ihr hüllen ich muss ganz kurz äh waffe wechseln was hab ich denn hier nochmal nicht dass ich die falsch hier zum beispiel so ähm metall bauen eigentlich ach ja ok gut ich wieder komplett fail ja ich brauche auch ein bisschen äh ja game hacking ist wasser ist stark gegen äh stein und natur ist stark gegen metal mhm also baut man bei wasser mit metal und bei natur mit stein wo ist denn hier die hülle die ist innen drin eingebaut jetzt verstehe ich wenigstens was mein bruder meint mit der controller leuchtet bis vorne wie der leuchtet bis vorne wie der leuchtet bis vorne seit der generation leuchtet bis vorne ist das dein herz ach du musst mal ein foto schicken ist jetzt zwei verteidiger ja bitte man kann drei zusammen setzen der leuchtet doch völlig normal nein siehst du den blauen streifen nicht ja den hab ich auch ja du aber ich hatte es vor noch einen generation einser fässer ja moin ooooh ok gut das wusste ich nicht wo da der unterschied ist mein verteidiger wollte gerade raus rennen ja der arsch der arsch so wollen wir ein bisschen was bauen oder dem zufall alles überlassen ich weiß nicht ich will die mission nicht fehlen hier an die mitte ich lege mal das blue blue hier hin wo ist denn das hä ich habe runtergerutscht ich habe runtergerutscht ah ok auf der Seite ja ja also nichts bauen die kommen von Süden und Norden wieso ist das offen achso ich habe das wird was ich bin mal gespannt machen wir noch die Türe da weg ok Jessie Süden ja Sakura Norden und ich springe mal das ist auch nur ein Überlebender geil oh da kommen sie oh da gehts los ok äh genau Sakura so hat schon raus gut ich guck mal was im Norden abgeht fertig wow 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 jo moin das wars ich komme aber kein stress ich kann mich auf 118er gehen ne ja 118er ab ja jo wie siehts aus ich doch alles in Ordnung ok kommt nur 2er zur Marmer gerade schaffst du ne ja warum kommen die denn jetzt hier von hinten auch noch oh jetzt hat mir der GEMA meine Fasen geklaut na 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 hm 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 weißt du ne ne wir müssen den jetzt nochmal akni ja mama das wird gleich noch Alter lad doch mal nach das wird eindeutig zu hart das können wir knicken so kannst du vergessen das wird doch nie ohne was Ablass baut man eigentlich nicht, Ja doch bei Söhne D Angels. wir sind hier in der 100er mission Ja wenn wir das nochmal machen, dann bauen wir es nochmal machen? Ich glaube so ziemlich stark, dass wir es noch mal machen werden ihr seid ja jetzt schon alle tot Hallo? ja vor allem Zermalma..Welle, wie würdest du denn da gegen ansteuern? vor allen vielen seiten werde ich angehört ich habe hier eine mission interessant ich weiß gar nicht wo dein verteidiger gerade ist ich sehe deinen verteidiger nicht mehr ich glaube wer ist da ja macht man den scheiß jetzt werde ich sauer ja ich bin tot ich wollte gerade etwas zu machen also kommt keine panik ich bin schon da ich baue mal wieder zu es ist so eine scheiß verteidigung so dass man wieder alles zu bauen muss es keinen sinn hat du bist doch nicht mal bei meinem da ich komme doch gerade hier läuft ja alles durch ja moin wo bin ich ja das ist vergessen ist zu hart ja ist die frage bleiben wir jetzt hier ich habe da echt gesagt nicht so bock das ist zu stressig wir müssen es voll weit bauen also voll viel bauen ja eben ich würde sagen quittin quittin gilie ja komm ja das ist kein sinn nee sorry gamer king aber das ist da muss man schon glück haben und am besten zwei in der luft das könnten wir noch mal versuchen irgendwie ah sorry okay ja vielleicht kommst du später noch mal rein gamer king ich bin ja auf jeden fall länger heute da ich bin ja unentspannt unentspannt auf jeden fall hallo hallo ach interessant du wirst mir gar nicht angezeigt ok oh du bist unsichtbar ich bin der gärte der irgendwie hinterm beißt ne naja das ist einfach das ist schon der stresslevel pur 100er mission muss aber alle stark sein und ne das hat keinen sinn wenn taifun jetzt noch mal reinkommen würde dann lass uns lieber doch mal die wibachs mission spielen macht keinen sinn so ich nehme erst mal meine explosion entgegen doch ja was war das hier liefere die bombe ab haben wir einmal im brutal oh 21 speck der rest kann man wegschmeißen da jetzt wirst du mir erst mal was mit taifun ah neustart fehler ok ja dann kannst du ja gleich reinkommen lass uns keine zeit verlieren dann spielen wir jetzt hier die wibachs mission weil es geht ja nur noch 45 minuten wir hatten auch noch was war eine 88er war noch auch viel wachs ich hatte eigentlich irgendwie das gefühl wenn ich jetzt den neuen controller mit dem neuen spiel so neu aber er fühlt sich an wie der andere kein unterschied nur das nur das recht du ferkel weil du so oft hingeflogen bist ne wann bin ich voll lass uns diesen riss finden lass uns diesen riss finden aber wenigstens habe ich dann eine naturwaffe jetzt mal hier reicht dann doch wieder die 77er wir laden taifun gleich ein ich soll mir schon mal blut da haben wir auch schon vier stück dann können wir die schnell durchrushen dann schaffen wir noch eine du meinst jetzt wegen dem licht ne hier ist die storm chest ha 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 klaus noch grad im blutlo habe ich gesehen wollten dir eigentlich eher bringen das war ein scherz ach mensch oh tut die oh tut die uff oh alter aber noch schlimmer als alle anderen heute heftig danke ja ich lade von einer könne noch schnell ist sonst ist ja ekelhaft weil der toddy wie kannst du nur vor allem die geht auch noch nicht mal mehr weg jetzt die bleibt doch da normalerweise haut sie immer ab wenn sie furzt aber mittlerweile ist schon gewohnt die haut nicht mehr ab ärgerlich dass die 100er so hart ist aber vielleicht nach den wenn es neue missionen hergibt gibt es vielleicht auch wieder eine vierer mit dabei eine 88er wird ja noch gehen so die ist nicht ganz so hart so taifung gibt gummi fangt an ja okay gut und was flut So, wir müssen schnell den Riss finden, wegen dem Boni. Es ist komisch, dass es keiner kennt, so wirklich Paniermehl mit Nudeln. Nein, das ist klar auf die Schnitzel. Oh, hier ist noch eine Antenne. Wieso? Wozu so? Schnelles Essen für Mütter. Kein Bock haben zu kochen. Habt ihr den Riss? Ja. Okay, wunderbar, dann kann ich eben kurz noch die Antenne machen. Wie, wozu so? Wegen Geschmack auch. Teste das mal auch. Ein bisschen cremiger, klumpiger oder was? Ja, genau. So ungefähr. Den Riss haben wir, hast du aber noch nicht gefunden. Ja. Ja, ist in der Nähe. Ich hab noch zwei Minuten. Ich seh das. Ich stresse den Taifun nicht, der ist zu entspannt heute. So. Ich höre mal deine Fragen. Oida. Oida. Hau doch mal ab, ihr Höhlen, ey. Nervt mich. Okay, ist hier auch Waffenlager? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass heute irgendwie noch was passiert, wäre möglich, ne? Wo ist denn das Waffenlager? Mit einer Vierermission, meine ich. Wo ist denn das Waffenlager? Ja, hier. Ich seh den Riss nicht. Ich hab B, aber ich seh den Riss nicht. Ich seh, ich seh den Riss. Der Riss ist da ganz hinten, ich geh mal schnell hin. Ja, der ist genau dahinter. Oh, was ist das schon wieder für behinderter Weg? Kann man hier? Na, okay. Hm. Ich muss mal gucken, wo gehen wir überhaupt lang? Also hier können wir nicht runter. Oh, ich hab nicht verguckt. Ein wenig, ja. Doch, wir können hier ganz außen rum gehen, aber... Warte. Nee, auch hier ist kacke. Äh, hier auch. Ja, hier ist unten lang. Ja, ich würde sagen unten lang, weil hier ist ganz, ganz kacke. Ja, ich hab schon gesehen, wo ich lang kann. Hm. Ach, hier. Hast du kurz das Lager weg? Ja. Ich kann auch weiter bauen sonst. Ja, ich hab noch ein paar. Ach so, okay. Er hätte auch meine nehmen können. Er hätte auch meine nehmen können, aber... Uns will er ja nicht. Ich war ein Wehr. Ich war schon mal die Bombe kaputt gegangen und es... Nö. Ich muss in neue kommen. noch nie. Noch nie. Wieso, was passiert, ne? Keine Ahnung. Kommt in neue. Doch. Noch nie. Die rappelt doch mal so. Mach dir um die Bombe keine Sorgen. Wenn die kaputt geht, komm in neue. Ja, ist ja so auch. Nö. Keine Ahnung. Ich hab noch nie abgewartet, ob die Bombe kaputt geht. Ja. Er sitzt wieder drun. Hör auf zu furzen, Tudi. Mach jetzt nicht diesen, ey. Der sieht so süß aus und so, ne? Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der furzt. Im Moment aber richtig schlimm. Aber ihr Stuhlgang ist ganz normal. Ich versteh's auch nicht, ey. Kann nur so ne... Gibt's hier Bohnen zu essen, oder was? Ne. So Chili con carne? Dann kackt jemand. Ne, Chili con carne auch nicht. Erbseneintopf. Na, sie darf doch nix essen. Ups. Ihr kennt euch halt schon, Frau Lame, ne? Das ist wie in ner Beziehung, so. Anfangs geht man noch raus, auf dem Balkon oder sowas. Ne. Ich muss kurz frische Luft schnappen, weißt du? Davor ist man da und... Nein. Die Furzpause. Am Ende macht man Wettpups. Ne, das würde ich nie machen. Also ich würde nicht deswegen extra rausgehen. Ich sag gleich von Anfang an, was los ist. Ich bin ein Mensch. Du lässt halt gleich die Backen flattern. Richtig. Katzen aus. Ja, das ist genauso wie dieses, man macht sich noch ein bisschen hübsch und so fürs erste Date. Ja, okay, gut, das kann ich ja noch nachvollziehen, aber irgendwann... Pff, ich trage eh eigentlich selten Schminke. Ne. Das mach ich überhaupt gar nix, wie immer. Ich trage auch gar nicht. Ja, das war klar. Hör nicht aus. Hör nicht aus. Das ist ja auch sexuell, ne? Ne. Ich finde das auch voll hübsch. Echt. Ich sag mal so. Muss nichts sein. Ja, gut. Ist ja auch alles geschmackssah, ne? Ja. Wir haben es geschafft. Du musst schon zugeben, dass das unheimlich cool ist. Ja. Wir laufen die Abzugskneiden. Wir haben es geschafft. Du musst schon zugeben, dass das unheimlich cool ist. Ja. Wir laufen die Abzugskneiden. Wir laufen wieder. Ja? Wir haben jetzt schon in einen Fußdach, die hier... Ey, ich sammle die ganze Zeit schon ein und ein und ein, ne? Und nicht einmal irgendwie Rucksackplatzmangel... Das ist echt der Hammer... Ja, das ist cool. Ich achte da im Moment so gar nicht drauf, weil ich hab mir gedacht, auch wenn da irgendwann voll ist, dann kannst du ja mal anfangen auszusortieren. Gut, okay, die Einser-Materialien, die schmeiß ich nochmal weg, aber ansonsten, nö. Wie genial ist das an, bitte, mit dem neuen Controller. Das wird sie nicht vergessen heute Abend. Oh, 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 Jackpot, Digga, Jackpot. Was denn? Da war ein Faschen mit dabei, ich muss ja mal Alarm da rummachen. Mach doch schnell, ne, sei mal. Das Lama? Na, warte, ich komm. Drohnen sind sowieso draußen. Wenn der was braucht, genau, einfach rein. Da fragst du noch? Die Älster ist immer am Start. Ich muss irgendwie schauen, dass ich bei dem Computer irgendwie schaue, dass sich der Bildschirm schon noch nicht immer einstellt, dass jemand eine Ahnung, wie man das machen könnte. Ja, unter Windows-Einstellung, ne? Da gibt's Anzeige dann. Weißt du, das Betriebssystem hast du? Windows 10. Ich wollte gerade sagen, Windows wäre jetzt geil gewesen als Antwort. Es gibt doch Pro, Inox. Nein, aber Windows gibt's ja wohl ein paar mehr, ne? Außer Windows 95, hättest du ja auch sagen können. Ich hab noch kurz gewartet. Warte mal, ich guck mal ganz kurz nach. Aber das müsste eigentlich, wenn du unter den Einstellungen gehst, da gibt's, äh, warte mal bitte, System, glaub ich, war das. Oder, ne, äh, doch, Anzeige, glaub ich. Oder unter... Helligkeit und Farbe, blablabla, ihr könnt ja immer ganz kurz machen. Mehrere Bildschirme, nein, das ist das nicht. Personalisierung, da ist es. Und da siehst du, wenn du unter Personalisierung gehst, dann siehst du Hintergrund, Diashow, oder ein Bildintervall, oder Bildschirmschoner müsste dabei auch sein. Da kannst du das einstellen. Gut, werdet ihr mir merken. Das nervt mir nicht. Ich bin kurz, aber mir in Beidschau, und dann immer die Maus bewegen muss, damit der sich nicht immer aktiviert. Ja, ja, genau. Das ist wohl wahr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt neue Sounds, irgendwie. Und einen neuen Bug. Nee, doch nicht. Ja, vorhin, als ich gespielt habe, da war, ist doch immer dieser, sind da immer die Spawns gewesen. Und der Blitz, der eingeschlagen hat, der hat irgendwie einen anderen Sound gemacht als vorher. Das kenne ich so nicht. Hallo, wer macht denn hier immer das Bild weg? Unglaublich sexy. Das hatten wir so auch noch nicht. Also, ich noch nicht. Die waren im Bild. Ach, abgemahzt spielt Walking Dead. Wollte ich auch immer mal zuschauen, aber wir spielen ja jetzt gerade selbst, ne? So, was haben wir denn jetzt noch? Schaffen wir noch eine schnelle? Ja, wahrscheinlich. 45 Minuten. Ja, 29 Minuten. Also, wir könnten jetzt, so Plan A wäre, liefere die Bombe ab in der 88er. Könnten wir auch wieder schnell durchmachen. Danach könnten wir dann noch die letzte schaffen im Brutal. Weil das ist nicht, das ist nämlich eine Datenbeschaffung, wisst ihr ja selber, die geht ein bisschen länger. Na dann, ready go. Ja, warte, ich muss Lut einsammeln. Oh, ähnlich Auge des Sturms. Was habe ich gesagt? 88er. Ich hasse, liefere die Bombe ab. Da. Let's go. Geronimo. Da musst du die Pflaster mal irgendwann auch abmachen, ne? Tutti Maus. Tutti Flutti. Tutti. 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 Du kleine Arschbombe. Sehr gut. Na ja, gleich wieder die Persikalen. Ja. So, Snell, Snell. Hallo, Snell, lauf doch mal. Fräulein, laufen Sie? Snell, wir haben doch keine Zeit. Oh, hier ist eine Antenne. Und hier ist aber auch ein Lager. Ja, das... Ich sehe den Riss. Ja, kannst du schon mal anfangen? Pass auf, oder? Nee. Nö. Was wollte ich? Hey. Komm mal schnell zu mir. Moment. Oh. Wir können gerade irgendwie nicht. Ja, wir können gerade irgendwie nicht. Ich muss mal kurz ein Teller setzen. Und hier ist noch ein Lager. Nee, wir wollen hier ein Lager mit, äh... Denkst du es? Ja, okay. Ich hab gesagt, dass da ein Lager ist, aber nö. Hört ja kein Lager. Ich hab mal in eine Drohne gesetzt. Wegen dem Lager. Weil neben der Antenne war ein Lager. Ach, da ist doch ein Lager. Ach, scheiße. Jetzt hab ich die Drohne gesetzt. Wurde fehl. War das das? Nee, daneben war noch eins. Äh, wo? Dann hab ich das bestimmt nicht gekriegt. Äh, wo ist jetzt... Das Waffenlager ist jetzt in Betrieb. Füge zum Herstellen einer ersten Box und Blue-Glow hinzu. Jesse, halt dich mal. Ja? Wo? Bist du? Nee, da halt du dich selber. Ach, Quatsch. Es geht gleich wieder. Alles Juti. Wir fangen ja noch nicht direkt an. Ich hab vier Blue-Glow. Achso, ich hab null eingesammelt. Wo? Wo bist du denn? Äh. Ich muss mich suchen. Achso. Hilfe, Hilfe, ich hör dich, aber ich seh dich nicht. Digga, wo bist du denn, Digga? Ach, da bist du P. Heil dich selber, damit die Heilung wieder sich... Ja, oh mein Gott. Du stehst dich hoch an, Opa. Ich hör dich, ich seh sie aber nicht. Auf der Karte? Die Tussi, die was schreit. Hilfe, ich brauch... Ja, ja, ja. Auf der Karte? Deswegen frei. Guckst du jetzt wegen dem Weg? Da muss man, glaube ich, ganz kurz das Türmchen hier aufnehmen. Weil hier ein Fluss ist. Ja, normal. Ja, ich brauch gleich wieder Heilung, glaube ich. Entschuldigung. Verbinde das Waffenlager mit dem Werfer, soweit du bereit bist. Ja, moin. Okay, ich verteidige doch nicht hier. Och nee, es gibt's doch nicht. Was denn? Arsch mit Ohren. Artenleuchtet du jetzt anfangen zu bohren. Wenn der Nachbar jetzt wirklich da jetzt anfängt rumzubohren, dann kriegt er aber eine Nackenschelle von mir. Ich höre den gar nicht. Den Bohrer. Du nicht, ich schon. Soll ich dir mal eine Schiene geben? Mach auf die Kippen, Harakiri. Du musst ja... Du hast Langeweile, okay. Harakiri? Bob der Baumeister. Bob der Baumeister, ja. Nehmen wir das. Nehmen wir auch. Ich hab gerade gegessen, ich bin schon so voll. Oh, schön. Ein Zeh. Wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Safe zu holen? Geht safe. Geht safe? Lama geht safe. Nein! What a... What a fuck? Fuck! Ich wollte das gar nicht setzen. Scheiße, ich wollte gerade Teddy setzen und hab vorher das Lama genommen. Ja, moin. Oh, die Älse. Ja, ja. Alles gut. Kannst fallen. Ne, eins. Eins. Du darfst. Kennt ihr noch die Werbung von du darfst? Du darfst. Hast du Butter oder nicht? Ah, ey. Mach mich runterzuschutzen. Ich geh jetzt jetzt runter. Dicken Popo. Muss ja auch erstmal die Humorinensalbe rausholen. Ja, tut immer noch. Mh, lecker. Krass, ey. Von allen vier Seiten. Das ist die ganze Zeit angeschaut. Ja, wer das kennt, ist haben wir einmal Welle gewesen, aber ey man, das ist zu hart. Also alle Welle, alles. Ja, alles. Alles auf einen Schlag. Nein, und dann noch so unübersichtlich. Da hättest du richtig fett bauen müssen. Aber so richtig fett. Naja, das bockt nicht. Nicht für den Preis. Ich wollte gerade sagen, haben wir wieder die Missions-Bug, wo keine Höhlen kommen. Auch gut. Oha? Weiß Bescheid. Ich will es aber nicht. Oh. Ey. Oh, sorry. Was? Er hat mir Blümchen hingeschnitten. Nein, ich weiß. Aber ich musste mal ganz kurz nur Rücksicht nehmen. Alles rauslassen, was ist denn mitgezahlt? Ah ja, ist immer die Cola, ne? Cola, dann die Nudeln, die liegen schwer im Magen. Ich habe noch nicht mal alles aufgegessen. Ich wollte gerade sagen, wollen wir schon mal B einbauen? Einer bleibt bei der Bombe. Aber alle gehen zu B. Macht nix. Gar kein Problem. Gut, dann bauchst du einem eben ein, wir bleiben bei der Bombe. Ja, mach das ruhig. Wird sowieso interessant, von wo sie hier kommen. Halleluja, Halleluja. Ich habe gerade gelesen. Es ist ein Arke... 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 Telly Family. Ist auch Platz eins. Deutschland. Hau ab. Alter. Hat er gerade müde... Hat er gerade müde gesagt, Kelly... Also ich habe gedacht, Michael Wendler. Warte mal, ich will mal nur... Wo spawnen die dann oben? Immer dann, wenn man nachladen muss, ne? Oh ja, ich sehe gerade den Turm. Ja, du machst das schon. Ich brauche Gasfallen, oder was? Beim Spawn. Ach nein, nicht zu viele. Nein. Da ist ein großer Safe. Ja, warte. Halt sie vom Leib. Hä? Die Bösewichte. Moment, warum? Ja, Moment. Zwei Sekündchen, lass mich doch eben kurz zu Ende bauen hier. So, wenn das nicht reicht, dann können wir immer noch bauen. Juten Tag. Kommen Sie an in den Turm der guten Aussicht. Naja. Sehr schön. Das heißt nichts. Auf jeden. Gut, dass ich draufgegangen bin. Braucht noch jemand hier? Ich muss mich mal konstruieren, glaube ich. Schon mit der Harakiri gemacht. Oh, scheiße, ich habe eine Drohne gesetzt. Wir müssen anfangen. Nee. Doch. Nee. Ich bin auch ein Verteidiger. Nee. Hat sie nicht gemacht. Komm, hau rein da in die Tassen. Du kannst ja ein Verteidiger setzen noch. Ja, das setz ich doch. Warum eigentlich immer du? Ja, weil ihr habt... Ich habe ja auch nicht speziell jemanden darauf angesprochen gerade. So. Oh, Schattenspilter. Ja, ich komme. Nehme ich dann doch auch mal mit. Oh, Platte. Nein. Scheiße. Er ist schnell mal wieder abgehauen. Nein. Nein. Ey, Jabb, mach was gut bei mir. Wollt ihr eine Wasserpistole von mir? Eine Wasserpistole? Aus Plastik. Wieso... Wieso haben wir denn was gut? Hä? Was habe ich verpasst? Wenn wir genug Platte, die die eben haben. Will ich auch mal meinen, ne? Ah, jetzt bin ich runterguckt. Aber Eis. Der, ähm, Dings. Boss. Ich komme gleich. Ich muss nur infos. Du musst nur noch gepustet werden. Äh, ich komme. Ich komme dann, wenn's... Oh, nice. Dankeschön. Ja, Wasserpistole. Hilfe. Ganz kurz hier hoch. Helligschleiderer! Ich bewahre die noch auf. Ich spiele die dann später. Das mal spiele ich noch mal eine Energiewaffe zu Ende. Die Argon. Die muss auch mal langsam weg. Was haben wir jetzt? Was haben wir das? Was? Fuck. Was? Diese Weiterentwicklungsdings von der Sechserkiste hängen noch in der Luft bei mir. Ja, dann bau dich schnell nach oben. Ja, ist okay. Wie ist der weg? Ja, dann bau den... Bau dich doch nach oben und hol dir den. Datenbeschaffung 46er haben wir als nächstes aus. Ja, ich hab den weggebaut. Ja, ich. Weil der nicht genervt hat. Das war jetzt hier... Ich wusste es ja nicht. Ich sehe den ja auch nicht mehr. Da ist jetzt noch mal eine Drohne hier. So. Läuft doch alles von alleine. Ja, es läuft. 15 Minuten haben wir noch. Das heißt, siehst du, guck mal, das schaffen wir locker jetzt gleich noch die andere Mission. Chili-Willy. Oh, guck mal, da hinten ist der Sturmstest. Ah, schade, ich hab keine Drohne. Ich kann die schaffen. Ja, dann hau rein. Haut rein. Also ich hab keine... Weder eine Drohne noch. Äh... Ich hab einen Teddy. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Oh, Alter, ein bisschen in die Luft gesprengt, die Arschwecher. Obwohl, ein bisschen geil bin ich auch auf den Nut. 41, 42, 43, 47, 49, komm. Ich kriege... Ah, ha, 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 ha. Geil. Hätte ja klappen können, ne? Haben wir auch nicht dran gedacht, sie zu machen, ne? Hm, hm, also ich hab nicht dran gedacht. Dieses Warten auf Belohnung, ey, da machen wir mal Angst. Dann denke ich mal, gleich backt das wieder. Ich hab's lange nicht gehabt. Ja, doch, ich hab's gestern oder vorgestern. Ich hab's auf jeden Fall oft gehabt, schon in der letzten Zeit. Da waren alle schon draußen, nur ich nicht. Hahaha. Wenn man davon redet. Ja, wollt grad sagen, wenn man davon redet, ey. Schau... Schau mal trotzdem. Schau mal schreit. Schwein, ja. Und wir sind dichter dran. Und bei dem ich rot bin, macht heute 30 Stunden... Mh. Moment, damit du einen Grund hast, dass ich... Häftig. Ich tue dir mal das Pflaster wegschneiden. Ja, warum sagst du immer, bei dem nennen noch ruhig Namen? Wer war denn das nochmal? Hey. Da muss ich mir mal aufschreiben, ich muss mal gucken. Oh, dir hat das Pflaster auch so eng herangemacht, tut er? Ich hab, ähm... Ich hab mal das in Ordnung von dem. Ach, da kannst du draufkicken. Ja. Och, mein armes Hündchen, och mein armes Mäuschen, ja. Ich mach das Pflaster weg. Hauptsache, ich schneid den nicht gleich in die Haut. Dann ist das Gequieke groß auf jeden Fall. Och mein Mäuschen. Ist ein tapferes Mäuschen, ne? Ja. So ist Feini, ne? Ja, guck mal. So ist Feini. Guck da. Hat noch nicht mal doll geblutet. Da ist das Pflasterchen. Ähm, nein, wir haben Blut abgenommen. Für die Leberwerte. Ich klicke mal drauf. Geht nicht, oder? Nein. Geht nicht. Heute drehen wir durch. Heute drehen wir durch. Oh, mein Feines. Seid ihr noch alle da? Ja. Habt ihr geschmissen? Ja, hab ich gesehen. Moment, keine Zeit. Moment, keine Zeit. Aber es ist gut. Ja, genau. Danke, Wolffi, für deinen Host, Mensch. Wolffi, hast du Bock auf eine Runde Juvacs hier? Schnell! Äh, warte, bin ich jetzt falsch? Nee, bin richtig. Privat. Ja. Ein schöner Hund, Wuff. Meinst du Tutti? Hey, ich guck dann später mal. Nee, sorry. Okay. Hier. Das ist die Beste. Nee, hätte ja sein können. Ich nehm ja auch gerne dann Leute mit. Auf die schnelle Welle. Ah, jetzt ist mein Hub runtergefallen. Ah. 30 Stunden Stream, das ist heftig. Tutti ist ein Unikat, ja. Da gibt's keine Möpse, Typhoon. Wenn hier irgendwelche Geräusche sind, dann find ich das immer höchstverdächtig. Der Wolffi, da schaut er wieder vorbei. Zwei Möpse nebeneinander. Das fand ich ja mal so witzig bei Jack Daniels. Hatte gestreamt. Da hatte gesagt, ich bin mal kurz AFK. Hat dann ein Bild eingeblendet und dann ist er kurz wieder reingekommen. Der seufzt ja auch immer während des Streams, ey. Eigentlich bin ich ja gegen den Haufen, ne. Aber er ist echt lustig. Hat dann ein Bild mit einer Frau eingeblendet mit zwei Möpsen vor der Brust. Und hat dann immer mit dem Finger so gekratzt. Witzig. Haha, das ist echt lustig. Was man so alles machen kann, ne. Deswegen warte ich auf meinen Elgato. Hehe. Uh, das ist eine Antenne. Nehmen wir mit. Ah ja, ich muss ja mal wieder Sniper-Money produzieren. Das fällt mir auch grad mal so früh ein. Ne, meine haben gar nicht so viel verschossen. Ne, aber ich hatte gestern noch, äh, wem Sniper-Money gegeben. Oder Sakura, glaub ich, ne. Nö. Ne. Die hab ich selbst produziert. Irgendwem hatte ich, der hatte einen Sniper gesetzt und wem hatte ich dann noch Sniper... Ah, Dollar war das, glaub ich. Hm. Hm. Er hatte gesagt, er hatte keine. Der 16-Jährige, der klingt ein 30-Jähriger. Stormtress. Ah, warte mal, lass... Ja, genau, Stormtress. Und gleich. Lass mich mal am Verteidiger setzen jetzt. Wir haben ja noch einen Platz übrig. Ja, mach. Ja, aber ich hab nämlich noch den, den Schläger, der hat vorhin voll weggerissen. Mit dem dreien... Weißt du das? Ach, da war doch nicht schlecht, oder? Ja. Völlig gelangt. Hä? Ach, da drüben. Ich wollte grad sagen, ich seh euren Namen nicht. Ne, ich hab's da grad hin. Im Süden. Südwesten. Ich hopse. Ich hopse. Ich hopse. Ich hopse. Wir müssen dann noch einen Lama fertig machen. Ja, da können wir dann ja vorher machen. Schau mal da unten, was wir machen. Schau mal da unten, was wir machen. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ja, wie heiß wir damals drauf waren, ne? Mhm. Und jetzt? Puh! Jetzt haben wir immer noch genug von dem Zeug. Ach, ich hab genug Snipermonie. Interessant. Das weiß ich gar nicht. Ah, da wird ja eh nichts dolles rauskommen aus dem Lama. Deine Arsche. Nein. Ist das jetzt... Ist das jetzt Taktik, oder was? Ja. Meins! Zu tun, als ob man jetzt weiterhaut und eigentlich ist es schon längst vorbei? Ah, mit Sakura echt. Die wohl vielleicht auch ein bisschen Loot haben. Nein. Nein, nein. 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 Mach mal ein Foto. Foto. Meine Cousins. Meine Cousins. Ja, wir hatten aber doch schon mal Cousins, genau. Wir hatten doch schon mal die Gang. Sogar zu viert. Die Cousins. Die Cousins. Ja. Ja, super. Ja, ich muss erst mal einen Verteidiger aufbauen jetzt hier. Jans wichtig. Wo kommen sie hin? Von da. Okay. Ach so, ja, Verteidigerposten wollte ich noch ein paar bauen. Gar keine mehr. Ne? Wo geht jetzt die Lupe? Alter, ich will gar keinen Speck mehr. Wer hat mich schon wieder ausgebeutet. Ne, alles gut. Ich habe jetzt noch für hier. Reicht das jetzt gerade noch? Ich meinte so generell. Ich habe generell noch Speck. Willst du haben? Ein Stack? Wart, so viel hast du? Ja, wenn du so viel übrig hast, dann gerne. Oh, da hast du ein Überleben, ne? Dankeschön. Nein, auch. Ach so, okay, alles klar. Ist ja gut, ist ja gut. Geht ja schon. Meiner. Meiner. So, hier. Jetzt kommt die Schlägerin. Die schluckt alles um. Was mit dem Reisekoffer hier? Wer will verreisen? Ab in den Süden. Ein Arsch erzählt. Sollen wir jetzt nochmal für dich nach dem Lama suchen, Sakura? Wir haben ja noch Zeit. Nö. Ich weiß, wo ein Lama ist. Ja, siehst du, guck mal. Dann geh mit deinem Gatten zum Lama. Komm. Komm. Boot, boot, boot. Das ist ein... Komplett fail. Hier in der Nähe, wo er ist? Oh, doch. Hat er? Oh, doch, wieder Teddyfragment. Was? Hallo. Sind wir jetzt alleine? Wollen wir es hier machen? Oder hier? In der freien Natur. Ist ja kein Bett. Nee. Ist kein Bett. Ich habe so eine Hütte gefunden, weißt du? Ach so. Auf dem Schläfchen wollte ich jetzt da nicht in die Hütte rein. Schläfchen vor allen Dingen. Das ist ja nett ausgedrückt. Oder hier hinten auf dem Pick-up. Bang, bang, bangli, bang. Bang, bang, bang. Ach, ihr? Ich glaube, Sakura ist nicht so für Outdoor-Sex. Hier im Busch, guck mal. Hier im Busch? Also bei Pixi. Ich bin das mit. Raid? Hey, du faule Hilfbogen. Hä? Ich dachte, Sakura sollte einen Lama kriegen. Ja, das Zeug innen drin kriegt, kann der haben. Ich habe einen Agnes holt. Prügelt euch. Oder hier. Was? Wir wollen es auf der Bank treiben? Hey, hey, hey. Nee, ist kaputt gemacht schon. Ich will nicht, dass sie es vor mir treibt. Hallo? Ich nehme da mal den Rass. Dann hier hin. Weil, ähm... Nee, da kriege ich Augenblindheit. Ich hole es mal raus. Ich habe es rausgeholt. Guck mal hier. Was, die Bazooka? Pimmeln hier nicht. Das ist immer eine komische Eichel, ne? Ja. Ich finde, das Wort finde ich schon widerlich. Ich habe zwei mit drauf. Das finde ich so widerlich, das Wort Eichel, ey. Danke, King Sorax. Danke, Marlon. Wie habe ich, äh, das verdient? Oh, diesmal bin ich die Erste hier. Gönnerhaft. Dankeschön. Habe ich den ganzen Müll auch noch mit aufgenommen? Macht nix. Apropos Müll, muss ich gleich schauen. Ah, nur, nur weil du zum Essen musst? Du kannst auch gerne mal so vorbeischauen, King Sorax. Was spielst du denn? Guten Appetit. Ey! Was? Wom, den Müll, ey. Hallo. Das kann ich ja auch. Hier, bitteschön. Das ist halt Müll. Na, ich erinnere mal versehentlich durch. Dankeschön, King Sorax. Ja, das ist klar, dass du am Stream bist. Denke ich mal, ja. Das ist logisch, ne? Aber rette die Welt oder, äh, Battle Royale. Ich habe Müll für dich. Lass dir auch einen Follow da. Nein, hau ab. Dankeschön. Moment. Ey, hau ab. Okay, dann gehe ich halt. Daytime. Hallo. Ich rede von, nicht von dir. Ah, seit 2016. Okay, ich muss mal kurz auf seine Seite gehen. Und ein Follow da lassen. Danke fürs Reden. Wieso schaut deine Verteidigung eigentlich gegen ihr Felsen? Da gibt es eigentlich einen... Oh, dann sieht sie wieder irgendjemanden. So, hat man ein Follow da gelassen. Ja, gerne, King Sorax. Na, logisch. Gibt es ein Follow? Ist ja wohl klar. Selbstverständlich. Und danke, Marlon. Du Arsch. Ne. Ich weiß nicht, was er jetzt wieder will. Marlon? Machst du das, weil ich keine Freunde habe? Hau mal ab mit eure Müllbombardierung hier. Dann latschen wir gleich wieder durch. Ein bisschen Speck wollte ich dir eigentlich noch geben. Danke, Marlon. Ein bisschen Speck für dich. Achso. Oh, danke schön. Danke, danke. Was hast du mir jetzt gegeben? Ein noch für dich Speck. Danke. Jessica, sag, woher kommt mal her? Ne, hör auf, deine komischen Sachen rauszuholen. Aber nicht durchlaufen. Komm runter. Ganz vorsichtig. Wo denn? Hier. Ich will nicht in den Busch. Ich seh nichts. Ach da. Komm da runter. Ich seh nichts. Sehr gemütlich gemacht. Das ist ja. Schön mit Kübchen. Ne, danke. Du hast du schön gemacht. Warum baut dir Stein, Alter? Na ja, das ist nicht hier. Komm, Mars, ja. So, Schlägerin, hau rein. Da kommt sie wahrscheinlich eh nicht zu. Wo ist sie denn überhaupt? Ach, da. Ich schaue immer noch gegen den Felsen. Ne, sie läuft hin und her. Warte. Die ist hot. Die ist hot. Hot in here. Ach, Marlon. Wie konnte das passieren? Weißt du, wem das noch passiert ist? Ich nenne jetzt aber keine Namen. Aber du weißt, wer. Die Person kennst du. Marlon, das tut mir leid für dich. Was zockst du jetzt? Alter, wie der hier war, das wäre kaut. 23. Ey, aber gegen den Kühlschrank kommt die nicht an. Ne, ja. Aber ansonsten ist sie eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Auf diesem Level mit der Waffe. Kann man nicht sagen, ey. Läuft. Ne, nicht King White, Marlon. Er spielt zwar nicht mit, aber er hat keinen Bock im Moment auf das Game. Geh doch mal drauf. Auf die Cowboys hat er keine Lust, ey. Da haut die ab. Sie. Ne, guck, da ist hier einer unter der Dings gewesen. Deswegen ist sie abgehauen. Sie, ja. Sie. Allah, ich bin zu schwer. Ob. Hat sie? Ne, die hat doch eine Mütze auf oder nicht, ne? Ist das so ein Bob? Ah ja, ehrlich? Was? Ich hatte doch vorhin so eine Militärfrau. Ach, ist ein Bob? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Sakura hat Langeweile. Pack den Edelwerfer raus. Da packe ich mal meine Drohne raus. Ja, aber wenn du von Fortnite komplett gebannt wurdest, dann, äh, dann ist der zweite AC doch auch komplett egal, oder nicht? Okay. Ach, Typhoon. Das machen mal die Random-Salers, ne? Auch zu übel. Ja, ich weiß. Das machen auch manche Mitspieler hier. Ich nenn mal keine Namen. Wann gehst du mir jetzt damit auf den Sack? Ich rede nicht von dir. Ah, Death Time. Bist du auch von King Soratz? Weil du warst ja vorher schon bei mir im Stream mal gewesen. Das wollte ich noch fragen. Ja, ich weiß, dass du nicht 23 bist. Das weiß ich doch mal, Aron. Scheiße. Das ist so ein Kampfstab. Stöhnen. Stöhnen. Datei erfolgreich abgerufen. Ah, okay, Death Time. Okay, hab mich schon gewundert. Stammgast. Wie sich das anhört. Ey, jedes Mal frage ich dich, Typhoon, willst du ein paar Fässer haben? Nein, sagt immer nein. Ich seh doch, dass du sie produzierst. Ich kann dir doch welche geben. Ich hab mehr als genug. Brauchst du nicht? Hör mal auf jetzt. Ja, die kosten ja nichts. Hier. Wenn ich sie brauche, dann... Ja, nimm doch. Ist das die Hexer? Ja, ne? Ne, ist das... Ist das die Hexer oder nein? Doch, ja, ja, ja. Doch, ja, okay. Die Hexer bringt, wo ich fast eine Verteidiger rum. Hallo. Ist einer von meinen beiden. Ist 82. Ist... Lotzig. Ah, okay, gut. Tschüss, Marlon. Bis demnächst mal wieder. Schlamalon ist die erste blockierte Person auf WhatsApp, mit der ich noch Kontakt habe hier über den Stream. Ja, ich bin schon am draufhauen hier. Der nervt. Ach, keine Phasing. Was für ein Elend. Ähm. Ja. Was? War an der Phasige und ich habe sie nicht gesehen? Das glaube ich nicht. Ah. Ich komme hier nicht um den Turm rauf. Ich habe schon welche da hinten eingesammelt. Da liegen noch noch Phasige. Ja, genau, da liegen noch welche. Schnell, bevor sie weg sind. Ihr wollt mich verarschen. Nein. Hä? Warum nimmt sie keiner? Nehmt sie mir. Was ist mit euch los? So macht das keinen Spaß. Hallo? Ist ein Wettkampf hier. So geht das nicht, ey. Ist ja langweilig. Wenn ihr mir die jetzt schenkt, dann will ich sie nicht haben. Werdan. Zu spät. Warte mal. Wie? Du hast sie auch bekommen? Sie sehen gut aus. Hä? Ja, welche hingelegt. Ich habe sie genommen. Er hat noch welche hingelegt. Achso, ich wollte gerade sagen, das kann nicht der Loot sein. Doch, ich habe welche aufgehoben. Ein Typhoon, wie der uns verarscht. Aber richtig. Erst mal Nudeln jetzt. Typhoon, so geht das nicht. Guck mal, er droppt schon wieder welche. Nee. Ich habe es gesehen. Ich nehme sie. Ist mir scheißegal jetzt. Malon guckt auch immer fleißig in meine Insta-Story. Der Gauner. Ich bin überhaupt nicht bei Insta. Ich finde Insta ganz cool. Ich hasse nur Facebook. Facebook ist... Ich wollte einkaufen. Soll ich mir lieber dieses Kleid holen oder was? Hallo, darum geht es doch nicht bei Insta. Nicht nur. Aber schließlich. Es kommt darauf an, welche Seite du likest und so. Ja, meine ich doch. Und das ist ein blaues Speer auf 73 oder was war das? Also langt irgendwie völlig. Ich hatte vorhin eine Anzeige. Ein Ausrufezeichen. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich habe Missionen mit anderen zusammenspielen heute. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir... Lass uns Datenbeschaffung... Obwohl, irgendwann ist der Cooldown auch da, ne? Warte mal. Ich guck mal erst nach den Home-Mission. Oh, links ist ja gar nicht so mein Fall hier. Mit links. Alles mit links. Nee, nicht alles mit links. Ich habe mit links auch schon lange nicht mehr gestrichen. Wo ist mein Hund eigentlich schon wieder hin? Ja, pupsen, genau. Heute mal die erste Nacht ohne Pampers mal wieder ausprobieren. Habe ich zu Sakura schon vorhin gesagt. Mal gucken, ob es klappt. Die schon eine Woche eigentlich nicht reingemacht hat. 52er, zweier Kategorie. Gibt's eine Wiebachsmusse? Oh Schwarz, wo bist du denn hin? Wir sind ins Bett gegangen, oder? 17.35 Uhr schon. Hier zum Thema eklig. Ich habe meine Haare nicht gewaschen. Thema Hymorin. Also ich bin auch nicht besser. Ich schwein. Großes. Hallo, seid ihr noch alle da? Ja, ich weiß. Ich fühle gerade hier meinen Dampfer mit. Ja, sollte ich auch gleich mal machen. Irgendwann demnächst. Aha. Beustenbeere. Was für eine Beere? Beusten. Keine Ahnung. Okay. Ah. Hallo, Mäuschen. Na? Was machst du? Was los? Wo warst du denn? Wir haben Haare schneiden am Wochenende. Mal wieder Zeit hier. Eigentlich hast du einen Knochen verdient. Ja, aber jetzt willst du erst mal wieder raus, ne? War klar. Schweinehund. Dankeschön. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Das war die Kamera. Die hat Erdbeben. Die Kamera hat Erdbeben. Ich gebe dir gleich mal ein Knochenhaus. Du verdient heute nach dem Stress. Autowaschanlage magst du nicht. Tierarzt magst du nicht. Mein feines Mäuschen, ne? Willst du raus? Komm, hopp, mein Mäuschen. Geh aber schnell, weil es ist kalt. Hier, Freundin. Du kannst gerne draußen stehen, aber nicht drinnen. Grund stehen. Das wird sich doppelt lohnen. Doppelter Schreck. Genau. Also wir kommen. Ich will mal ganz kurz meinen Hund rauslassen, wie immer. Täglich grüßt das Mobiltier. Das war noch ein cooler Film. Uralt, aber der war echt witzig. So, Madame. Weil die steht da auch immer rum, ne? Als... Und wenn ich mich dann gerade gesetzt habe, dann kommt sie wieder runter. Arschhund, ey. Hauptsache, die haut nicht ab. Nicht abhauen, Entschuldi, ne? Ich seh das. Das habe ich auch gesehen. Hä? Was? Du musst in die Höhe bauen? Das ist ja nur einer zu verteidigen. Das ist ja nice. Siehst du, sage ich doch, ich sitze. Der Hund kommt. Tudi, ich habe dir hier was hingelegt, Tudi. Vergesst nicht, den Ablass zu aktivieren. Ich habe den noch nicht aktiviert, irgendwie. Oh Gott, das ist mir nicht aber auch schwer, Mann. Kommen Sie rein, Mäuschen. Ja. Na, jetzt hat sie einen Knochen entdeckt. Oh, direkt wird da verhaftet. Aber sowas von. Das weiß ich nicht, ob wir das so schaffen. Du kannst hier wieder deine Verteidiger entsetzen. Ja, mache ich, mache ich. Warte. Ich dachte, Sakura wollte noch ein Name. Aber die diebische Elster läuft schon wieder drumherum. Ich kann keinen Verteidiger setzen. So, jetzt. Der Speer. Ja, dann befülle ich auch mal meine E-Zigarette. Oh, doch nicht. Ach, von da kommt sie auch. Ja, ganz ruhig. Ich setze erst mal eine Drohne. Dann setze ich noch einen Teddy. Und dann setze ich gleich ein Ei. Einmal ein Scherz. Jetzt habe ich sie ins Eis gefasst. Schafft ihr das? Oder ist es zu hart? Ach, zu hart. Hallo. Es wird angegriffen hier. Ja, das ist eigentlich die Richtung von der Verteidiger. Eigentlich. Die Tüte auch. Ja, ich sage, meine Verteidigerin ist immer der letzte Rotz. Eigentlich normalerweise. Es hat mich gewundert, dass sie da in der letzten Mission was gemacht hat. Toll, jetzt kommen sie genau auf der anderen Seite. Oh, okay. Hat eine Chance. Die ist doof, die Verteidigerin. Alter, 30 Stunden streamen. Wie schafft man das? Verstehe ich nicht. Ich schaffe ja noch nicht mal 24 Stunden durch. Bei 11 Stunden bin ich schon am Kratzen. Nimm da irgendwelche Leute Hilfsmittel, wie Kaffee oder Dreadbull zur Vergeisung. Ja, aber selbst mit Dreadbull würde ich das nicht durchhalten. Der hat früher Versicherungen gekauft und deswegen kann er gut labern. Ja, das glaube ich dann sofort. Das glaube ich sowas von sofort. Das sind die größten Redner, Autoverkäufer und Versicherung. Da muss man ja auch für den Beruf haben, so. Ja, ja. Talent, das Reden. So einen Mann möchte ich nicht zu Hause haben. Der hat nicht den Mund wusselig redet. Aber eine Schlaftabelle ist auch schon besser. Ich habe ja auch nicht gleich von der Schlaftabelle. Warum betrofft das hier? Scheiße. Der Deckel ist doch richtig drauf. Toll, meine Decke wieder waschen. Ich will auch kein Crazy Girl haben. Also ich bin so eine typische Drama Queen. Da glaube ich nicht. Ja, sofort. Ich bin ja auch nicht einfach. Aber zu was haben wir Lust, so ein bisschen Beef zu machen? Ja, richtig, genau. Ich bin ja auch nicht einversüchtig. Ich bin ja nicht schuldig. Ja, vielleicht stehe ich auch darauf. Was glaube ich dir? 100%? 100%! Nee, ähm. Du brauchst das. Du brauchst das. Deinem Reiter-Stab. Nee, hier. Sonst wird es auch langweilig in der Beziehung. Man muss ein bisschen Beef anfangen ab und zu. Aber ich hasse so eifersüchtige Menschen. Ey, das kann ich mal gar nicht verstehen. Wenn dann irgendwelche Weiber sagen, wie? Der hat eine andere Rolle angeguckt? Der hat nur mich anzugucken. Oh ey, da denke ich mir immer schon. Alter, wie zurückgeblieben bist du denn? Aber sowas von. Es gibt genug Weiber, die sind aber so. Nee, mein Typ darf nicht am Wochenende rausgehen. Der darf nur mit mir rausgehen. Obwohl ich dann denke, alter. Aber die Typen sind dann auch... Ja, auch. Aber ich kenne es halt viel bei Weibern, dass sie sagen, die sperren ihren Mann komplett ein. Der darf nichts. Und Eifersucht bis hoch 10. Am besten ein Handy noch kontrollieren. Ey, wo ich mir dann denke, weißt du was? Die Leute, die gehören doch in den psychiatrischen oder sowas. Oh, also welcher Mann sowas mit? Ja, aber es gibt genug. Die machen es halt immer noch mit. Das verstehe ich auch nicht. Es sind Knechte in meinen Augen. Also sowas von. Also wenn die Beziehung nicht auf Vertrauen basiert, ja, was für einen Sinn hat denn das dann? Was machst du denn? Kaninchen hobbeldi hobbel. Nee, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Vor allem, man hat immer die Möglichkeit, fremd zu gehen. Genau, genau. Immer. Du kannst da gar nichts machen. Wenn man will, dann kann man. Richtig. Ja, gut. Ich meine, dann läuft die Beziehung auch nicht wirklich richtig gut, wenn es so ist, ne? Wenn man darüber nachdenkt. Ich habe den gleichen Gedanken gehabt. Ich sammle auch gerade einen. Ach, er hat den Epischen schon erledigt. Ey, ich war noch nicht mal anwesend. Und Ende. Ich habe keine Drohung noch nichts. Was ist hier los? Nein, also ich finde sowas albern. Das ist Kindertheater für mich. Moin, Drag. Was? Wieso ist Stalking nicht weit entfernt? Moin, Drax. Virus. In Bezug auf... Oh, da liegen Faser. In Bezug auf Eifersucht oder was? Ja, man kann ja ein bisschen stalken. So ist es nicht. Also... Ich habe... Bei meinem Ex war das einmal. Ich habe mich so kaputt gelacht. Wie toll. Er hat schon wieder welche hingelegt. Ah, okay, gut. Er wollte wieder faken. Oh, da kommt Fässer. Doch mal schießen hier. Die Frau regelt das nicht. Ähm... Ich musste so lachen das eine Mal. Da bin ich nach Hause gegangen. Und er ist noch auf Kiez feiern gewesen. Und ich habe versehenlich halt Schlüssel stecken lassen. Und da das Schlafzimmer am Ende der Bude war. Dann hatten wir noch eine 90 Quadratmeter Wohnung. Und ich wirklich echt tief schlafe. Also, bis ich wach werde, da kann nur das Handy mich wecken. Komischerweise Handy höre ich immer. Und dann klingelt er da an der Tür und sagt so, ja, ich kriege den Schlüssel nicht rein. Und ich habe gehämmert. Und dann hat er irgendwann vor der Tür gepennt. Ich sage, ja, wie wäre es mal, Thorsten, wenn du mir das nächste Mal sagst, wann du... dass du länger unterwegs noch bist auf dem Kiez und mir mal Bescheid sagst. Ist doch kein Ding. Dann hätte ich dich nicht versehenlich ausgesperrt. Es ist alles eine Sache der Absprache. Das ist auch immer das so. Aber Männer sind dann ja auch so, die fangen dann an rumzulügen. Von wegen, ja, ich bin heute Abend noch bei meiner Mutter essen. Oder sowas. Anstatt sie erzählen so von wegen, ja, ich bin heute Abend noch mit Kollegen unterwegs. Ja, wo ist denn das Problem? Ah ja, ich finde, ich stehe mal nicht von beziehungsweise unentspannt laufen. Das heißt nicht, dass ich leichtgläubig bin, ne? Nur weil ich mich so locker anhöre. Ich bin da echt absolut nicht so, aber... Ähm... Ich glaube sowieso, dass Männer irgendwann mal fremd gehen. Aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Will ich gar nicht wissen. Ja, ist so. Okay, nach 20 Jahren Ehe könnte ich das sogar noch ein bisschen nachvollziehen, dass man vielleicht mal was anderes will, außer Tomaten-Ketchup. Aber in den Swingerclub möchte ich nicht gehen. Teilen tue ich wiederum auch nicht. Swingerclub! Na, feines Mäuschen ist schon dein Knochen, ne? Genau, Swingerclub. Nein, ich teile nicht. Ich teile meinen zukünftigen nicht. Ich bin auch nicht so für drei. Ich weiß, das ist ja so ein Männertraum immer, aber ne. Äh, kann ich nicht drauf. Obwohl, da fehlt noch was in der To-Do-Liste. Aber das sage ich jetzt nicht. Weiß auch nicht, ob ich das mal... Das ist auch für einen Mann ganz schön anstrengend. Das ist auch. Aber es ist trotzdem, viele Männer wollen es, ne? Die stehen drauf. Sollen sie ja auch. Ist mir auch lax. Aber nicht bei mir. Gibt sowas nicht. Nein, da kennt die Jesse wiederum keinen Spaß. Also ich bin ein bisschen eifersüchtig bin ich schon, aber nur wenn es wirklich eng wird. Sie hat eng gesagt. Du wieder. Sie hat eng gesagt. Oha, ich glaube, mein Cooldown ist erreicht. Warte mal. Ist die Frage, ob ihr sie dann noch gleich seht oder ich gucke gerade falsch. Anni, reiht auf den Blitz. 28. Da ist 23. Also ich glaube, ich habe hier nur noch eine. Also ihr müsst mal gucken, ob ihr sie habt. Weil ich habe sie nicht mehr. Ach, wenn ich das habe und ich starte, dann kriegst du die. Okay, Virus. Was denn? Wenn ich sie habe und ich habe, also ich habe noch keinen Cooldown. Ne, warte mal. Ich gebe euch dann den Miet, weil ich sehe sie, wie gesagt, nicht. Dann guck du mal, 28er Reiter auf den Blitz, weil es gibt nämlich zwei Missionen da. Und es kann ja nur eine sein. Bei mir lädt es immer noch. Sakura, dann guck du doch. Ah, ne. Ja. Wessen Start wird es mal rein? Ja, dann gib Sakura erst den Lied. Bei mir lädt das noch. Ich bin auch gar nicht aus der Mission raus. Achso. Ja, dann warte. Ne, warte. Es kann ja auch der Missions-Bug sein. Wie immer. Warte. Siehst du? Ich sehe sowieso nichts anderes als die Weltkugel da. Ja, ich auch. Deswegen habe ich ja ihm jetzt gerade den Lied gegeben, damit er... Ach, King Thorax hat mir auch einen Fall, oder? Das ist aber nett. Deswegen wollte ich euch den Lied geben. Weil... Ich habe auch... Gibt Sakura vielleicht mal. Vielleicht sieht sie es. Aber ich denke mal, Sakura wird auch keiner sehen. Österreich erinnert es jetzt viel. Ich weiß ja nicht mal, wo genau ich sie jetzt gucken soll. Plackert an. Ja, es rettet die Welt. Schön, dass du die ganze Zeit zuguckst und nicht weißt, was das für ein Spiel ist. Ha, 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 Bieros, du bist geil. Ja, ist auch nichts für mich. Also, ich habe es ein halbes Jahr gespielt, aber ich bin sowas von grottig. Ja, ich habe auch keine mehr. Naja, dann haben wir unseren Cooldown erreicht. Doch, da habe ich. Ja? Ja, dann können wir die ja noch einmal machen. For you. Stimmt, ja, du hast ja eine nicht mitgemacht vorhin. Kann sein, und wenn Taifun früher schon eine gemacht hatte, dass du noch keinen hast. Fein tut die, ne? Ja, jetzt schummeln wir uns ein bisschen auf den Teppich, genau. Was zockst du denn, Virus? Ja. Die schütteln sich auf dem Teppich schon wieder. Das sieht so lustig aus. Du willst mich verarschen, Virus. Vor allen Dingen steht ja auch Fortnite. Aber BO4 habe ich auch schon angezockt. Wollte ich eigentlich auch mal irgendwann, aber im Moment bockt mich das noch nicht so. Ich glaube, ich werde BO4 auch erst wieder spielen, wenn ich auch noch ein paar Leute zusammen habe, die Bock haben mitzumachen. Weil sonst bockt das auch nicht. Zombie-Modus läuft. Ja, ist Call of Duty. Black Ops 4, das ist alles das Gleiche. Was machst du das da rum? Ich sammle da mal Blutlo, ne? Ja. Ich schau mal dann, ob ich noch ein paar Phasen gewinne. Hallo, wir wollen hier nicht farmen. Das ist ja unmöglich. Das ist ja. Sommerschlussverkauf! Sakura war die Stadt voll, vorhin. Der Kleine. Bestimmt, ne? Oder? Saturn? Oder einfach ein normaler Phasen. Saturn war voll. Ja, glaube ich, ja. Die Schlange ging immerhin, wie ist auch die andere Seite. Will jemand einen Lama haben? Ich habe drei Lamas hier, ja, wegen Mats. Phasen, ach komm schon, ich habe eine Hülle tötteln, da kommt Phasen hier raus. Komm schon, hier. Ja, ich bringe sonst einen Lama mit. Ja, wegen Mats meine ich. 5.000 Holz, 4.873 Steine und 5.000 Steine. Hier siehst du, da geht noch was. Ich bin jetzt auch wieder voll. Dann bringe ich es mit. Ist ja umsonst. Die Mission ist so hart, das schaffen wir auch nicht. Danke, dass du dir mir die Pilze übrig hast. Na, Cora, wo ist denn jetzt nun? Dein Name wartet auf dich. Geht so. Weiß nicht, kann ich nicht so mitreden. Da habe ich immer Respekt vorgehabt. Hallo, Zygiene ist nicht so mein Bereich. Nur, ähm, Mutternatoren. Das sind auch Hallo, Zygiene. Was ist denn Sakura jetzt hier? Ah ja. Du blöd? Ja, ich habe meine Brille nicht auf, weißt du doch. RPG-Shooter und Action-RPGs? Okay. Kannst du so nichts sagen, obwohl ich sage mal so, dass ich, äh, bei Battle Royale viel mit Franzosen gezuckt habe. Bevor ich angefangen habe zu streamen. Und hier würde ich das jetzt auch nicht so, und hier würde ich das auch nicht so sagen, also ich habe viele meiner Mitspieler ja in Random Missionen kennengelernt, komischerweise, obwohl wir immer über die Randoms fluchen. Aber auch das geht. Genau, mit wie zu uns, bei los. Aber du hast gesagt, Sakura kennengelernt. Äh, Random? Nee, gar nicht. Nein, nein, nein. Über, genau, über ihre Schwester, genau, richtig. Und deine Schwester habe ich aber, glaube ich, über Random Missionen kennengelernt, ne? Ja, genau, meine ich doch, ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr. Wie war unser erstes Date? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt spielt sie nicht mehr mit dir, sondern nur, genau. Nein, aber, äh, Virus, da hast du total recht. Also, es bockt eigentlich nur, das Game zu spielen, wenn man auch, äh, mit Leuten spielt, die man kennt, weil, ähm, ansonsten ist dieses Game halt zu anstrengend, weil immer irgendwelche vollidioten in eine Missionen reinkommen und sie dir kaputt machen, scheiße spielen, so richtig auf Antimate. Ich muss sagen, bei den höheren Missionen sind die schon freundlicher drauf. Ja, aber trotzdem gibt es noch zu viele, die scheiße machen. Okay. Also einfach die Kacke spielen, sagen wir es mal so. Und dann... Ja, damals, wo ich noch niedriges Limmel hatte, es war so ätzend, so ätzend. Ja, ist es auch. Wir sind am traden oder keiner noch machen, echt die ganze Zeit. Und dann musst du immer die ganze Zeit für die spielen und das ist total ätzend. Was? Ja, ich packe gleich rein. Ja. Ich brauche noch drei Holz. Das ist mein Mann Scherz. Achso, wir können gar... Wir hätten den Schwierigkeitsgrad noch um eine Mission erhöhen können. Was gibt es hier noch? Gar nichts. Außer Scheiße. Verteidigen den Boss! Ich habe vergessen, meine Schlägerin zu setzen. Uh, danke. Ich glaube, das kann man sich aber auch irgendwann gar nicht mehr merken, wem man wo kennengelernt hat. Da finde ich irgendwann die Übersicht. Virus, falls du irgendwas geschrieben hast, der Chat hat sich neu geladen. Ich habe es wieder dann nicht gesehen. In Fortnite zu viele Kiddies. Achso, nee, das war der letzte. Okay. Das nervt. Ich sollte noch mal was im Shop kaufen. Davon war abgesehen. Teilt mir gerade so ein. Ich erklage den Boss mit einer... ...reizustange. Hallo. Rosa Cora. Mit der Spitzhacke, oder man? Scheiße. Mit der Rechtsstange. Achso. Ach, wieder die Brutalität hier. Hä? Überleben der Schutzbunker? Ich guck mal. Nee, es wird die Lupe jetzt angezeigt. Ich gehe noch mal schnell hin. Die ist hier um die Ecke. Schön, aber der ist gestanden. Es ist niemand zu Hause. Nee, nee, ja. Der ist dann weg. Und den findest du dann woanders. Das ist ein Bauarbeiter. Was wir haben können, können wir haben. Können wir ja mitnehmen, ne? Aber der Hund muss gleich bestimmt wieder raus, weil die gerade am Fressen ist. Oh, dann vorerst du ja nicht. Hier siehst du, ich bin schon auf dem Weg. Zur Tür. Aber die Pilze geben echt zu 80% Faser hier. Das ist echt Wahnsinn. Ich sammle auch nur die Pilze. Ja. Ich weiß nicht. Ach, hallo Mäuschen. Komm mal her. Oh, unser Chor wird rumgeschubst. Ja, Prost Mahlzeit, Tudi. Komm her. Na komm. Komm. So nicht. So nicht. So nicht. Das Ding macht Spaß. Welches Ding macht Spaß? Ja, mein Mäuschen. Ach, brechen also. Ja, ich finde das geht noch. Speere finde ich nervig irgendwie. Ja, die sind so langsam. Schmeckt das Stinkerfudi? Hast du ihr Banschen geben oder was? Nee, ihr Diätfutter, das stinkt so aus der Fresse. Ey, das ist unfassbar. Obwohl das Futter selbst nicht stinkt, komischerweise. Deswegen wollte ich auch mit meiner Tierärztin sprechen, dass wir vielleicht mal irgendwie ein neues Foto oder so, weil das nervt. Aber erst in zwei Wochen. Nee, wenn die dir nicht mehr angezeigt werden, dann kriegst du sie nicht. Safe nicht. Obwohl Sakura die hat. Ja, das hat nichts damit zu tun. Wir haben ja einen Cooldown, alle. Ja, dann tut die ja auch. So ist das. So ist das. Sag hallo, Mackie. Sag hallo, Tutti. Oh, das kannst du nicht, ne? Ist auch viel zu faul zum Bellen, ne? Jans, die Mutti, viel zu faul. Max, halt die Klappe. Das hilft nicht immer, ne? Max, hallo, klappt, aber halt die Klappe nicht immer. Was ist der denn? Heute? Ich weiß ganz genau, was er will, aber er bekommt jetzt kein Futter von mir. Um 20 Uhr, ne? Mhm. Bisschen früh noch. Fräulein Max. Aber ich gebe Ihnen eine Handvoll Trockenfutter in die Schüssel, dann ist, dann hat er die Backen voll. Kommt ja wieder. Wir gucken mal nach der Mission, ne? Ich hab zwölf Auge des Sturms. Leck, Romeo. Das ist ja mal wieder überhaupt nicht ausreichend. Moin, Trouble, ne? Wie cool ist es, Dorn zu verstehen? Wie ist Cooldown zu verstehen? Also, du könntest jetzt zum Beispiel mal auf... Also, du hast einen gewissen Cooldown auf... Ähm... Nein! Was mache ich denn hier? Ich klicke schon wieder falsch. Ich brauche meine Maus. Also. Du kannst gerne mal auf meine Seite gehen. Herr Moin, Erdbeere. So, und dann stehen da die Cooldowns für die gewissen Missionen. Also, zum Beispiel hast du Alert-Cooldowns, Mega-Group-Cooldowns und Storm-Cooldowns. Das bezieht sich jeweils auf die Mission halt. Ob du da noch Gold kriegst oder ob du die Missionsbelohnung kriegst, diese extra zusätzliche. Darauf bezieht sich die Cooldowns. Und du hast eben halt nur eine gewisse Anzahl in gewissen Stunden, die du machen kannst. Und danach kriegst du halt nichts mehr. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Twin Peaks sind und da mal gucken. Bei zum Beispiel... Was haben wir denn hier mal als Beispiel? Da ist jetzt so eine Mission hier. Zum Beispiel gibt es auch einen Cooldown. Dann würde man die oberen beiden Missionen nicht mehr... Also Vorteil Plus und Vorteil Plus nicht mehr kriegen. Reparierer haben wir 82er. Vierer. Schutzbunker evakuieren 88er auch. Skizzen-EP, Reparierer 94er. Und dann haben wir Evakuieren nochmal. Überlebenden-EP, aber die ist wieder bestimmt voll scheiße, oder? Machen wir die viermal. Brauchst du Skizzen-EP, oder was? Nee. P. Nee. Achso, nee. Hunderter ist das. Evakuiere mit Überlebenden. Bräuchte ich auch noch als Hauptauftrag. Wäre gar nicht so schlecht. Warte. Ja. Ah. Ich habe nur Kacke, ey. Kategorie 2 Sturm liefere die Bombe ab, oder evakuiere. Ja, ich habe auch Kacke. Kategorie 2 Sturm habe ich aber auch. Ja? Dann haben wir beide den gleichen Auftrag wahrscheinlich. Hunderter, ne? Ja. Ja. Kategorie 2 Sturm habe ich aber auch. Ja, super, aber das Ding ist, ist es wieder nicht ein Kategorie 2 Sturm in der 100er Mission. Ja, das ist Müll, ey. Sonst würde ich den auch spielen. Lieber zumindest als Evakuieren. Aber Erdbeere kommt rein. Ja, Trouble, Maike, ich hoffe, du hast das irgendwie ein bisschen verstanden, wie ich das meine. Erdbeere kommst du uns unterstützen? Er hat auch nichts mehr. Wehe, er hat auch nichts mehr. Erdbeere ist gerade rein. Hä? Das geht auch. Doch, er spielt noch am und zu mal. Weil er Bock hat, mit uns zu sabbeln. Wir können hier auf Nass mal einladen, aber ich weiß nicht, ob er kommt. Kann auch so Anti-Made-mäßig schreiben. Nö. Ich muss erst mal was essen, so wie andere Leute hier. Schlecht gerade. Schlecht gerade. Oh. Ja, da müssen wir mit Random spielen, würde ich sagen. Oder? Warte mal, ich gucke mal, wer noch online ist. Ja, wir brauchen. Warum nicht? Siehst du? Er isst gerade. Hehehe. War sein Zufall. Wieso brauchen wir die nicht machen? Also, mir wird's hier helfen. Ja, okay. Ach, warte mal hier. Der Trane. Der Trane ist gerade nahe. Aber ich weiß gar nicht, streamt der überhaupt? Ne, er streamt gerade nicht. In dem haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Der ist Level 100. Und schieß mich tot. 102. Kamikatze. Weiß gar nicht mehr, wer ist denn Westmark nochmal? So, Trane, komm jetzt rein. Ich dachte, nochmal ein, wenn er nicht kommt, dann müssen wir... Ah, Dollar ist auch noch online. Ich weiß auch nicht, ob sie die Einladung erhalten, weil es wird schon wieder nicht angezeigt. Lass mich raten, du esst Erdbeertorte. Nein, man kann nicht immer Erdbeertorte essen. Geht nicht. Ich hab noch einen Käse. Gar nicht angefangen. Bäh. Erdbeertorte kann man immer essen. Richtig. Äh, hau ab mit Käse. Alter. Jetzt hat schon wieder jemand was geschrieben und ich kann meinen Streamchance schon wieder. Okay. Ne? Ah, da, dann ist, ähm, nur ein Zuschauer mit dazu. Ja, keine Ahnung. Okay, dann mit Randoms oder was? Kamer. Hab dich nicht so, wir brauchen einen überlebenden EP. Du ja nicht, aber du sparst ja nur. Ne, brauche ich auch nicht. Ja, kommt, irgendwann, wenn du dich hochlevelst, dann ja. Ne, ich hab, ich hab ja alles oben. Ach ja, stimmt. Ich verwerte dir. Ja, ja. Ja, wieder, also. Aber du kriegst vorteilflos episch immerhin einmal. Das ist, das ist das Einzige, wieso ich bin noch. Oh. Sei doch. Ja, ja. Ich hab ja überhaupt gar nicht geguckt, was für Lamas gibt es. Kappa. Warum immer an dir ist Kappa? Das verstehe ich sowieso nicht, ey. Egal. Du weißt was, weißt was, weißt was du weißt, oder? Ja. Verstehe ich trotzdem nicht. Was gibt's denn der die leckeres Torte? Erdbeer. Torte. Bei mir gab's wieder vorhin. Leckere Nudeln in meinem Töpfchen. Ich esse immer wie so ein Assi, ey. Mir darf man nicht essen gehen. Nein, doch. Ich kann mich auch benehmen. Aber zu Hause ist mir was Lachs, muss ich ganz ehrlich sagen. René spielt mit. Eichsturm. Scheiße, ich hätte nicht zu früh hingehen sollen. Schon wieder 110, ey. Wir sind ja schon da. Ja, aber 110 Gegner. Das ist belastend. Ich baue schon mal ein. Oder auch nicht. Hau ab. Größer, dicker. Na echt. Ach, hau ab. Was ist er denn für einer? Auch ein Lager. Nein, dafür geht es nicht für mich. Scheiße, hier sind zu viele Nebelmonster. Was ist er denn eigentlich für einer? Ich habe schon wieder die falschen Waffen draußen, sehe ich gerade. Mein Leben ist in extremer Gefahr. Na gut, aber wenn jetzt zu meiner Willen ist, dann ist nachher eigentlich keine zu meiner Willen. Doch, ich habe die... Ne, Natur. Hallo, René. Hallo, René. Hallo, wieder. Wie geht's dir? Parlez-vous français? Ich höre dich gar nicht schütteln. Ich bin ja gerade kein Mikro. René! Hallo, René. Jetzt lass dich. Ach, Mann. Wahrscheinlich, ja. Der Dicke. Wart. Okay, ich habe gebaut. Braucht jemand Muni? Deswegen Scharfschütze. Äh, ich bin voll. Was machst du denn da unten? Oh, Mann, ey. Du ziehst erst mal eine Wand, okay. Alleine mache ich mal das Lager da hinten, weil... Das ist ja wohl... Oh, nee, warte mal, kommt mal her. Kommt mal her, weil das Lager ist Quarz. Das gibt gut, ey. Ich habe immer ein Trimchen. Ich habe nur ein Teddy. Das macht nichts. Mal schnell, schnell. Taifun konnte es ja wieder nicht abwarten. Sturmdaten wurden aktualisiert. Sieh auf deine Karte. Schlecker, Schmecker. I don't understand why so René is not speaking. Hier heißt, glaube ich, Mutant uns. Safecone. Safecone. Wieso, weil wir so viele Weiber hier sind? Das nehme ich jetzt aber persönlich. Ich auch. Ich schock mir immer draus. Moin, Basti. Hallo. Ja, vielleicht ist... Was? Ich meine Höhlen. Ach so. Ich werde mich nochmal auf der Suche nach einer Norma machen. Wegen dem Mats. Ah, ich habe eins gefunden. Sehr schön. Ich stelle oben schon mal meinen Verteidiger hin. Ja. Sehr vernünftig. Ich bin zu doof zum Scheißen mit mir. Bleib gefällig da drinnen. Ganz ehrlich, bist du doof? Ich bin weg. Ich bin weg. Zurück, komm. Eine mit dir. Ah. Soll ich da Moni hinlegen, damit du wieder reinkommst, oder was? Das ist schon wieder so ein Anti-Made. About überhaupt was? Ne, doch, about. Da haben wir auch Fragen, ne? Man weiß es ja nicht. Äh. Was macht die hier? Sie hier. Da, 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 da. Was ist das denn für eine Waffenschunde? gut und selbst basti heute ist die nacht der nächte wir zocken fort bis zur vergasung ich hab immer noch das glück dass ich die effis rauskriege mit halbom soll ich dir helfen irgendwie mit fallen bauen oder so ich weiß ja nicht was du davor hast sie jetzt noch die mord mit heifung ich höre hast du mich ja ich wollte ja auch dass du stehen bleibst hallo komm mal ganz dicht an mich ran eigentlich ich doch auch kein scheiß keine panik ich bin nicht nett hör auf sowas zu mir zu sagen ja bitte das gefällt mir schon besser du weißt auch immer im mitten in die fressen scheiße da ist nicht so um die schaffen noch das ist ja richtig das ist doch mit geste jetzt werden wir ausfüllen ob da zugehört du kannst es rein tutsch auch scheiße hier ist ja da ja ich hab's nicht gesehen warte rené ist coming aber wenn er uns gemütet hat dann wird er uns auch nicht hören man könnte es natürlich in chat schreiben alles klar was denn hier los da ist tot nicht mehr du versteckst nicht wenn zu viel wird einfach eine mauer vorziehen also ich hab's nur vergessen gehabt ich wollte mal eben ganz kurz in den stream chat schreiben da in dem global chat oder wie es da ist vielleicht liest er das ja ja ich glaube oxidiert ist rené rené dieses komm her gar nichts war das auf unserer sprache geschrieben hallo hallo rené wie geht's gut und selbst komm her schnell alles gut bei euch ja und bei dir wir haben schon gedacht du sprichst nicht mit uns ach so du bist im live stream doch bei mir deswegen wie viel Arbeit hast du was soll ich hier schnell eine Kröder platzieren Moment 504 ja ja wir wissen was du meinst ok let's go let's go wir haben keine Zeit hier wurde rein gelegt scheiß das Haus ist im weg ne kann das sein ja wir müssen ja wir müssen ja ich will das Haus wegballern jetzt machen wir machen die Waffen die wir jetzt haben aber jetzt ist es ab wir machen dat schon hier das geht das geht ich bin eins nein war ein scherz 121 ich bin nur 99 jaja jaja alles gut die anderen die anderen welche sind die also der ja genau es wird ja wieder falsch angezeigt ne sakura maus ja da steht 140 ja ja genau wird wieder falsch angezeigt sakura ist 112 ne sakura mhm 113 113 113 ah sie ist wieder 1 level nach oben gekommen jay 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 Ich könnte auch gerne meinen Stream schauen. Habe ich auch nichts gegen. Oh, immer noch 500 irgendwas, aber ich habe eigentlich meine Zuschauer sind nicht schlecht für die Zahl. Jetzt sind es gerade 18. Ist schön. Gehst du auch manchmal mit denen oder nicht? Ja, des Öfteren. Ich habe eigentlich immer so meinen Trupp, aber nicht immer sind alle online, deswegen bist du heute mal unser random. Was? Ich sterbe am Arsch. Oh, die wollen da durch die Wand durch. Moin, Lakroten, was? Was sprichst du für eine Sprache? French? Ich verlebe mich selbst wieder sonst. Ja, mach das mal. Wir sind ein paar viele. Scheiße, ich wollte eine volle Place und ich sterbe direkt, ey. Alter, ich will. Okay, ich fange an zu bauen gleich. Weil das ist hier zu stressig. Ich spiele es noch mal. Ich muss ja auch noch mal diese scheiße Malmeyer. Fuck, ey. Ich werde gleich weiter mit euch spielen. Ja, kannst du gerne machen. Als Biking. Ich bin die Prinzessin. Gertrude, hot. Also ich bin Jessica, aber mein Name heißt sie. Wie alt bist du? 34. Ich bin die alte Mutti. Danke. Ey, was? Sakura, bleibst du da? Komm mal rein da. Ich baue zu, eben kurz. Ich kann mir keine Pontos aufragen. Achso, nee, kannst du nur über Epic Games machen. Weil, ähm... Bei Playstation habe ich das ausgestellt, die Funktion. Machen wir gleich, oder? Machen wir gleich, machen wir gleich. Wiesst du, so trifft man doch auch Mitspieler. Ich verballere jetzt mein ganzes Metall hier scheiß drauf. Hau ab da. Meine Güte, yeses Maria, machen die aber auch Schaden. What the fuck? Ich bin eingesperrt hier. Oh, Mann! Oh, Alter. Kommt ihr klar? Soll ich mich respawnen? Okay, gut, ich respawn mich. Ja, mach mal. Ja, der ist auch nicht so weit entfernt. Aber Abess, wir müssen jetzt kommen. Im Westen. Einer muss zum Westen. Ich geh, ich geh hin, ich geh hin. Okay, Spar. Irgendwie hatte ich auch eine Treppe gebaut, das war nicht so ein Vorteil. Alter, man kriegt ja von allen Seiten übelst ein Damage. Den Boss ignorieren? Ja, bitte. Durch, durch. Alter, das war keine gute Idee, diese Mission zu spielen. Ich bin ganz ehrlich, der Boss gerade überhaupt nicht. Allein schon durch die Schweber und, keine Ahnung, was kriegt man, immens viel Charme. Die Hexen und so. So, ich achte jetzt hier auf den Westen. Ich bin normalerweise auch Häuser-Kämpfer, nur jetzt habe ich mal den Rest drin. Äh, Konstruktor. Oh, da kommen sie jetzt alle von der anderen Seite. Scheiße. Ja, das Problem ist, ich hätte auch mal eine Minute müssen wir noch durchhalten. Oh, dauerhaft Damage. Oh. Ich krieg die Krise hier. Nee, nee, alles gut. Noch bin ich nicht tot. Aber ich versuche zu bauen. Oh, der. Ich weiß es auch nicht. Ich frage die Frau. Ah, ja, ja. Das macht was. Nee, weißt du genau. Ich wollte gerade sagen, ich gehe sonst mal rein. Nee, nee, da kommen auch noch andere Höhlen hier. Soll ich respawnen? Ja, ja, respawn. Ja, ich kriege in schwerer Missionen wie dann nicht. Ist schlauer, ja. Die Macht halt. Wir haben eigentlich auch die falschen Gegner dafür genommen. Äh, die Helden meine ich, weil... Entdecker macht einfach zu wenig schon. Ich hab schon immer ein Team gesucht, mit denen ich... Also ab und zu mal Farben kommen, die auch gut sind. Ja, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Jetzt könnt ihr euch... Danke dir auch, Kingto, Sorax. Danke für deinen Hust noch mal vorhin. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Stream. Wie soll ich dich ändern? Also... Äh, warte mal. Das müsstest du eigentlich jetzt nach der Mission... René, Lady. Geht eigentlich ganz leicht. Einladung schicken. Warte. Hinzufügen. Also ich kann gerade nichts ändern. Also muss ich jetzt einfach in den normalen Lobby und dann anwenden. Weiß nicht, warte mal. Kannst du mal ganz kurz in den... Ich schreib dir das mal ganz kurz in den... Ähm... Global Chat. Wieso das... Wozu denn Schwachsinn? Tut mir leid, wenn ich unterbreche. Ja, ich kann ihn nicht hinzufügen. Bei mir geht's nicht. Aber er hat dich doch... Er hat dich doch in der Liste drinnen. In welcher Liste? Ich geh jetzt in den normalen Lobby. Ich hab einen Screenshot gemacht von dir. Okay, gut. Okay. Warum? Warum? Bis dann, King Sorax. Achso. Jetzt sind wir eigentlich gleich. Warte. Ich glaube, es ist so einfach. Epic-Freunde auf Freunde hinzufügen unten, wo stehen vorherige Mitspieler, einfach schicken. Okay, ja, das habe ich noch nicht so gesehen. Ich mach mal ganz kurz dem Mod von Fatik mal schreiben, weil der hat vorhin irgendwie ein... Für 100k war das echt, aber also... Was habt ihr gekriegt? Wacht. Was? Ah, das ist aber mies. Nee, Noob. Nee. Wir haben schon die ein oder andere Mitspieler. Musste ich mal kurz kicken, Noob. Oder auch nicht. Ich bin ja gar kein... Achso, doch, ich bin nicht. Warum geht er hin? Oh, die Säbe müsste ich auch mitnehmen. Habe ich die doch wieder zurückgegeben. Ja, alles gut. Warte, jetzt habe ich annehmen. Er wird noch angezeigt. Das ist ein bisschen komisch, deswegen... Warte, ich muss mal gleich ganz kurz was machen. Hallo? Hallo? Hallo. Ah, gut, okay. Ich habe mich gerade gewundert, nee, weil ein Mitspieler gerade reingejoint ist. Einfach so? Er guckt bestimmt den Stream, aber er hat noch nicht geschrieben. Noobie, du kannst später mitspielen, wenn du möchtest. Warte, ich muss mal ganz kurz was machen. Zwei Sekunden schon. Wenn ich lieber mit... Also mit Toggle-Kämpfer spielen, ja, ne? Ähm, nee, musst du nicht unbedingt. Also wir können auch... Ähm, wir spielen jetzt nicht nochmal die Mission, die ist echt zu. Alter, die ist echt mega fuckig. Äh, ein... Komm doch an, was wir spielen, dann. Komm von mir, es kann auch reinkommen, statt mir, weil dann gehe ich kochen. Achso, ja, okay. Ja, weil dann gehe ich mir jetzt dann meine Kartoffeln kochen. Okay. Ich will noch ganz kurz bei Rocket reingucken. Okay, Nuk geht rein und ich gehe raus und Nuk kommt rein. Gut. Dann bis später, ne? Ist das noch vor? Ja, bis später. Ciao. Ciao. Ah! Jetzt hab ich alle gekickt. Ja, nur noch nicht. Ne, aber Taifun, oder? Taifun? Ja. Ja, scheiße. Sorry, Taifun. Ey. Ey. Das geht doch gar nicht. Wo ist denn der Nub jetzt? Was für ihn? Nubi. Warte, ich muss wieder zurück. Ich hab mal eben ganz kurz Rocket mal mal einen Sub dagelassen. Nubi. Donate. Warte, ich muss wieder zurück. Ich hab mal eben ganz kurz Rocket mal mal einen Sub dagelassen. Du hast schon Geld damit ein bisschen, oder? Nein, das dauert ganz lange, bis zu kurz. Okay, damit verdient's. Okay. Das ist nicht so easy. Mach ich Spaß, oder bist du auch irgendwann mal groß werden? Also, es wär schön, aber ich mach das eigentlich mehr aus Spaßfunktion. Ich arbeite ja normal, sag ich mal. Und mein Job mag ich eigentlich ganz gerne. Und wenn ich jetzt Streamer wäre, müsste ich schon mehr Zeit da investieren. Ich bin Maler und Lackierer. Okay. Ich male Wände an. Oder manchmal tappelt sie, ich sie auch. Oder ich spachtel sie. Jetzt kommt Nubi nicht rein. Nubi. 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 Braucht ihr eigentlich Sonnenstrahl oder so? Ja, Sonnenstrahl braucht man. Eigentlich. Wir sind nicht so die großen Trader. Nur unter Freunden. Ja, ich auch eigentlich nicht. Das sagen sie alle. Was brauchst du? Ich brauche Faserrige. Ja, brauchen wir auch. Ja, brauchen wir auch. Das brauchst du auch. Ah, wie glaub ich selber. Faserrige kann ich dir nicht mehr machen. Nee. Okay. Davon hab ich ein bisschen. Was? Du hast selber. Ich mecke auch gar nicht. Also, was ist denn jetzt hier los, ey? Ich sag da entweder, sie kommen alle auf den Mahl oder keiner mehr. Warte, ich guck mal, wer noch online ist. Ha! King World spielt online. Ah, ich hab die mit uns zwei Eispisse. Die kann ich dir für irgendwas geben. Dann kannst du die, wenn du ja Spaß dran hast. Also, wenn du willst, kannst du die dann verlosen oder sowas. Die seltene Waffe. Ja, ist 106. Also, muss nicht unbedingt. Also, ich verlos nur eigentlich einmal am Anfang des Monats. Mache ich so ein Event, so eine Tombola. Und letztes Mal war eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so viel los. Also, es ist wie du möchtest. Ich hab ein paar Waffen noch im Lager, weil die Eispisse, klar, die habe ich jetzt nicht. Da muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ist ja auch eine seltene Waffe. Wollen wir die jetzt nochmal mit random, dann spielen wir nicht. Ich meine, jetzt kommt schon wieder keiner rein, ey. Ich würde sagen, vielleicht eine andere oder die nochmal. Weil... Ja, die reparieren kann man. Da hat die Repariere geht schon. Die kriegen wir klar, oder? Äh, zu dritt eigentlich auch, ne? Weil wir können ja Verteidiger setzen. Ja, mach einfach. Vielleicht treffen wir ja noch einen. Oder so. Ja, gut, okay. Und wenn nicht... Ich spiel nie damit, Sontate. Ja, Repariere ist eigentlich jetzt hier in 82er, ist easy. Ach, 82er. Evacueriere ist schon deutlich härter als Repariere. Da ist immer voll der Unterschied. Wir haben gerade Vivax-Mission gespielt und voll so easy, mit AFK rumstehen, so ungefähr. Und jetzt spielt man wieder so eine harte Mission, da muss man erstmal wieder reinkommen. Ja, die Mission hat mich an die vorherige erinnert. Ja, an die Vierer, ne? Ja. Dann spielst du ja auch schon lange, ne, René? Ah, geht. Geht, geht. Ich guck mal. Oha, 161 Tage. Oha, warte mal, dann muss ich auch mal gucken, ich weiß nämlich auch immer nicht. 265 Tage, oha. Okay. Fehlen auch 100, dann sind wir bei einem Jahr. Ja. So, ich weiß immer noch nicht, LACRONET, äh, weiß noch nicht, Troublemaker, danke für eine Sprache. Thank you for the follow. Ich weiß gar nicht, was spricht der für eine Sprache. Welcome to my Twitch Stream. Okay, gut. Sub, guys. Also, er spricht Englisch. Sub, guys. We are speaking English too. Oh, die hat schon wieder eine Rauchbombe. Oh. Verschickt. Ah, ja. Oh. Die Elgato kommt trotzdem erst, äh, Montag. Die haben schon den Artikel versandt. Okay. Watch ich so viele Tage. Rossen ist mit der, ja, mein. Explosiver Tod. Ja, wir brauchen nichts bauen, hier brauchen wir nicht drüber reden. Wie immer. Ich guck mal, welche Sprache der spricht. Ja, der spricht Englisch. Ich hab grad schon auf sein Twitch-Profil geguckt. Bist du auch bei Twitch? No. Typhoon? Nicht? Wieso das nicht? Mit ja mal Zeit, ne? Ein Account zulegen hier. Typhoon! Ja, ich guck mal. Worauf streamst du denn? Auf Twitch oder auf Twitch? Deswegen sag ich ja Twitch. Ja, komm, wenn das Lama zu Ende ist. Ach, da muss ich mal kurz, muss ich mal kurz eingreifen. Kannst du kurz das Haus da weg, Bala? Hat der René, du? Welche ist das hier? Hier? Ja, das große. Der nächste Minigern. Oder nee? Ach, schade, ich hab grad keine verherracht. Ich will auch mal keine bauen. Ja, ich brauche das gleich auch mit weg. Nee, das reicht. Ich mach gleich nochmal ein Minigern. Ich benutze eh für nichts anderes. Ja, vielleicht haben wir hier noch einen Keller oder so. Nee. Nee, haben wir nicht. Ja, da war ich mal ganz kurz als erstes. In der Bistur kannst du meine Wasserpistole? Ja. Wasser ist hier gut. Wenn das Feuer geht, ne? Und wenn du nicht meine Weißkopf-Würmer. Ah. Auch Wasser. Spiele spielen im Moment gerade gerne irgendwie so Revolver-mäßig. Ich auch. Habt ihr 130er Skizzen? Ja. Wird sowas gecraftet haben? Ich hab grad keine Metz dabei, ich hab das alles in meinem Lager. Ah, okay, ja. Ich bin auch so ein Typ, alles in meinem Lager. Und immer battlen woanders. Man kennt ihn. Ich bin in den Osten. Ja. Benni, geh du in den Süden. Ich geh gleich hier nochmal am Bunker gucken. Oh. Sag ich. Nee. Was? Will du in den Süden suchen? Ja. Ah, hier ist noch eins irgendwie. Ah nee, das ist das, was ich brauch. Ich geh jetzt gleich. Warte. Ach, scheiße. Na, was macht Mr. Gamer? Ah, ja. Ich hab auch. Ah, loben. Ja, wenn du gleich nochmal die Minigun hast, kannst du ja das. Ja, hab ich. Ja, gleich. Nein, nein, wenn du nochmal wieder am Schutzbunker bist. Schönen Überlebenden. Was macht sie? Du schwärmst ja wieder. Tja, da muss ich dich mal einladen, ne? Das Haus ist weg. Wunderbar, danke dir. Können wir den Glotspot da unten machen? Ähm, können wir auch gleich. Schau ich den alleine? Solltest du eigentlich, Jo, bitte. Also, ich kann gleich nochmal in deine Richtung kommen. Oh, die Donnerwetterbüchs ist die geilste Waffe, die es gibt. Ja, die ist echt cool, das stimmt. Die hab ich nicht. Nee? Ich hab die Skizze auf 130. Ja, nice, nice. Oh, siehst du, guck mal, ich bin schon wieder an einem Modul gerade gerannt, was noch nicht mal irgendwie erkennlich war. Das ist all gerade aus dem Nichts aufgetaucht. Das ist auch eine Frechheit. Werden die angezeigt schon? Ich seh sie nicht. Ja, hier sind bestimmt welche einer auf heimtückisch im Haus versteckt. Safe. Ach, das ist ja easy. So, der Glotspot. Ja, 82er, 4er, geht ja auch noch. Die 100er reicht nur gerade müssen. Die muss ja auch für uns mal anstrengend sein, ne? Das ist eigentlich das neue Maximal-Modul. 130. 130. Ah, ich bin gegen eins schon wieder gerannt. Ey, das gibt's noch nicht. Mann, ich muss mein Scheiß-Dings wieder mitnehmen. Hier. Ich hab jetzt so einen Scheiß-Vorrats-Lieferung oder so dabei. Kann ganz gut sein, aber nicht auf so welchen 4er-Missionen. Das ist ein bisschen nervig. Nee, ist nur gut zum Farm. Wer hat denn den Glotspot gemacht? Ja, genau, zum Farm zum Beispiel. Ich bin gerade auf dem Weg da hin. Ah, sag ich doch, einer ist zum Beispiel hier im Haus, ey. Interessant. Ich wusste, wie es gerade nicht an der Fallen wechselt, weil ich halt auf Kampf, also von Kampfpro auf Vorkro gesetzt hab. Und dann, ja. Aber jetzt kann ich, kann ich alles. Ich bin das ein bisschen besser. Okay. Oh, der Kumio. Ja, moin. Komm, wir nach Hermann Sturmschild 9 und Twin Peaks mal mehr probieren. Aha, probieren. Also ich bin nicht so... Nee, ich bin erstmal... Ich bin nicht so ein Fan von Twin Peaks, Sturmschild verteilen. Und... Aber da muss ich schon echt gut gebaut haben. Weil... Das ist sonst mega... Nervig. Finde ich. Ich hab... Selbst meine hab ich nicht so wirklich gemacht. 2x1 ist auch nicht ohne. Nee, ist auch nicht ohne. Ja, hast du? Äh, ich glaub, ich bin jetzt bei 8 und ich hab nicht eine selber gebaut. Jogginghose. Jogginghose. Ja, aber Benni auch. Benni auch. Benni hat die ersten gemacht bis 6. Den kennst du ja nicht, Benni. Ups, falsch gebaut. Irgendwer hat schon wieder was geschrieben in Stream und ich kann's wieder nicht sehen. Wie immer. Ah, was mach ich denn hier? Oh, Jesse, go. Nicht sterben. Wieso go? Ah, okay. Was macht hier unser Teammate eigentlich? Gar nichts. Ja, der ist ja irgendwo hinten. Keine Ahnung, was er noch. Ja, aber auch ist da nichts zu tun. Wenn er nicht kommt, dann... Ne? Ist der Knopf direkt am... Button... ...melden. Genau. Ja, auch beim Bauen kann man helfen, davon mal abgesehen. Ist eine Vierer-Mission und keine Farben-Mission. So, wer setzt Schützen? Ich kann mal mein Gewehrschützen auch setzen. Ja, ich kann auch einsetzen. Aber dann hab ich... Na? Ich kann auch noch einsetzen, aber dann hab ich kein Sturmgewehr mehr für die Kleine wegmachen, aber dann benötigt es einfach, dass... Also ich mach das so, ich mach ein Sturmgewehr für die Kleinen. Hallo, da wollte ich... Okay, gut. Tata, das setzt ja neu. Ja, Typhoon sitzt ja bestimmt auch noch einen. Oder auch nicht. Ja, ich hab ja schon einsetzt. Was war das nochmal für eine Waffe, die man spielen soll? Ähm... Was hat das denn? Naja, dann können wir halt hier rein pummelen, ey. Obwohl das echt scheiße ist, wenn die so... Ey, was ist... Ja, an Fallen hast du sonst nicht mehr, weil Fallen sind ja sehr wichtig, eigentlich. Ja, ich hab 100 Sitze. Also ich lebe jetzt erst mal... Ach so. Ja, stimmt. Du sagtest ja auch 130er. Ne, 130er braucht man nicht. 106er. Da hast du recht. Naja, ich finde also, muss ich ganz ehrlich sagen, die... Ähm, Deckengasfalle jetzt auf 130 zu machen, ist, äh... Ist völliger Schwachsinn. Allein schon, dass es oxidiert und so, kriegst du nicht so oft. Badass! Badass! Na, haben wir wieder ordentlich gearbeitet? Er hat schon wieder ein Bitch verteilt. Danke, Badass. Als Feierabend? Oder fängst du jetzt erst an? Ist die Frage. So, Gamer, du hast eine Minute Zeit, ey. Wenn du nicht kommst, dann... Noch nicht mal eine Minute. Dann geht's aber mehr Report direkt. Gamer, natürlich gebant, eigentlich. Hm? Gibt man da eigentlich nicht viel gebant? Irgendwann, wenn nicht genug Leute, äh, reporten, dann, ja. Aber er kommt, er sieht zu, dass er nach oben geht. Was passiert eigentlich für ihn an? Drei Leute reporten. Reicht das schon oder nicht? Das weiß ich nicht, woran sie das festmachen. Aber er schießt. Er macht wenigstens mit. Na gut, viele warten auch, bis die Mission anfängt. Weil sie denken, zum Beispiel jetzt ein Entdecker mit drin oder so. Es sind ja eigentlich zwei Entdecker mit drin. Also ich und Typhon. Oder Typhon und ich. Der Esel zuletzt. Dann denken die wahrscheinlich, wir gehen nur rein zum Fahren. Das ist auch gut machbar. Jetzt wird's feilig! Dann gibt's ja jetzt auch noch den Insta, wie ihr sagt. Wie bitte? Weil ich sag meistens so, wenn ein Wecker drin ist in der Hoch- und in den Farms-Ring, der in der Hoch- und Stratzer sind. Ja. Ach, meine. Aber der ist noch nicht fallen verwundbar, oder? Sehe ich das nicht? Nee, er war... So lange. Äh, Minigun? Oh, scheiße. Ich hab... Äh, nur Holzwand gebaut. Dann gibt's vielfach überleben, den dann nochmal extra überleben, den. Also ich sag mal. Ja, genau, richtig. Aber ihr habt das schon wahrscheinlich. Nee, nee, wir haben den noch nicht, deswegen spielen wir sie. Wir haben vorhin ja Wiebocks Mission gemacht. Glaub ich auch noch nicht. Äh, ja, jetzt gibt's wieder neue. Oh, wer hat das noch? Ah, weiß nicht, ob ich die nochmal spielen will. Ganz ehrlich, äh, nein, weil das war... Die eine war 52er, zwei Kategorie Sturm bekämpfen. Und die andere weiß ich kann nicht... Also ich meine, wenn es neue sind, will die auch weiter zurück. Ja, aber du weißt schon, dass die die ersten fünf Stunden wieder kommen. Und wir haben gerade unser Cooldown erreicht. Das heißt, wir kriegen jetzt keine, ähm... Wie Bugs mehr? Leider. Oh, die Hexen machen wieder alles kaputt, ey. Na, noob. Oh, Badas hat heute Abend frei. Das ist ja sehr schön. Du weißt ja, wer nachher mitspielt, auf jeden Fall. Weil Badas ist schon... 125 war es so, Badas, ne? Badas ist mein Mod. Der beste, den man sich vorstellen kann. Moderat. Taifun ist ein amtierender Mod. Nein, der will auch gar nicht, ne? Taifun musst du dann nicht später weg? Ne, ich bin schon ein Renter. Ja, was? Also genug anderer. Achso, okay. Der hat 30 Mods, also alles okay. Wah, oha. 30 Mods. Ich bin Ehrenmod. Ich muss nicht ein Blatt. Dann kannst du ja bald Mod sein. Trotzdem, jetzt habe ich schon... Nein, weiter diese Missionen spielen? Äh... Kommt auf den Nut drauf an. Ja, weil ich würde die gerne noch zweimal machen, oder bin ich auch bei meiner Hauptmissionen weiter. Weil ich mach die eigentlich nie, weil ich bin schon bei 82er da. Mhm. Aber ich bin nur so weit, obwohl ich gar nichts mach. Also ich mach nur Missionen, also zum Beispiel, also nur Vierfachmissionen. Ja, ja. Ist auch sinnvoll, wenn man überliebenden IP braucht. Äh, Badas ist 129. Mhm. Ja, klar, Nubi. Nubi. Nubi Müll mitzocken. Also von mir aus gerne, aber für den Taifun ist es langweilig, ne, Taifun? Siehst du, war klar. Taifun hat keinen Bock. Wer? Achso, äh, Badas? Weiß ich nicht, muss ich von... 61.000, ne? Oh, das ist aber echt hart wenig. Ja, ich hab schon viel gezockt heute, deswegen. Du hast nur keinen Bock auf die Mission, was ich auch verstehen kann. Du brauchst ja, ne? Ne, ich weiß nicht mal welche Mission es ist. Das war Reparierer, Vierer. Willst du nochmal machen? Äh, ja, für die Jungs wird das passen und für mich muss ich echt sagen, auch, ne? Wenn der Nubi jetzt auch noch mal, ne? Ne, die Mission ist ja kein Problem. Nubi, komm, nochmal rein. Ja, und da muss Badas einspringen. Badas! Frühstück. Läuft, komm mal rein, Nubi. Muss ich dir jetzt nicht hinzufügen. Ich muss HFM noch am Wochenende. Wird mal wieder Zeit. Ja, ich bin die jüngste Mensch. Ja, du alter Hase, genau. Ich nehme mal ein bisschen Sonnen mit. Wie viel soll ich mitnehmen, wie du tauschen tust gegen Hase Rügel? Achso. Ja, ihr wollt ja. Muss nicht unbedingt sein. Das ist okay. Ja, brauche aber. Was? Ich hab einen. Was? Brauchst nicht unbedingt sein. Hi. Moin, Nubi. Doch, passt schon. Aber wir machen. Sekunde, ich muss meinen Helden kurz wechseln. Ja, du musst jetzt hier hart unterstützen, ne? Bei deinem Level. Was soll ich nehmen? Ich hätte noch eine Mission, wo ich Ninja spielen müsste. Ja, nimm Ninja. Bei dir ist es sowieso egal. Ich muss auch. Bei deinem Level. Ich würde auch 15.000 spielen. Ja, cool, Badass. Dann kannst du mich ablösen. Ja. Habe ich auch... Wollte ich gerade sagen. Ich muss mit Konstrukteur. Ich muss mit Konstrukteur spielen. Aber gut. Ein bisschen, dass die Kondition steigt. Kannst du mir mal einen Gefallen tun und in die Kamera so einen Pschst machen. Mit so einen Finger vom Mund. So einen? Das ist auch für eine Bibliosikare. So einen Finger? Machst du es mit Facecam? Ja. 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 Ja, doch. Man sieht meine Fresse, falls du das meinst. Du kannst aber auch auf Playstation, kannst du auch gucken irgendwie. Andere sehen das wohl anscheinend, wenn ich es streame. Ich glaube nur, wenn ich mich auf PSN habe. Ja, das stimmt wohl. Warte mal. Wirst du mir eine FA schicken? Über Epic? Ja, mach ich mal. Über PSN? Ja, mach ich. Moment. Nein, alles gut. Ja. Ah, ist voll scheiße, ne? In der Schule. FA ist raus. Ja, in der Schule. Also, ich kann mir vorstellen, die Leute haben da immer keinen Bock drauf. Richtig. Noob, mach mal dein Mikrofon wieder zehn Jahre weit weg. Danke. Das ist mein PC, der rauskommt. Ah, ehrlich. Ist das so? Nee. Ja, Mann. Ich hab's schon auf der anderen Seite. Ich tue Schüsse, Alter. Bald spielt er, weißt du, alles im Raum verteilt. PC da hinten, Mikrofon da und es ist nur noch die Tastatur da. So können wir starten. Seid ihr bereit? Bright. Bright. Ja, René muss erst mal nochmal gucken. Was? Dass ich auch wirklich eine Frau bin im Stream. Ich seh das nicht. Mach dir einen Twitch-Account. Hallo. Ich hab so ein bisschen was zu trinken. Zu trinken, zu trinken, zu trinken. Gab's ja oft genug, ne? Die gedacht haben, dass sie ein Gerl sein. Ich hab mir gerade gestern Baders mit Sakura. Lageplan? Für den Postboten vielleicht. Der nicht kommt. Wenn die Egano bestellt, auf Amazon steht, wird heute geliefert. Was ist? Montag. Am Arsch. Aber ist egal, wir haben Schnäppchen gemacht, ne? Ach, der Mäuserich. Ja, der Mäuserich isst gerade. Was ist das für'n Kartoffelsack da oben auf dem Kopf? Noob. Ne. Was ist das für Kartoffelsack? Oh, da ist ein Überlebender. Den müssen wir mal kurz holen. Höhlen. Du kannst dann auch beim Giveaway von Dingens mitmachen. Ey, Roboter. Roboter ist wieder am Start. Ja, das ist Fortnite ist. Auch im Wetter, woher. Ich mach doch nicht bei seinem Giveaway mit. Ich stream selber. Ja, ich weiß, aber ich wollte nur kurz einen Sub dalassen und dann mich wieder verpissen, weil ich stream ja selber. Ah. Ich weine nur, ich hab's nicht. Ich weiß, ich hab seine Anzeige vorhin schon gesehen, dass er Giveaway macht für... Pass auf! Ja, das ist mir eigentlich gesagt kapital. Bin dann nicht so geldgierig hinterher. Ach, Wahnsinn. Dankeschön. Ich seh dich. Ah, jetzt siehst du mich? Winky, Winky. Nee, ach Quatsch, schöne Haare. Die sind ausgewaschen und am Wochenende wird wieder neu gefärbt. Okay. Morgen oder übermorgen. Du machst jetzt dieses Wochenende neue Farbe. Nein. Ich färb alle zwei Wochen und äh, meistens immer lila. Das war jetzt nur mal pink zwischendurch. Hm. Ich bin so langsam auf einmal wieder als Soldat. Das ist echt furchtbar. Steht ihr aber, lass drinnen. Ja, nee, mittlerweile der Ansatz ist schon zu weit draußen. Den muss ich auch mal wieder färben. Ich darf mich selbe Farbe. Siehst scheiße aus. Danke. Du hast das Kappa vergessen. Also glaub ich dir das nicht. René, du. Der René. Ach, scheiße. Da macht sich jemand keine Freunde hier. So, ich vergesse mal, dass ich keinen Entdecker mehr bin. Wo ist sie? Ist das leicht auf PC? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn ich auf PC spiele, ich hab da schon so manche andere Spiele. Ja, aber ich spiele da manchmal auch im Konzonenunterricht. Für PC finde ich ein bisschen leichter. Was denn? Weil im Informatikunterricht, wenn mir langweilig ist, spiele ich da und spiele auf dem PC. Und ich kann mich da gar nicht drauf bewegen oder drehen oder aimen oder so. Aber ich glaube, das ist Gewinnungssache auch schon wieder ein Lager. Noob, du musst trotzdem mal irgendwie dein Mikrofon irgendwie wieder runterdrehen. Es ist so laut. Vor allem, wenn du schreist. Du bist der Einzige, der so laut ist. Ehrlich, ich schwöre es dir. Ist es jetzt ein bisschen besser? Du hättest es noch nicht aktivieren müssen, ey. Wir haben da drei Lager um die Ecke, ey. Ja, easy. Du wieder easy. Wo sind die? Ich mach die schnell. Eieieie. Ich glaube, es ist ja wirklich... Aber du. Okay. Köter ist echt geil. Oh, wir haben diese Cyberroboter hier unterwegs. Wer ist der? Wer ist der Einzige, der mich als Roboter hört ab und zu? Ne, ich höre auch alle. Ach, Computer? Äh, Roboter. Ja, Roboter. Köter. Köter, Köter. Köter, Köter. Köter, Köter. Das legt das Spiel schon wieder zurück. Ich glaube, das können wir nicht mehr schaffen mit dem Spiel. Ich glaube, das geht nicht mehr. Zwischenwelle meinst du? Nein, ganz knapp nicht. Ich glaube, eine halbe Sekunde oder so geht das nicht mehr. Ja. Ja. Wenn wir ganz viel Glück haben, dann geht das nicht mehr mit dem Spiel. Aber sonst nicht. Äh, ich bin hier gefangen. Ja. Du kannst dir ja mal den Screenshot ansehen. Ich glaube, da siehst du den... ...Dingenster. Den Dingenster? Was? Ja. Du siehst meine Eisbis 130 x 206. Ach so, ich glaube dir das auch. Ja, ich glaube dir auch. Also wenn du die brauchst, kannst du die verlösen oder so. Das ist die Frage, ob die... Du kannst, schau mal. Das ist mir wie gesagt egal. Stimmt, dass sie kein Giveaways machen. Ich kann, aber ich muss nicht. Du willst ja nur Sonn dafür haben, ne? Ich brauche keinen Sonn. Ich kann nur welche dafür geben. Ich brauche aber keins. Alter, wenn du gerne brauchst, zu viel waschen. Ich bin übel. Wenn wir auch einen haben. Ah ja, ne, ist klar, Nubi. So, ich geh mal zum Glotzbot. Weil wir haben nur noch zwei. Für welcher besser gewesen ist hier eigentlich so. Was? Meinst du? Machst du da? Ah scheiße, ich bin runtergefeilt. 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 Runtergefeilt meine ich. Also, kommen auch zu mir, wozu uns. Rundergefeilt. Oh mein, wie ein schönes Auge. Was? Wo? Ein Köder ist einfach zu klein. Es ist schon ganz weit weg hier. Guck, früher habe ich so teilen gesessen ungefähr und habe so geredet. So ganz nah. Ja, man kann... Das ist ja nicht schlimm. Aber man kann... Man hört deinen Raum halt so enorm. Das heilt. Ich habe dir schon mal gesagt, du musst da eine Rauschunterdrückung drauf machen. Die Stimme an sich ist ja nicht schlimm, aber die Lautstärke ist halt so enorm laut. Weißt du, was ich meine? Ich weiß auch nicht, wo ich das einschnecke. Ich habe dir doch gesagt, lad den Programm runter und mach da einen Filter drüber. Das ist eigentlich total easy. Brauchst du nur die Software runterladen. Überbrüfe deine Karte. Die Teile, nur noch deine Karte. Du brauchst nicht Frau Kugel. Roboter? Ja. Jetzt sind wir alle. Oh. Alle sind... Hä, wie macht sie das? Nein, das ist... Das spielspind. Alles. Nee, jetzt seid ihr wieder normal. Ich dachte gerade, du hast irgendwas an deinem Headset gemacht oder so. Nee. Das wäre ein neues Future oder was? Alter, du stehst davor, Noob, ne? Wolle ich nur mal so sagen. Nein. Oh, gut. Oh. 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 Ah, wir haben alle. Ne? 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 Fortnite kackt aber echt auf, ne? Sobald alle Teile installiert wurden, wird der Schutzbunker wieder versuchen... Jetzt wird Sakura verbrennig bloß nicht. Ja, genau, Sakura. Wir bauten hier mit Holz, hallo? Habt ihr Verteidiger schon gesetzt? Ne, mach ich jetzt. Oh, ich hab ne scheiß Verteidiger. Ne, ich rieche auch nicht von dir. Du bist ein bisschen... 130er Verteidiger mit meiner scheiß Rattenkönig rein, als ich dachte, die ist gut. Weiß ich nicht, ob die gut ist oder nicht. Du bist ein bisschen zu low für Verteidiger. Ich? Nein, nicht du. Der Noob. Da haben wir bessere. Aber ich tu da nur ne 106 herab und wohnen dran. Ich tu auch nur 106 herab und wohnen dran. Weiß ich. Ich weiß. Ich kann auch noch 30. So. Ist die Tsunami gut? Ne. Weiß nicht, kann ich nicht sagen. Ich hab das selber glaube ich noch gar nicht gespielt. Ich bin relativ stark. Ich bin relativ stark. Ich hab die Phaserige für Sorge. Sag die Alfa. Sag mir den an, Jura. 50 für 10? Ja, okay. Okay, dann leg mir 40 hin. Noob, hör auf so zu bauen am Schutzbunker. Das blockiert nur. Eher wieder, ey. Tu lieber was sinnvolles, wie Gebäude abreißen oder so, die stören. Das ist aber Fahrsorge. Oh nein. Oh Gott. Aua. Komisch nur in dieser Mission, ja. Das fändest du wieder nicht laut. Nein, das war jetzt nicht laut. Es ging noch. Und? Jawoll. Es ist nur anstrengend, wenn einer laut ist und die anderen normalen Stärke. Das ist anstrengend. Weil ich kann ja nicht alle irgendwie runterdrehen oder so. Ja. Hör auf die Schulter auf eine Nähe zu schieben. Der ist in Ordnung. Der hat ein gutes Mikro. Schön essen abwälzen. Du hast ein billig 20 Euro Mikro. Von Aldi. Hallo. Lass mir meine Treppe hier. Hä? Ich hab ein Mikrofon von meinem Handy. Wie von deinem Handy? Von meinem Handy. Hä? Hast du Kopfhörer vom Handy? Ja, Kopfhörer vom Handy. Du meinst Hetzel. Ne, hau ab. Welche? Dafür machen die aber guten Sound. Samsung Galaxy S7. Samsung Galaxy S7. Samsung Galaxy S7. Dafür funktioniert das aber gut, ey. Das hätt ich jetzt nicht gedacht. Also. Ja langsam fühl ich mich echt hier schon ein bisschen beleidigt. Mit dein scheiß Mikro. Es ist. Schick dir ein Link und du guckst da jetzt nach was. Ich weiß doch welches das ist. Top 10 auch. Das hat nix zu sagen. Wenn man es nicht richtig einstellt ist das gar... Guck mal diese dumme Technik von heute, ey. Ja. Alles immer extra einstellen. Könnte das nicht umgeladen machen alle. Tja. Technik die begeistert. Echt. So ein Herz. Ich will mitnehmen. Also ich hab zwei Drohungen gesetzt deswegen passiert hier gar nicht. ich weiß dass sie gut ist na ich glaube dies eher für dings hier für den loot von den teddies die epische schon da ja der ist schon da ach der hat der sohn ein ich entferne mich von dir das gegen wasser ich muss mit feuer draufballern was okay dann baller ich auch mal im feuer mache nicht so ein oft genug ich meine ich habe ich immer keine ahnung habe es kommt gar keiner ich hab sie gekriegt sicher ja sehr froh dass so easy ist es doch entspannt nicht so wie evakuieren normalerweise könntest du die base ja auch mal auf dem schutzbunker machen ja ich weiß du bist achte dumm ich weiß das wird auf typhoon sag ich doch typhoon das ist wie steine wollen ja ist auch manchmal echt spaßig also ich spiele ja wollte ich gerade sagen der wolf ist bestimmt richtig geil weil er auch so schnell ist nachts wird ja noch jetzt hat einer von euch eine metallwaffenskizze am besten den hammer oder so ich hab 6er gesetzbrecher oder äh so diesen gesetz haben wir da keine ahnung wie das ist nahkampfachst aber irgendeine nahkampfwaffe auf 106 oder 130 ähm ne ich hab ne schwörmklinge auch ja schwörmklinge auch ja schwörmklinge auch aber schwörmklinge auch ja ja richtig doll hat das immer gemacht er hat dann so ein hammer gespielt oder sowas der hat richtig kills gemacht auf dem zermalmann zum beispiel sie ist der hammer auch krass aber ich spiele diesen motorhammer oder wieder da heißt ja genau der genau den hat er gespielt glaube ich weil ich spiele ja einer geschenkt hat das ist ein hüller tech wuchthammer war er hat nur 19,3 halbbarkeit oh ja das ist nicht viel vielleicht die sakura 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 wo bist du bist du fertig mit essen ballast kommst jetzt rein bei taifung will ja weg jetzt warum auch immer kann ich gar nicht verstehen alles gut rené leddy 66 ist der jahrgang hat ein train ist selber am an die ein train ein trane ist selber am stream sich gerade deswegen ist er freundlich reinkommen fertig bist du da fertig fachig so leichter habe ich mal im heal gar nicht benutzt nee, dem brauchst du es irgendwie nicht so ja, aber guck mal, jetzt für die Mission gab es auch 61.000 also ich das ist ja mal bei manchen unterschiedlich ja, aber easy, ne? nur halt viel zu wenig zu wenig EP stimmt, gab es noch Skizzen-EP? so ein Pech, ne? er braucht denn Skizzen-EP? ja, er braucht immer Skizzen-EP ja, ich bin hier ein Frischling, ja, also ich brauch das ihr könnt mir ja gerne was rüberplayen ich hab nur 476, aber ich will gar nicht ich will gar nicht wissen, wie viel ich hab, weil ich hab auch richtig viel richtig mega viel ja, bestimmt, weil ich die ganze Zeit nicht level können wir Skizzen-EP ok, ich mach Platz für Badass ja ja tschüss, Typhon tschüss 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 hoffentlich hat der eine geile Schmerz äh, Hammer-Schmerz moin, Kinderz moin, Kinderz na, alter Mann ich zähl mich auch noch als Kind ne, leider nicht, haben wir hier noch älter leider, ne, ab einem gewissen Alter ist vorbei mit Zählender, ja bei mir wäre ich aber im Rentenalter dann schon ne weil das hast du eine Hammerskizze oder was waren bei dem Dämonierer der ist da bei dem 8, den 8-Bit-Demo braucht also für die für die für die so hochgelevelt habe ich auf keinen Fall, das weiß ich wollte den Kram da nicht benutzen schade so, Hammer, Hammer, hart ich mach mal eben nochmal kurz im Lama auf kinetische Überladung wer das hat gelobt der S128 hat auch fast geschrieben ich hab, ich hab geschrieben ich hab kurz geschrieben Schaden mit Metallwaffen lösen eine kinetische Überladung aus die zusätzlich Schaden verursachen und das Ziel jetzt stimmt aber das ist der beste Spieler ein Schleimer geht das schon wieder los das wär schön also bis zum 11 habe ich ungefähr Zeit und dann muss ich mal Taxi spielen ah ok bis zum 11 es ist 19 Uhr 22 alter stimmt denn mit dir nicht ah ok gut saufen die ein oder was klar naja saufen nicht, Mutter muss ja morgen arbeiten ach so ok, oh Gott jetzt ist 28. Dezember und dann ist sie offiziell oh, hat sie Glück eine Million Hellen EP hab ich oder was haben sie Skizzen EP hab ich ich glaub ich nicht ganz so viel 724.000 Skizzen EP ja das kommt als nächstes bei mir 3,6 Millionen ja genau die ist ja ganz schlimm ja genau ich weiß ja was du von mir hast was hast du? was hast du? kann ich mir ja mal abgeben wenn die Funktion rauskommt dann sind sie alle am kratzen dann sind sie alle am kratzen wenn das so wäre, würde Jessie von mir erstmal überlegen wenn die Trainingshandbyschen kriegen ja aber jetzt weißt du was ich jetzt habe jetzt bin ich arm an Auge des Sturms und Blitz in der Flasche ja da hat mich zu bieten wie fährst du? ja ich bin zu Blitz über 800 Sturm 400 Regentropfen 1,7 Sturmsplitte bei 500 ich brauche ja nicht wirklich was hin ne ähm also er spielt nur aus Rheinland Nettigkeit mit ja wie ich ja sagt muss ich eigentlich nur online kommen alle 24 Stunden ja eben ähm wollen wir dir noch mal spielen? Nö komm einmal noch hör nicht auf den Nuke der will immer nur Skizzen EP ja eben siehst du ja ich habe meine Hauptmission fertig und krieg nochmal 50 V-Bugs wegen Konstrukteur ja toll da kann man auch mal antworten ja mit anderen spielen muss ich noch machen ihr geht alle raus das ist meine Mission hm hm Ich komme hier wieder nicht zu meiner. What the fuck? Ja, wir springen gleich an mit Skizzen im Hinblick. Jetzt werde ich mir noch was zu trinken einschenken. Was? Ich drücke hier überall drauf, ja. Goldmaus, bist du noch da? Ich habe neue Info von der Gräfin Ultra. Sie hat mir auf Instagram geschrieben. Wie immer. Was? Achso, ich dachte, du warst mich. Also. Ja. Achso, René, du hattest ein Bild geschickt. Ich guck gleich mal. Habe ich gar nicht gesehen. Was ist denn so viel zwischen den wirken? Bewegung ist halt, ähm, wenn du läufst durch die Map. Angriffs ist Angriff. Ach, das ist Bewegungsgeschwindigkeit? Dann wird's hier als Bewegungsgeschwindigkeit. Das kann man nicht auch mal da machen. Na, tut die? Hallo Mäuschen. Also, äh, die Gräfin Ultra hat Fieber gehabt die letzten Tage und sie hat einen neuen PC bekommen und deswegen war sie jetzt nicht online. Deswegen hat sie nicht gestreamt. Ich bin 8 Jahrhundertmal erst mal mit Rocket spielen. Ich würde es nicht zu sehr nerven. Alles gut. Mit Rocket? Ja, du willst den Loot abgreifen, ne? Nein, nein, ich habe dir kein Abonnent, weil ich es gerade noch bei iSpiel-Abo drauf habe. Ah, okay. Ich werde einfach noch FBR spielen, weil ich es den Wolf noch ein bisschen mext. Also noch mext. Das macht überhaupt nichts, weil dann kommt die Sakura rein. Ich muss, dass ich nur das einbauen, ich habe zu viel Metall. Sakura? Mach gern. Das Ziel, wo ich mich kommen, jetzt verschätzt habe? Ja. Das ist der. Sarkasmus ist das. Also, okay, ja, ich gehe. Hä, wieso musste ich mich bei meiner App nochmal neu anmelden? Keine Storm Chest? Ja, Playstation App. Weil ich wollte mir gerade die Bilder angucken, die mir René geschickt hat. Der Kassel ist auch wieder da in Playstation. Nee, 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 alles gut. Ich habe ja extra die App, damit ich mal nebenbei gucken kann und nicht extra aus dem Menü rausgehen muss, weil dann geht man streamen immer auf. Also bildschirmmäßig. Deswegen, komm, Tuti, komm. Ja. Ach, Mann. Ich weiß keine Storm Chest. Ach, Hansa Stream hat mir auch... Nee, Vierermission ist meistens bei Reparieren. Na, Tuti? Eine Frage hat einer von euch 36 festgetragen und... Warte. 8 Malachit für mich? Ja. Eigentlich brauche ich das nicht. Ich hab tonnenweißen... Ich hab tonnenweißen... Ich weiß die wieder weg, weil ich will mir nur einen Hammer machen, 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 weil ich will mir 82 geben. Also mal allein kann ich die Lernen nicht geben, aber ich bin gerade nicht dabei, aber hier. Ach so, Kuchen. Bitte, 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 bitte. Ich tu den Rest wieder weg. Warte. Das ist auch bald. Gut, Tuti streicheln, ne? Tuti. Warte. Ach, mein Moins hier, ne? Lass die mal kurz. Also ich muss woanders hin, ne? Nee, Gamer King immer noch nicht. Das Ding ist, es ist voller Beschiss, weil Amazon geschrieben hatte, irgendwie, dass, ähm, das heute noch geliefert wird, was mir eigentlich fast klar wird, dass es nicht so ist. Und, ähm, das Ding ist, die wird wahrscheinlich für's, alle Spiels, also mit Glück, morgen kommen, wenn nicht Montag erst. Ja, schade, da hat er mich wieder gekriegt. Was? Ihr meint, es gibt vier Wochen, es gibt meistens keine Stormjust? Bei Repariere komischerweise oftmals nicht. Bei anderen Missionen ja schon. Wie oft muss ich, soll ich das abholen? Ja, ich hab mir doch eine gekauft, Gamer King, weil, die war im Angebot für 129 Euro. Im Gegensatz zu 189 Euro, da konnte ich nicht Nein sagen. Den Stream Deck habe ich mir auch gleich noch mitbestellt, weil der auch 50 Euro günstiger war. Und den finde ich halt mega geil, den Stream Deck. Das war jetzt IG bei, bei, ja, mehr so digital oder irgendwas. Ähm, Black Friday, ja, genau, deswegen. Ja, das war es dann wieder komplett. Genau. Was hast du denn da gemacht, Nugi? Im Lager. Mit deinem Level. Also, auch wenn wir 82 sind, sind die Gegner höher, ne? Das steht oben drauf. Das ist so ein Balken. 93 steht da. Hast du neuliche Räume schon gespielt? Ja, geht halt. Nö, immer noch nicht. Hat jemand... Warte. Soll ich verteidige Posten? Hast du acht Malachit für mich? Ja, geb ich dir. Warte. Fixige Ranke? Nee, acht Malachit. Nix anderes bitte. Ja, okay. Exakt acht. Okay, hier hast du acht. Ja, auch nicht mehr besser. Für was jetzt? Ich will ja nicht mehr... Willst du da was für haben? Nee, ach Quatsch. Für welche? Aber ich wollte mir so einen Hammer bauen, so einen 82er. Und ich hab dann alles weggeschmissen. Jesse, komm mal zu mir. Ah, haha. Nice, alright. Dankeschön. Also für mich ist wieder sowas, äh, ja, schieß zu langsam. Ja, das hab ich auch gehört. Äh, willst du irgendwas haben? Oh, dann krieg ich mal meinen Aron. Ah, hast du die eine Pistole da als Skizze? Ich kann mir auch das Zeug geben. Die Geister, die, ne? Ja. Ja, ich hab sie eben grad gespielt, also. Ist recht langsam und verschießt, ist nach der Munition. Ah, wie viel Blitz hast du die? Ich wusste es jetzt schon, als ich hab's gemacht. Oh, aber die ist geil, ey. Sie hat einen geilen... Also optisch ist sie halt geil, ey. Ja, das war's auch wahrscheinlich, genau. Falsch, richtig. Aber schießen tut sie nicht so schlecht. Nachladen geht. Die geht ja durchgegnen durch, was geil ist. Die Pistole auch? Ja. Ja, durch Gegner und Gebäude. Äh, ja, natürlich streame ich dann über Streamlabs OBS. Ja, mit der Elgato auf jeden Fall. Da machen wir dann wieder einen 4 Stunden Stream draus. Hm. Wenn ich denn frei habe... Nein, ach Quatsch. Wenn ich denn frei habe, sieben Tage Arbeit, ein paar Tage, ein Tag. Ich denke mal, das wird dann nächstes Wochenende was. 106. Was? Der Chatbot ist nochmal ein extra Future Gamer King. Ja, ich habe mich mit dem Thema lang genug auseinandergesetzt. Ich habe ein Overlay und alles ist schon fertig. Also es ist eigentlich nur die Sound-Anstellung gewesen, die gefehlt hat. Aber ansonsten ist der Stream fertig. Chatbot habe ich noch nicht so mega konfiguriert. Da ist meiner von Twitch ja auch noch aktiv. Damit setze ich mich erst später auseinander. Was? Das ist so ein kleiner Hand. Was willst du mit? Was ich will? Ich will einfach das Zeug, was ich brauche, weil das Zeug, was ich brauche, das habe ich nicht mehr. Was brauchst du denn? Das ist einer der besten der Momente. Ja, das stimmt. Äh, was brauchst du denn? Ich? Weil ich dafür brauche? Also, das Einzige, was ich brauche, ist 36 Festkranken und 11 Malachib jetzt noch. Also, ich hatte noch drei irgendwoher. Ja, willst du noch welche haben, oder was? Nee, ich will keine. Er wollte eine. Achso, okay, ja gut dann. Hier rein, da waren und Festranke war das. Hier. Was mir Kategal nimmt. Voll gespamt. Mit Festranke. Mit Festranke. Mit Festranke nehme ich die, aber wie geil. Nee, ich brauche die auch nicht. Da hinter die liegt auch nochmal mal. Oh, okay. Mit dem haben wir noch eine. Und der Platz, um den Scheiß zu sammeln. Oder bald. Ja, mittlerweile hat man genug Platz, ja. Aber die hat ein schlechtes Netz. Das ist sehr nett von dir, Gamer King. Wenn ich eine Frage habe, komme ich gerne drauf zurück. Ich habe noch zwei, also kriege Trefferwertung und kriege Schaden noch drauf gemacht. Was den Chatbot betrifft, kann ich gerne nochmal fragen, auf jeden Fall. Heiliger. Das ist cool, Gamer King. Soll ich die Lärmung bitte zurückgeben? Nee, ist ja deiner. Jetzt. Ich mache dann wieder einen Teststream, nur das letzte Mal ging das vier Stunden, weil wir die Soundeinstellung nicht hingekriegt haben. Die anderen haben mir das Zeug dafür gegeben, und dann gebe ich dir die einfach. Weil ich brauche es nicht. Eigentlich nicht. Ja, wenn der Sound über ein Ding kommt, dann solltest du auch nicht viel einzustellen geben, denke ich mal. Ja. Ist aber nett von dir, Gamer King. Der, der bei uns nicht ankam. Genau. Das war das Einzige, was nicht funktioniert hat. Noob, hör auf. Was? Das habe ich genau gesehen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, worauf warten wir eigentlich? Wir sollten mal starten. Also, Discord. Falsch Richtung. Nein, Discord immer noch nicht, nein. Nee, er will unbedingt, dass ich Discord ins Zähne hier. Nein! Okay, ich gehe doch mal auf die andere Seite. Wacht, haben wir geschenkt haben, der ist eh fast kaputt. Nee, nee, ich spiele noch mal nicht. Ja. Auch nicht, man. Du wieder, ey. Danke. Ja, ey, weiß ich. Das geht, das geht. Er nimmt alles. Okay. Verwumst euch mit dem Hammer. Ja, das ist voll geil, der Hammer. Eier, der ist, kriegt nochmal richtig an Geschwindigkeit dann später. Ja. Ja, genau, Bluna hat ihn aufgespielt. Irgendwer hat er ihn aufgespielt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Wer hatte den? Bluna. Bluna, Bluna-Babba. Ist auch ein Streamer. Du bist zu wenig auf Twitch unterwegs. Ich kenne ihn auch nicht und ich bin viel auf Twitch unterwegs. Ist schleimig, wo es nur geht. Das ist einer, der sehr viel RdW auf den Zahn hat. Ja, mittlerweile nicht mehr so. Aber ihr könnt gerne mal einen Follow da lassen. Der ist sehr nett. Kann man eigentlich Headshots geben mit Hämmern oder Schwertern oder so? Kritische Treffer kannst du machen. Ja, kritische Treffer, wo ich kann. Wollte Jessie auch gerade sagen. Wenn ich glaube... Alter, der wanted it wieder mit der Tess Wuchthammer, Alter. Aber der ist fast kaputt. Über das mit dem Hammer kann ich auch umgehen. Jawohl, er luchtet mir den am besten. Wer hat das gerade gesagt und wer ist gerade hier am Boden? Und wollte ein Lager versuchen zu machen? Du sollst Module suchen, nur nicht ein Lager aktivieren. Ja, ich hab gefragt, wo man sich den erlutscht, wo er den her hat. Ja, ich hab den Crew immer von oben. Ja, aber der Revolver macht gut Damage, ey, war das. Ja, das schon, aber es ist für mich so, wurde gesagt. Ich bin ja mehr so in der Masse drinne. Der ist mit dem zu langer. Ja, gut dann, ja. Noob, wie wär's mal mit Module suchen und nicht irgendwelche Lager aktivieren? Sorry, ich bin ja schon weg. Der macht die ganze Zeit... Ja, ich seh's, wenn du weg bist. Du verstehst nicht, dass du ein bisschen zu low von der Condition bist für dieses Level, ne? Doch, doch. Für 93er Gegner. Ja, ja, doch, doch, alles gut. Und er stirbt wie am laufenden Band. Ja, ich war schon in Twin Peaks, da war ich zu Blitzlevel irgendwas 40. Ja, und da bist du genauso gestorben, ne? Lass mich rein. Früher war ich alleine in Twin Peaks mit Blitz 47, konnte alle Missionen starten. Was? Ja, früher. Am Anfang. Ja. Nur die Mission gemacht. Nein, nein. Es war so, da musste man irgendwie 200 Missionen oder so machen für Twin Peaks. Er ist 46er, dann 52er, dann 58er, dann 54er, dann 54er, dann 74er, dann 70er. Gamer King, bist du denn noch da? Was? Weil wir könnten uns ja auch über Ingole-Base-Chat oder Playstation, falls du hast, Chat-Party unterhalten. Ich glaube, er wollte es nochmal versuchen durch die Blume. So, ein Modul habe ich noch. Boah, was? Hm. Ja, was, was brauchst du an Material? Eigentlich gar nicht. Eigentlich. Das, was ich für brauche, ich sag mal, das habe ich eigentlich schon in der Vorbereitung. Ich habe viel Sonnen, aber ich wollte das halt gegen irgendwas tauschen lassen. Ich bin tot, ich habe keine. Ich brauche halt oxidiertes... Ich komme dich nicht wiederbeleben, habe ich das schon mal gesagt? Oxidiertes, glatte, effizientes... Ich habe gerade nicht so... Ich war gerade bei Rocket Coffin's. Und weil die Glacken, die brauche ich auch... Boah, was für ein Anti-Made. Will mit uns spielen und ist überall woanders, aber nicht in dieser Mission. Ah, ja. Ja, aber ich habe versprochen, dass ich aktiv bin. Aber ich bin mir hier auch richtig. Alles gut, Nubi. Aber jetzt geht das vom Mikrofon her, ne? Jetzt bist du eigentlich vom Sound her fast genauso wie die anderen. Nicht zu laut. Ich bin ein Perfektionist. Mhm. Ihr könnt mit der Hand wegboosten. Mit der Hand, äh. Willst du sonst so den Glotz immer kommen? Naja. Ich kann euch ein bisschen Bedrohen geben. Ja, dein Level reicht zum Suchen, da. Boah, ich treffe mal wieder gar nicht. Ich ziehe voll keine Deutung zu sagen. Ich gehe zum Glotzbot hin. Sicher, bestimmt. Stimmt, wir haben auch keine Zeit mehr. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Fahr. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Verrückt. Aush. Ach du Scheiße. Hinter dem Schutzbunker um die Ecke. Ah, hast du? Ja, ja. Hinter dem Schutzbunker. Ja, dann brauchen wir. Toll. Dann brauchen wir nicht weiter machen. Hat Gamer King was geschrieben? Ne, ne? Das letzte war Discord und dann... Ja, gut, okay. Taifung ist das. Ja, Taifung. Ne, weiß hat sich wieder neu geladen. Wie immer. Ja, das verstehe ich bei dir richtig. Ja, es nervt richtig. Woher können wir das haben? Entweder über Stream oder In-Game. Er hat einen HP, der Glotzbot. Ich rast aus. Oh, boah. Oh, ich will gerade... Dich haben wir jetzt ja auch In-Game kennengelernt. Wie alt bist du, René? 13. Ja, da hat man mit Parship noch nichts zu tun, Badass. Sollte man nicht. Ne, das stimmt allerdings. So, jetzt mal die Frage, René. Wann habt ihr... Juno. Wann habt ihr Sexualkunde gehabt? In der vierten. Echt? Wir auch. Dritte, vierte Klasse. Ne, dritte bei uns. Hammer, ey. Bei uns war das nicht so früh. Wollte ich gerade sagen. Bei mir war das nicht so früh. Und ich habe letztens in der Schule gearbeitet, wo auch Drittklässler und Vierklässler waren. Und dann fingen die da an, mit Sexualkunde-Videos gucken. Ich dachte, okay, alles klar. Das sind alles kleine Knirpse. Wir gehen welche besuchen. Wir machen einen Besuch. Ich verstehe das auch nicht, was die uns in der dritten Klasse Sexualkunde beibringen wollen. Also für die Jungs glaube ich eher uninteressanter, aber für die Mädchen ist es nicht mehr uninteressanter, weil die ja recht früh reinführen. Ja, das stimmt. Doch, das stimmt. Ich habe gelernt, dass man... Also, ich habe jetzt in der... Wie, nee? Ich habe gelernt, dass man beim... Beim, äh... Beim Ebel machen nicht füßen kann. Das habe ich gelernt. Das andere habe ich nicht gelernt. Auch das geht. Hallo, FSK 18 hier. Ja, bei mir ist es... Alle unter 18 sind jetzt schon aus. Ja, genau. Das ist, äh, morgendliches Problem, oder? Hm. Hm. Äh. Aber gut, das merkt man doch, dass man da nicht pinkeln kann. Es ist von den Jahren zu Jahren... Frauen können das. Zum Beispiel. Ja, das ist richtig, ja. Das ist korrekt. Also, wir sollten nicht so detailliert darüber im Stream gehen. Da können wir uns gar nicht drüber unterhalten. Wie war das Samstag unser Thema? Ja, echt, ne? Da war es wesentlich später. Ja, und da war es schon später. Das habe ich auch noch nie so gehört. Hast du es noch nie gemacht? Jetzt bleibt mir mal zu intim, halt. Zu intim, ja, wollte ich gerade sagen. Zermal mal jetzt. Ey, das läuft bei dem Jungen falsch. Wieso? Junge, junge, junge. Junge, junge. Original, nicht zu können. Was, gleich, gab es diese Woche überhaupt ein Update? Ja, genau. Das ist nämlich das, was ich auch vermisst habe. Wo ist das Update? Ich bin ja morgens, bin ja morgens nochmal reingegangen, habe eine Punkte abgeholt, habe die Verteilung mit mir aufladen, wo es stand übrigens wo warst. Ja, richtig, der epische. Ja, und Red Dead habe ich jetzt laut Story-Modus komplett durch. Hals, Maul, ehrlich. Hey, Schwitzer. Du hast RDW kommt nicht durch, du hast Red Dead Redemption durch, Alex. Wieso kriegt der keinen Charme, ey? Wahnsinn. Ja, aber ich dachte, nämlich der wäre fallen, verwundbar. Ich habe nämlich auch gerade... Ey! Hallo! Hier Dicke ist der. Feuer. Ich habe Feuerwaffe. Warte mal, ich gehe mal eher ums Eck, weil der Zermalma hier, ich habe hier zwei Zermalma. Oh, unfassige. Aber wir hätten nicht mehr Metall bauen dürfen, ne? Ach, davon mal abgesehen. Ich denke auch, das war ein Fehler. Wie ich gerade sehe. Wieso ist das so, dass ihr manchmal mega viel Schaden macht und manchmal macht ihr fast gar keinen Schaden? Das hat aber jetzt aber, glaube ich, nichts mit Crit zu tun. Äh, kommt auf die Hülle vielleicht auch an? Ja, aber ich habe gerade eine mit Feuer auseinandergenommen und... Wieso setzt hier jemand seine Base und nicht auf dem Schutz? Schutzbunker, wie es einig gehört. Ich, weil du nur fünf Kacheln hast und... Ja, mach doch trotzdem auf den Schutzbunker. Das kann ja noch einer sein. Ist ja trotzdem besser als so jetzt. Ja, aber das bringt ja eh nur Waffenhaltbarkeit. 60 Prozent. Das ist immerhin, ne? Ah. Ich sehe auch, ob ich nicht meine Hilfe bin. Das kann ich mir nicht geben. Ja, ist ein bisschen kompliziert, wenn du spielst und dann auch noch Rocket zuschaust, ja. Ne, ne, ich habe nur mal kurz reingeguckt. Ja, immer nur kurz reingucken, genau. Naja, es verzieht sich gut. Hoch genug vom Level. Hoch genug vom Level. Ja, jetzt habe ich zwei Missionen fertig. Super. Schönen. Schönen. Hä? So habe ich so viel Schaden gemacht. Alles klar. Hä, ich habe die ganze Zeit nicht mal richtig gespielt. Köter und mir dann mit diesem 82er Teil. Raus! Hm. Komm hier nicht raus. Ja, dieser Chat, Digga. Digga. Der hat zu viel Rocket geschaut, Digga. Ja. 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 Ich nade jetzt mal ganz kurz meinen Streamen neu. Digga. Noob? Noobie? Noobie? Ja, nur, ne? Das ist echt wenig, ey. Noob? Das ist für zu wenig für mich. Noob, noob, noob? Ist raus. Das ist eine Wurst. Ich wollte ihm noch was sagen. Das ist ein Noob. Einer, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Ne, ich habe gesagt, das ist ein Noob. Ach so, okay. Er musste gerade Game Restart. Ja, schöne Grüße dann an Rocket, ne? Richte ihn mal bitte aus. Ich war ja im Stream. Richte ihn mal bitte aus. Ein Monat dünnert jetzt nun auf seinen Nacken, ne? Er wohnt ja nicht so weit weg. So, Goldmaus? Was ist los? Goldmaus? Ach so, der Chat war ein Weg. Äh, nein! Ah! Ich habe schon wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Das muss ich kurz einladen. Eieiei. Sorry. Sorry, sorry. Wir haben mal wieder auf den falschen Knopf gedrückt, wie immer. Ich habe es im Stream gleich gesehen. Ja, genau, falsch. Äh, Goldmaus? Danke, Noob. Ja, Gruppenfunktion, ja, ja. Wird angezeigt. Ne, ne, das haben auch nur einige irgendwie gehabt. Ach, muss, Sakura muss eben PS4 noch stauen. Aber echt mal Goldmaus, ne? Tempo, Tempo, Tempo. Tempo, Taschentücher. Ne, ich hatte sonst Dings eingeladen. Ein Volt. Der hat auch schon lange wieder nicht. Auf jeden Fall müssen daher alle mal einmal weg. Auch du. Ne, auch du. Ich muss mal Mission mit anderen spielen. Das ist mal eine Daily Quest. Was spielen wir heute jetzt? Weil irgendwas anderes jetzt nochmal über den? Kann ich ja mitmachen, weil ich brauche auch Gold. Ist das denn schon wieder? Ist jetzt übrigens 2 Cut? Ne, auch immer noch nicht. Doch. Ne, aber es ist 94. Scheiße. Aber jetzt sehe ich heute mal wieder, welche Missionen du auslässt. Ah ja? Ja, das ist also aktuell sehe ich. Warte, leckt das, wenn ich es so mache? Möglich wirklich. Ich muss drei Missionen in brutal machen. In brutal? Aber die machen später allein, glaube ich. Oder? Wieso? Wieso? Das kann man mit anderen nachher verknüpfen. Geht das? Ja. Wenn ich mit anderen mit brutal mache, dann gehe ich das? In brutal. Ja, Goldmaus. Ist klar. Ja, in brutal. Ja, ja. Können wir dann machen. Perfekt. So, was wollen wir denn jetzt überhaupt für eine Mission starten? Also ich hätte ganz gerne irgendwas mit Auge des Sturms, oder? Egal. Also am besten fände ich ja, reite auf den Blitz, liefere die Bombe, oder bekämpfe den Sturm. Aber ist mir eigentlich. Ich? Scheiß Missionen in Hunderter. Evakuiere oder Bombe oder Zweikart. Und das ist... Also die ist ganz nice, weil die hat 18 Blitze in der Flasche und Auge des Sturms. Beides. Aber ist halt Evakuieren, ne? Das ist eine Kack-Mission, ey. Ich hasse es. Ja, die können wir eigentlich mal zocken, oder? Weil ich hab noch einen Auftrag eintödisch, nur noch. Du hast auch Evakuieren? René? Ne. Reize auf den Blitz. Ach so, ja, sorry. Bombe und Kämpfe. Ja, okay, die Vierer wäre ja noch was wir da haben. Wie die Vierer? Ach, die haben wir auch vorhin. Die 100 der Vierer. Ah, ne, hör auf, ey. Die war schon anstrengend genug vorhin. Da hab ich sie kennengelernt. Da hab ich sie kennengelernt. Hm? Nicht auf Parship, auf jeden Fall. Hoi, hoi. Moinzen. Doch auf den, ja. Auf Dinger, Parship und irgendwas. Labu gab's doch auch noch. Ja, Badu gibt's auch. Jaume. Da gibt's einige Elite-Partner, ne? Du kennst dich aus. Ey, ich war überall mal angemeldet. Aber nicht Parship oder so, wo man Geld bezahlen muss. Aber nicht, hör auf, ey. Der Norman, der Norman. Wo ist eigentlich Ali schon wieder? Ali. Oh, ich hätt gerne heute Morgen irgendwie ein Paket oder so. Wär's denn mal möglich? Nein, natürlich nicht. Aber René, für dich wär's doch mal geil, wenn du mal so ein Twitch-Account hast. Und mach's. Ne, eben. Kostet ja nix. Hunderter Gegner. Was? Warum? Wieso? Scheiße, ich spielsoldat. What the fuck? Oh, Leck. Na, moin. Ja, weil wir wieder ein bisschen gewartet haben. Der ist jetzt eine Drohne und fertig. Hey, du bist so kalt? Oh, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ah, perfekt. Na, René? Ja. Du brauchst einen Twitch-Account. Was ist für eine Zone? Hunderter. Oh, ich hab jetzt noch meinen Konstrukteur. Egal. Ist nicht schlimm. Ich such mal derweil die Storm-Chest. Ja, ich mach abreißeräuern. Ja, preißeräuern. Oh, ich hätt auch lieber meinen Entdecker mitgenommen. So viele Lamas, wie ich grad schon wieder sehe. Ich hab die Storm-Chest. Also hier macht ein 82er Hammer schon viel Damage. Also du kannst auch bauen mit was du willst. Ist kein... Oh, fuck. Also ich brauch weniger. Ja. Ey. Bei mir hier. Wenn ich nicht vorher sterbe. Weil der Schweber macht hier ganz gut. Nervig. Ja, nein. War so klar. Arschloch. Danke. Ach, hier ist sie. So. Alle da? Wie alle da? Woll ich starten? Kann starten. Nicht die Höhlen umbringen, dann warten bis ich mal gestartet habe. Nicht mehr. Hallo, ich bring den Strahler hier um. Ich will nicht hin. Nein, gar nicht. Hörst euch, dass eine leere Seite ist. Zurück. Danach hinter Luft. Alter, ich hab Ausfall sehen. Ich will dann aus... Out of... ...Müffel. Nee. Ernsthaft? Ich hab Ausdruck gemacht. Er ist scheiße. Er ist eh scheiße. Ne, Energiebasiskeil ist besser, ne? Finde ich. Was bringt der? Energie. Welches Level hat denn die Mission? Achso, ähm, warte mal, René. Also, äh, wenn du willst, und ich weiß nicht, du spielst ja über Controller, dann kannst du ja, je nachdem welchen Modus du da eingebaut hast, kannst du auf dein Touchpad drücken. Und dann siehst du, äh, Inventar, Einheit, Ziele und Aufträge. Und bei Ziele steht das, was für eine Mission wir gerade sind. War das? Kannst du mal zu mir kommen kurz? Kann auch gucken, wieviel Schaden man schon gemacht hat und so. Da unten bist du. Ja. Irgendwie so. Würdest du einfach mal die Minigun holen? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Das hört man ein bisschen. Ja. Dankeschön. Ich muss ja immer nochmal Pipi machen, glaube ich. Was? Was? Nichts so lange. Max Level, ey. Wäre nett, wenn man jetzt mal warten kann, wieviel man einen Loot zum anderen einsammelt. Achso, René, bei uns läuft das so, da fragt man, ob man den Loot haben darf oder nicht. Also bei Fasrige, da ist, äh... Ja, genau, da ist Krieg. Da ist richtig Krieg. Wenn wir nicht klauen, kriegen wir uns aufs Rücklauen, dann kriegen wir aber eins aufs Rücklauen. Fasrige ist so ein Machtkampf. Bei uns. Auch keine. Da wird immer gekämpft. Achso, Typhoon. Wieso Popo-Version-Mission? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht, was du meinst. Wo war das? Popo-Club. War das oder hier? Popo-Club? Ja, Annie und Bert. Popo-Club. Na, Dennis, was ist denn los? Sag, Caro, wie alt bist du? Sag, Kura. Ja, es kommt ein großer Seufz zuerst mal. Die Leute sagen auch immer Sarkasmus. Herr Mäuserich. Herr Mäuserich. Bei bester Kurve schwingt mir gerade ein Video von wegen, wenn vegane Freunde dich zum Essen einladen. Und da habe ich jetzt geschrieben, ja, ich habe noch einen gut, weil er mein Geburt so vergessen hat, der Asi. Oh, scheiße, was ist denn hier los? Ja, vegane sind ja gemein. Die ersten beiden essen das Essen. Nee, da wollte ich erst doch eigentlich erst da runter. Du kannst auch runtergehen. Ich gehe wieder hoch, auf jeden Fall. Da läuft irgendwas nämlich violett. Hau rein, gönn dir. Er hat mit Hammer die Dings kaputt. Na, ich muss gleich nochmal wieder mit meinen Entdecker spielen. So geht das nicht, ich brauche Loot. Und ich bin genau so alt wie Jaden. Hm, alte Frau. Wer wollte denn da einen Verteidiger setzen? Ich nicht. Das war der René wahrscheinlich, ne? Ja, wir sind nicht in der Vierermission. Ich bin auch aufgefahren. Ey. Was machst du denn? Bist du runtergeflogen? Hat man nicht gehört, den Furz, ne? Welchen Furz? Na, ich habe gefurzt. Nein, der Hund auch schon die ganze Zeit. Aber was für Granaten, ey. Aber diesmal war ich das. Und wenn er laut ist, dann stinkt er nicht. Ich, ja, das sind auf jeden Fall die Nenners. Ne, ich, äh, ich sag das ja auch, wenn ich gefurzt habe. Wenn es irgendwann nochmal die Riechfunktion, obwohl es gibt die Riechfunktion, und da wären wir wieder bei den Perversen. Äh, weil es gibt doch so mittlerweile, ich glaube die Asiaten haben das immer wieder erfunden. Bei diesen Webcam Girls, und dann gibt es doch sogar jetzt hier mittlerweile Riechfunktionen und so ein Scheiß. Irgendwie so, ich hatte das mal gesehen. Es gibt sowas, wo du, ich sag mal, was nachfüllen müsstest, und Ellen versucht, äh, anhand von Daten den Daten abzustellen. Ja, genau, irgendwie so. Das ist doch gut, guck dir doch dieses A-S-A-R-Dings an mit dem Doppel-Mikro. Aber das ist ja fast genauso. Das ist ja wirklich was auf dem Raum, wo ich sehe. Hm. Oh, la. Komm her jetzt. Ricola! Ich bin auch mal geierig. Ja, mit den Slips. Ja, mit den, du kannst ja der Puppe an den Slips und alles. Irgendwann hat man das mal in der Papage gebracht. Mit sowas, und das gibt es wirklich, dass da die Möbel's hingehen und sich da das Geld verdienen. Ja. Aber wieso Typhoon? Ey, das geht doch noch, ist ja keine Vierer. Oh, man hat mein Gegen gesehen. Geht schon wieder los. Obwohl ich Mittagsschläfin habe, aber nur eine halbe Stunde irgendwie habe ich geschlafen. Warum auch immer. Oh, ich hab mir gegönnt. Ich war unterwegs heute Morgen, also Freitag ist mein freier Tag, weil ich da nicht arbeiten muss. Wie war das mit dem Spruch, äh, Mittagsschläfin in jungen Jahren, äh, gehasst? In so einem höherem Alter, sagen wir es mal so. Hä, hä. Das ist ja mein Vater, der lebt sich auch nach dem Mittag hin und dann, äh, Pepp. Ja, ich war die ganze Zeit unterwegs heute Morgen, also kann man sich ja mal nachmittags, äh, Mittags auf dem Schläfchen hinlegen. Ne, erst beim Rathaus, dann beim Tierarzt, also ich war die ganze Zeit unterwegs. Vor allem hier hat das so ewig lange beim Tierarzt gedauert, weil der voll war. Ein Hund. Wie heißt der? Tutti. Deswegen heiße ich auch, äh, hä? Deswegen heiße ich auch Jessica-Tutti auf Twitch. Wegen meinem Hund. Ah, den Namen hat sie von ihrer früheren Tätigkeit. Was ist das für ein Hund? Ne. Tutti, frittig. Das ist ein Malteser. Du kannst auch gerne auf Instagram schauen, falls du Instagram hast. Oder in der, äh, Twitch, äh, Beschreibung. Ja, wenn er sich mal einen Twitch-Account holt, dann ja. Hm, hm, hm. Da ist wieder unser Fake-Bits-Spender. Ah, ich setze noch mal ne Drohne. Ich putz mir nur 0815. René, hast du hier gerade den Turm hoch gebaut, oder was? Ich glaub, ja. Doch, gerade. So, ich gucke in den Chat, guck wieder nach vorne, da hab ich hier die Mauer von mir stehen. Hm, hm. Das ist jetzt so ne Drohne. Das ist mal ne Drohne, ja. Die Emission ist zu leicht, das heißt, ich hab mein Köder. Hm, hm, hm. Hä, der Köder, der macht sogar Schaden, weil ich da so ein Unterstützungsbonus, den es da drin hab. Was ist mein Hund eigentlich, ey? Ja, siehst du, es hat doch Vorteile, den Constructor zu spielen. Ja, keine Ahnung, wo mein Hund schon wieder ist, ich muss mal mal zu gucken. Ich schmeiß die ganze Zeit nur, keine Ahnung. Och, Tuti, was machst du denn hier im Flur? Hm, 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 hm. Oh, ich bin angegriffen. Nee, nee. Ja, es wird, wie gesagt, es wird ja weniger. Hä, ich spiel hier ja nicht wundern, warum ich so wenig Schaden mache. Ich spiel hier mit dem 82er. Dingens. Hier, jetzt siehst du Tuti. Moment, da, weiter, weiter. Dingens. Hammer. Ich spiel hier schon die ganzen Haare. Macht Bohnenstorff auch Schaden oder guckst du den hier weg? Hm, Dodi, Dodi, Dodi. Wieso hat da einer sieben Malachie, äh, sieben Drohne, wenn ich wissen? Ist möglich. Ah ja. Äh, ich setz' ne Drohne und... Dings. Guck mal da. Trudi! Oh, kleiner Holbsang, ist hier zu warm hier auf der Couch schon, aber wir haben hier auch gerade ein bisschen... Ich wollte die Treppe vor der Masen nütze, Thomas. schon wieder, wer baut denn da so viele Trämmen? So muss man... War das aus Versehen? Das BR-Modus. Nein, ich hab ja von Kampf Pro auf Brau Pro gewechselt und wenn wir in Brau Pro spiele, dann will ich manchmal so umswitchen und dann verziehe ich aus Versehen. Ja, man muss sich erst dran gewöhnen, ne? Boah, dann ist das viel besser. Ich werfe eine Granate. Lol. Ach, scheiße, die ist dann irgendwie dran. Ist der Machtbasis-Keil auch gut oder ist der nicht gut? Ja, doch, der ist auch gut. Was bringt der? Ja? Ja, war gut jetzt. Ach, ich weiß es immer nicht, genau die Features. Ich weiß nur, dass die gut sind. Ich guck mal, ich hab mir die halt alle geholt und so. Auf jeden Fall schlau, ja. Aber der hat jetzt keinen Köder. Ich hab auch früher bereut, dass ich hier mir den 8-Bit-Demo nicht geholt hab, also den hab ich vorhin die ganze Zeit mit anderen zusammen gespielt. Äh, ja, moin, Koba. Get Rudy. Ja, das ist richtig. Der hört sich auch jung an. Den haben wir vorhin aufgegriffen. Der lag da so rum in der Mission. Und dann haben wir ihn mal mitgenommen zum Spielen. Wie ich so gut bin. Genau, weil er so gut ist. Richtiger Babo-Spieler ist er. Ja. Auf jeden Fall von der Skizze. Ich hab 5 oder 630 Skizzen. Ja. Für dein Level auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man sie nicht bauen kann. Klar, ich hab 3000 Sonnen. Ein Spacko, der sagt, er hat keine. Nee. Hey, ich hab genug Sonnen, hab ich doch immer gesagt. Achso. Ja, ja, nein. Mensch jetzt. Wir sind hier nicht im Süden. Wir sind hier im Norden. Also ich zumindest. Da gibt's keine Sonne. Hier gibt's nur Regen. 1 Grad. Kalt. Und feucht. Ja. War echt kalt. Ja, der ist gut, ne? Ja. Mein ganzes Schaden hab ich nur mit dem Hammer gemacht. Der ist jetzt nicht viel, aber der ist auf 82. Ja, ist auch gut gemacht für so'n Level. So als Lobob. Moin Lennox, echt? Also bei mir steht ein Grad, es könnte auch null sein. Also, die Temperaturanzeige ist hier nicht so exakt genau. Aber ist schon auf jeden Fall arschkalt. Aber so richtig Frost ist noch nicht, auch nicht morgens auf den Autos. Es geht noch. Ich glaub wegen der hohen Luftfeuchtigkeit irgendwie ist das noch zu warm. Dafür. Kommt noch. Ich will gar nicht, dass so kalt ist, ey. Ich freu' mich wieder auf. Es ist Sommer. Es ist schön warm. Schön. Kannst du noch mal deinen Hund an die Facecam tun oder so? Die liegt gerade wieder. Hast du nicht gesehen? Nee, ich guck gerade nicht. Es ist für gut, dass du nicht guckst. Aber hauptsache ich soll den Hund an die Facecam... Ja, deswegen guck ich jetzt wieder. Ja, warte. Ach, tut die Maus. Es tut mir leid. Ich muss dich noch mal wieder ganz kurz wecken. Ach, die tut ja sonst auch nichts für ihr Geld, also. Ich muss Haare morgen schneiden. Sieht ziemlich wüst gerade ein bisschen aus. Irgendwie als hätte sie immer die Haare am Ende. So. Da ist Knut. Ach, wie süß. Die ist ja so weiß und so. Ja, manchmal. Nicht immer. Ja, das ist die Tutti. Liegst du oder was machst du? Ich liege immer. Manche Leute sagen schon immer, was? Jessica sitzt mal. Das ist schon selten. Was heißt, ich liege? Ich sitze liegend. Wie soll man das denn beschreiben jetzt? Ich sitze liegend. Ich sitze auf nem Sitzsack. Also ich liege auf nem Sitzsack. Ja, zurückliegend, genau. Ja, das ist ja auch chillig. Guck mal, geil. Jetzt habe ich zwei Missionen. Drei Kategorie, reite auf den Blitz und repariere. Aber fünf aktive Energiezellen gibt es dafür. Das ist doch eine komplett Verarsche. Das ist immer echt Verarsche. Wer braucht das denn? Ja, eben. Ich habe über 1000 oder sowas. Ja, ich habe auch richtig viel. Braucht kein Schwein. Das ist schon wieder Roboter-Time. Was wollt ihr denn spielen? Ja. Sagt mal, was wollt ihr spielen? Am besten bekämpfen wir den Sturmreiter auf dem Blitz oder liefern die Bombe. Oder wir machen für dich zusammen spielen. Naja, aber da muss ja einer wieder gehen. Ach ja, stimmt. Nee, dann ist das gut. Eben. Ähm. Sakura? Was sagen denn deine, äh, dein Reiter auf dem Blitz und dein Dyer? Ja, ich bin gerade dabei zu gucken schon. Aber Reiter auf dem Blitz wäre ja für René auch ganz gut. Dreikart ist nicht so doll. Ist auch nicht so doll, die wir... Sakura? Ja, die Bombe hasse ich auch. Ja, ich mag's auch nicht. Aber davon abgesehen ist hier auch gar keine Bombe in der 100er. Reiter auf dem Blitz oder Dreikart ist die einzige. Sakura! Hm? Moin, Lennox. Ja, klar. Was du brauchst, missionmäßig. Wir kämpfen für den Sturm. Ja. Kategorie 2 und Datenbeschaffung. Äh, okay. Ja. Ne. Ja, ich hätte auch gerne mal den 1er, der wird schnell. Aber... Dann würde ich sagen, machen wir einmal Reiter auf dem Blitz und Datenbeschaffung. Wo ist denn? Datenbeschaffung... Also, ja. Ja. Ich find den 1er auch gut. Weil den brauch ich auch. Der wird auch schnell. Also, ich find den auch gut. Das ist generell hier dieses... Ja. Roboter. Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab... Ähm, ich hab... Ja, ich auch bei allen. Aber das Problem ist, wir haben... Ja. Wir haben nirgends wo in einer Atlas hier. In der ganzen Karte haben wir keinen. Nirgends wo, ne. Also, ich brauch 82er, aber... Ne, ne, wenn, dann würde ich meine Mission gleich mitspielen. Also, machen wir Reiter auf dem Blitz und Datenbeschaffung? Ja. 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 Also, Reiter auf dem Blitz kann ich gebrauchen und Datenbeschaffung reichen an. Ja, Sakura. Äh, Lennox, Male, das ist kein Problem. Du kannst ja irgendwann mitspielen. Also, gucken wir wann das zeitlich passt, wenn jemand rausgeht. Wenn jemand keinen Bock mehr hat. Dann... Lennox, was bist du denn für ein Level? Ja, ich doch, mein bester Kuhl hatte wieder gar keinen... Keine Ahnung, ey. Ach, 14, du bist ja noch ein Anfänger. Okay, gut. Hm, kein Problem. Kannst nachher mitspielen, weil ich muss nachher noch Mission mit anderen spielen. Da kannst du nachher mitspielen. Oh, ich höre den Bus schon. Oh, ich vergesse ihn schon, den Entdecker mitzunehmen. Da ist er doch. Der Bussi. Fülle Blue Glow hinzu, um den Staat vorzubereiten. Lars, wir den Bereitschaft, um Sturm abzubauen. Moin, Deadpool. Na? Heute keine Schicht, ne? Machen wir. Ja, genau. Richtig. Dafür macht ihre Wohl manchmal zu wenig Schaden, ey. Ja, genau. Ups, ich hab einen zu weit gebaut. Ah. Ich bin jetzt. Du bist jetzt? Ne, jetzt ist mein Hammer nicht so gut. Wo ist hier ein Fass? Ich misch mal in die Mitte. So viel Damage. Ich glaub, der macht euch nicht so viel Damage, wenn ich dann da bin. Du bist eh nur 82 gewesen. Der hat ja fast gar kein Damage. Das ist auch so ein Normale. Ah, das macht echt Unterschied, ja. 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 Drei Mal drauf sagen. Aber ich bin dafür auch, dass wir hier mal wieder ein paar Pfeilen bauen, ey. Warum nicht? Hattest du eigentlich jetzt trotzdem im Stream gesagt, wann du morgen... Hattest du noch mitspielen, obwohl er Weihnachts nicht ist? Und der Lennox würde morgen gehen. Ja, Lennox. Entschuldigung. Momentchen. Also... Ich denke mal, morgen bin ich im Stream. Oh ja, dann kommen wir doch. Also morgens könnte sein, dass ich eine kurze Runde mache, aber sonst würde ich sagen ab Mittag. Irgendwie so. Aber safe will ich nicht sagen. Ich geh halt erst frühstücken und dann weiß ich nicht, ob ich zu hart ein Nickerchen machen muss. Ach, jetzt ruft er an. Moment. Na, Lennox, damit kannst du leider nichts anfangen. Dennis, ich bin im Livestream. Oh, oh, alles klar. Wir machen morgen noch mal. Du kannst, du kannst reden. Also du kannst jetzt mal singen für mich. Es hören dich nur alle. Och nö. Wie, och nö. Kannst ja wohl mal machen jetzt, ne? Ja, ich will mich gleich morgen noch mal. Guck mal, er kneift. Na, alles klar. Bis dann. Bis dann. Viel Spaß noch. Danke. Ciao. Er hat nix getrunken, deswegen kneift er. Ja, René, da ist Sakura sehr pissig. Ja. 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 Jetzt kommt man jetzt raus aus der Höhle. Ach so, doch immer noch Deadpool. Ja, das Feierabend 22 Uhr irgendwas Deadpool. Äh, also Lennox mit einer 106er, kannst du auf deinem Level nichts anfangen. Das ist vielleicht ganz geil, aber es bringt den Null. Viel zu schade, wollte ich ganz sagen. So, seid ihr jetzt mal alle da? Was ist denn hier los? Ich stehe da schon. Ach so, okay, ja gut, dann starten. Das ist wie das Schöpfe aus dem unterseiten. Ich bin ein Saumseller, wo ich 82 Jahre war, wie schwule bin ich war. Nöpö, du. So, achso, du hast auch schon zwei Ballers. Ja, dann kann ich ja weiter meinen Fallentunnel bauen. Lennox, hier kannst du dir ein bisschen was abgucken, wie man spielt. Oder wie man nicht spielt. Boah, was ist denn hier los jetzt? Warum die Meute hier? Finde ich ja gar nicht gut. Und jetzt, sie trifft wie immer nicht, wie immer. Boah, geil, ich kann mir Musik machen und hab voll Holz und voll Metall. Können wir aufhören, hier alle zu spawnen? Was denn da los, ey? Was ist das für ein nerviger Scheiße? Ei, 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 ei. Sieht ihr auch manchmal das real oder gar nicht? Also ich gar nicht. Das erlebst du alle Jugo-Jahre, das mache ich echt für spezielle Leute mal, vielleicht. Wir hatten mal eine Zeit lang Suche und Versteck gemacht, aber haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Montag ist immer Dead by Daylight Tag. Jetzt haben wir so dazu erklärt. Jetzt. Jetzt so, seit ein paar Montagen. Ähm, und ich werde jetzt noch mal das Wochenende der Assassin's Odyssey so spielen, weil ich das ja umsonst bekommen hab. weil ich das Mikro ja auch umsonst gekauft hab. Ja. Obwohl, das Mikrofon kann ich dann trotzdem vielleicht mit der Elgato mal gucken. Ja. Richtig. Ja, obwohl ich mich frage, ob das ist wie beim Noob, ey. Wenn, ich hab ja so viel Raum hier, dass so gut wird, weiß ich dann nicht. Ja, genau, testen. Das ist aber sehr spezifisch. Können wir noch mal. Ja, danke. Du musst deine Finger wieder nicht oben ran holen. Nee, he he. Ist ja ein Standmikro, ja? Ja, das heißt ja nicht, dass du oben ran fassen musst. Nein, aber das heißt auch nicht, dass ich's generell in der Hand haben muss. Testen. Ich setz das Ding mal wieder hin. Festmust, ne? Ah, da, 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 da. Da, 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 da. Das ist besonders. Ach, ja. Ich will eigentlich überhaupt mal jemand bauen. Ne, ne. Ich will ja die einzige hier. Ich renne, ich renne, ich renne überlegen. Na. wie man lama mit ich habe keine märz mehr ja ich habe vergessen mein entdeck aus moin robber stone ja weil ich nicht einfach irgendwelche links hier zu lassen du meinst sr ausrufezeichen ich streame noch nicht über programm meine elgato ist gerade im anmarsch noch stüme ich nicht überall gato und streamlabs aber bald ist eine elgato ist ein der ist ja das hat meine fall kaputt gemacht ist eine capture card also die kannst du von der playstation zum pc verbinden und dann hast du den stream auf dem pc dann kannst du so welche programme wie streamlabs oder streamlabs obr ist also obr ist meine ich kannst du dann benutzen um zu stream da hast du halt wesentlich mehr möglichkeiten so jetzt will tut die rauskommt jetzt war sie schon lange nicht mehr draußen oder für ihre verhältnisse ach du die warte ich komme ich moin trouble maker ich lese gleich alles gut robber das konntest du ja nicht wissen ich werde das dann auch in meiner beschreibung natürlich auch irgendwann hinzufügen ja haupt tut die ich muss mir tut die auch immer noch mal heute abend rausgehen die mappi machen nee ich wohne im keller da kann ich meinen hund mal in ruhe zu rauslassen ich mache man nur die terrassentür auf und dann geht das troublemaker ja richtig einfach mal durch die map fliegen und einfach mal suchen und keine vierer mission spielen dafür sondern einfach eine normale plankathon ab level 40 kriegst du sturmtruhen glaube ich warte ich komme gleich nachdem ich die hexe gefunden habe die arschliche haben hier okay ballast kümmert sich schon warte ich komme sakura das ist mein hund noch mal ganz kurz ja aber ich wollte nun haben ich brauche zumindest stein ich habe auch eine mini kann zu not danke zu dir dass mich nicht machen lassen wir kennen das mit der mini kann ich habe fest hier laufigkeit an verkehrte richtung zu dir hast du den knochen jetzt unter den teppich du dir was machst du hey ich habe mir nur fest brauchst du endlich noch maler ich danke ob sie ob sie kann ich ja er kann ich gebraucht aber das war aber nicht so viel steuern die meisten hause auf 106 weil die level ich nicht mehr recht dass er erreicht nicht so schauen wir die buchst du hast bestimmt noch eine kiste aber ich habe keinen bock was machst du denn da an der wand ja wollte ich gerade sagen troublemakers kommt auf dein level an ja richtig ja aber eigentlich nicht für die storm chest was los zu die ja zum beispiel stein weil nicht nur also ich glaube erst ab 40 na du böser hund ja du hast mein blick schon gesehen der blick geht zum kühlschrank hier sie holt das messer aus langsam ohr alter tut dir was machst du da langsam mensch du sollst nicht gegen die kissen rennen und alles weil du so aufgeregt bist level oder blitz ja wir warten bis ihr da fertig seid ne ich mach mal ganz kurz medikamentenfütterung und mhm jetzt gerade. So komischerweise war sie vorhin Sterne. Oh, die scheiß Hexe. Hat jemand von euch die Pristole als Skizze? Ja, sicher gekauft. Ich kauf alles. Ich meine auch aufgelabelt. Nö. Da ich habe meine EPs im Moment und meine Sachen für Überlebenden spare, gebe ich dafür jetzt nichts aus, weil dafür brauchst du auch Blitzen der Flasche und Auge des Sturms und so. Und das brauche ich halt im Moment alles für die Überlebenden. Ich habe früher mal 6000 von reiner Regentropfen getragen, als ich Plastik auf dem Hau war. Boah, alter. Heftig. Da hast du aber mal richtig gesuchtet, ne? Naja, es gibt ja einmal im Monat so eine Mission, wo man vierfach Regentropfen kriegt. Fünf Stunden lang. Komm mal her, Dudy. Ja? Ja? Komm her. Ja, der Pitbull, ey. So, das reicht dir wohl. So, mehr kickst du nicht. Rüber gleich mal starten. Ja. Ich warte noch hier, das ist noch ein Globuli. Hey. Hey, du sollst mir nicht vollsaunen, Uschi. Fein. Mehr gibt's nicht. Deinem Fall, mhm, Leberwurst, ne? Ja. Nee, mehr gibt's nicht, Fräulein. Jetzt geh mal weg. Mh, mh, mh. Hey, ich vergesse auch sonst nachher, dann denke ich, ich gebe dir immer am frühen Abend. Jetzt vergesse ich das nachher, die Medikamente zu geben. Was hat man? Ach, zu großes Herz und Leberinsuffizienz. Obwohl das mit der Leber regelt sich gerade ein bisschen besser auf jeden Fall. Und das mit dem Herz auch, ne, Dudy? Ja. Weil sie ist schon alte Oma, ne? Mäuschen, jetzt geht's ins Rennen, Alter, langsam. So. Bad. Schon wieder Stress. So, ich bin bereit. Wollen wir starten? Wir haben ja eigentlich genug Fallentonnel. Wer sie auch immer alle gebaut hat. Ich hab keine Ahnung, wer das war. Weil alle so faul sind. Das hätt ich jetzt auch gesagt. Ich hab's immer so ein riesen Ding drum. Ja, ja. So, wenn's gut läuft, brauchen wir eh nix tun hier. Nur nicht in dem Fallenton. Ja, brauchst du doch nicht. Solange du dich nicht, du kannst gerne kämpfen, aber nur nicht in die Fallentunnel stellen, wegen den Fässern. Naja, manche wissen das auch mit Level 100 noch nicht mal. Ich will auch gar nicht kämpfen. Ach, scheiße, ich hab hier was hin. Also, ich glaub, ich will nicht kämpfen, aber ich kämpfe was. Nö, du kannst ja unten an den Spawn gehen und kämpfen, wenn du willst. Ja, nur wieder ist er ja auch in unserer Malmö. Na, er muss, Troublemaker muss ja auch die Mission zu Ende spielen, ne. Oder? Ja, zu Ende spiel musst du sie generell. Ja, um die Mission zu haben. Du kannst nur rein und raus machen, wenn du fahren willst. Ja, das ja. Ja, wir haben schon dann. Ne, ne, ne dicker Zumal mal wille. Ich schieß gerne mit, Alter, Betsy. Oh, ich hab die Skizze nicht. Ja, ich hab sie auch als Gefühle, die spielen sie gerne. Hm. Ja, dann hab ich sie safe auch auf Breaker. Pass auf! Ne, ich mein aus Versehen auch, ob sie man hat. Achso, ja, ob sie. Was? Was? Wer hat wo geschrieben? Ne, wenn es aufs Ratschi draufgegeben hat, wird es... Achso, Epic Games kannst du auch schreiben, ja. Richtig. Ja, wie denn? Ich kann die Agisakura jetzt erklären. Ich mein, wo? Support. Äh, ja genau, auf der Epic Games Seite. Die machen das auch ziemlich schnell. Du sagst, du hast es falsch gelevelt. Ich schießt ein Foto bei der E-Mail-Adresse, wo du die aufbauen, dass du eben die Waffe... Und das habe ich gesehen. Und die viele drei Tage hast du deine Waffe. Was denn? Ich hab's immerhin gemacht. Nein, ich rede nicht von dir, ich rede von Badass. Da waren keine Fässer, deswegen bin ich durchgelaufen. Da baut er mir einfach eine Wand vom Kopf da, ehrlich. Ach, scheiße. Was passiert eigentlich, wenn man die mit Fass anschießt? Mit einer Sniper? Wenn du nicht aufs Fass zielst, dann sterben die, aber das Fass geht nicht kaputt. Hier ist auch dick liegen, ja? Ja, hab ich schon gesehen. Kein Ding, Troublemaker. Badass ist hier der... Der Eckensteher. Genau. Ach, da fallen? Ach, ja. Ja, ich hab von hier oben oder da fallen sie eh unter. Ja, die kommen von hier unten auch. Ja, ich kann ja nicht überall bauen, ja? Ja, gar so doll wollte ich nicht mehr. Ich kann das auch wegmachen. Äh... Was mit der Verteidigung? Fangen wir mal an, oder? Wolltet ihr jetzt noch bauen? Nee. Ich hab nur hier vorne ein bisschen gebraucht. Was für hässliche Fliesen. Was ist jetzt noch ohne? Ich bleib mal hier unten beim Fallentunnel. Aber ich glaub, dass da sowieso... Ach, die scheiß Hexen schon. Können jetzt mal mal kurz durchkommen. Ich find das gut, mit euch zu spielen, weil die meisten machen immer keine Killtunnel oder so. Dann muss ich das immer machen, wenn man Material verschwimmt. Ja. Aber wie man sieht, nur ich hab gerade gebaut, ne? Hust. Hab ich ja jetzt eine Auszeit. Ne? Du bist auch gerne eingeladen zu bauen. Mhm. Ne, ne, passt schon. Alter, Arsch. Ach, Alter. Bauen und upgraden schon, aber fallen nicht. Upgraden ist auch in Ordnung. Ja. Was sind die scheiß Hexen? Ich wollte hier eigentlich nicht rumlummern, aber die Hexen, die sind einfach too much hier. Ach so, der, ähm, episch ist da. Und ich bin gleich down. Ja. Ich belieb mich selber, ja. Nein. Wir sind wieder in den Spiel. Äh. Nein, das sind die Paar, die ich meine. Das ist auch wie jetzt. So, jetzt können wir wieder weggehen, oder so? Ich hasse die Mini-Glan. Auch manchmal ist die man nicht gut. Eigentlich. Weil man stirbt immer, wenn man bei Gegnermengen ist, weil die macht ja fast keinen Schaden. Und... Ja, kommt drauf an, ne? Ich hab gerne die Pistolen gespielt, vom Cabroid zum Beispiel. Ja. Da gibt's aber auch andere Hilden mittlerweile, die haben die ja. Ja. Calamity-Ill-Soldat. Ja, Lennox, ich spiele ungern in Ninja, muss ich ehrlich sagen. Ne, Calamity-Ill-Soldat. Äh, Troublemaker, wenn du Hilfe brauchst bei den Einheiten, können wir dir das auch nochmal gleich nach der Mission erklären. Weil das ist das Wichtigste einfach, dass du nicht verkehrt machst da. So wie ich am Anfang. Ich hab früher am Anfang... Ja, schon, aber... Ja, früher hat man das auch noch gedacht, auf jeden Fall. Na ja, gut, ich hätte es weitergemacht, hätte es mir nicht mal irgendwann jemand erklärt. Ja, das meine ich ja, die Fehler erst mal machen und irgendeiner erklärt ihm das, dann weiß man auch genau, äh, was man euch macht. Also wenn du jetzt gleich online gehst, dir mit dem Guide raus ist, dann kann man sich behalten, das muss ich... Aber machen ja trotzdem einige, ne? Siehst du, er sagt, das wär super. Die liegen dann wieder, ob sie... So kann ich dich doch nicht wiederbeleben. Bleib doch mal liegen. Wo ist denn der Opsi hier? Zu viele... achso, ja, ich sehe schon. Zu viele Hexen hier, echt. Na, Tutti, was ist los? So ist... Wollen wir die noch zweimal machen, oder was wollen wir jetzt machen? Jetzt machen wir nochmal einmal Datenbeschaffung. Äh, Lennox, das ist nicht schlimm, weil du kannst, ähm, wenn du es einmal ins Sammelnbuch getan hast, kannst du es jede Zeit wieder aus der Sammlung entfernen, was Bader schon geschrieben hat. Äh, schneller. Ähm, es kostet dich V-Bucks, glaube ich, jedes Mal, oder? 20. Ja, 20 V-Bucks, genau. Und Punkte, ne? Irgendwelche Punkte? Nee. Ich glaube nicht. Nicht? Nein, nein, nicht vorwärts. Hm. Äh, es... Unterschied zwischen rekrutieren und rausholen. Ja, genau. Wie heißt, äh, diese... komischen Dinger da rausziehen. Ja, genau, genau. Richtig. Also es ist die Möglichkeit, wenn man es einmal reingepackt hat, immer wieder rauszuholen und wieder reinzupacken. Je nachdem. Da braucht man keine Panik zu haben. Machen einige Leute auch. Wenn sie versehentlich was reingemacht haben, hatte ich damals beim Curious Werber gemacht, weil ich den ja haben wollte. Hab dann die Überlebenden reingepackt und mir rausgeholt. Jetzt habe ich sie sowieso doppelt, also war das 20 V-Bucks für nix. V-Bucks. Das heißt V und Bucks. Ja, süß. Ja, also Lennox kann dir empfehlen, ähm, die täglichen Quests zu machen. Da kriegst du jedes Mal 50 V-Bucks. Oder durch das Game. Es gibt, ähm... Ich dachte, ich will es. Oh, Ballast, ey. Ja, bitte. Ich wollte dich nur ablenken, damit ich schneller bin als du. Ja, du games gehen. Ich spiel... Ich spiel... Ich mache hier immer das richtig... Den großen Link in die Beschreibung. Äh, da kannst du rauf gehen auf die Seite, da werden dir auch täglich die, ähm... Ja, hopp, Tutti. Also zum Beispiel hast du hier die Medi-Einheit. Nimm das jetzt mal als Beispiel. Die ganzen Einheiten findest du auch auf meinem Profil unter Storm Shield One. Ich hoffe, ich erkläre es jetzt nicht zu schnell, aber das ist hier einmal das Gesamte, weil das ja auch zeitverzögert ist. Was wichtig ist halt, ähm, dass du versuchst, bei allen Einheiten, du bist ja noch nicht so weit, aber für die Zukunft zumindest, einen verschiedenen Charakter auszusuchen. Der Charakter ist jetzt zum Beispiel hier, steht unter dem Anführer-Charakterzug draufgängerisch. Und dann steht da mal passt zu 7 zu 7 und Anführer passend, äh, ist ein gelbes Häkchen. Das sollte überall sein, bei den ganzen Anführern auf jeden Fall und bei den Rest der Einheit auch. Es ist manchmal auch völlig egal, ob du dann, gerade bei dir am Anfang, einen blauen drin hast oder einen grünen oder so. Hauptsache sind passend, wenn du sie dann später irgendwann levelst. Ich habe hier auch zum Beispiel auch, ich könnte zum Beispiel hier beim Alpha-Feuer-Team, könnte ich auch einen, äh, legendären reinmachen, aber der ist dann, sieht man auch direkt, anderer Charakterzug und ist nicht passend. Das heißt, ähm, jetzt in diesem Falle würde ich jetzt nicht sinken vom Level her, aber es ist auf Dauer gesehen halt falsch oder nicht praktisch, nicht passend. Und ich habe in jeder Einheit einen verschiedenen Charakterzug, verschiedene Charakterzüge, bis zum Beispiel auf bei mir, ähm, die Ideenschmiede und Trainingsteam habe ich leider den gleichen Charakterzug. Das will ich irgendwann nochmal ändern, wenn ich einen passenden Anführer bekomme. Aber ich habe halt alles auch noch nicht auf Ledgy, sondern habe noch ein paar epische mit drin und mythische habe ich auch noch nicht so viel. Aber Hauptsache ist es alles passend. Dann, wenn es noch ganz schön machen willst bei dir, sieht man unten in der Tabelle, hat man auch noch die passenden Bonis dazu. Wenn die gelb leuchten und passend sind, dann ist es auch super, aber das ist anfänglich nicht ganz so wichtig. Ja, ich schicke dir mal einen Screenshot, weil ich bin jetzt halt zwar fast bis 100, aber ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Ja, das kann man bloß nicht dieses automatische, ähm, dieses automatische Ändern da, weil das ist völliger Schrott. Auffüllen, genau. Da ist nämlich dann in der nix passend. Was los tut die? Weil hier das mit Anführer passend, glaube ich, habe ich nur bei keinem Hädchen außer bei einem. Deine Medie-Einheit sieht doch gut aus. Vor allen Dingen hast du da überall ein Schildboni drin, ist doch top. Ein Verfeuerteam ist doch auch richtig. Und Tüftler auch. Ja, ich weiß nicht, weil da oben ist ja Anführer passend. Du hast ja da gerade was von gesagt, wie lange ein Häkchen ist. Ach so, stimmt. Jetzt sehe ich gerade bei mir die Einheit. Du hast zwar die ganze Einheit auf dem gleichen Charakter, aber nicht passend. Ja, das stimmt. Das musst du ändern. Ja, ist bei keinem außer bei dem einen da. Ja, dann würde ich sagen, nimm dir mal eine Stunde Zeit und mach deine ganze Einheit nochmal neu. Also, ich wette, da würdest du... Ja, das ist schlecht. Dann musst du auf jeden Fall mal sammeln, ne? Hast du die immer gelöscht? Ja. Aber das ist natürlich ein richtig großer Fehler gewesen dann. Was glaubst du, welches Billslevel ich dann wäre? Ja, dann wärst du eindeutig höher. Glaubst du, ich wäre schon so 120 oder so? Könnte sein, ja. Das Ding ist, ich weiß ja nicht, was du alles gelöscht hast oder in die Sammlung gepackt hast. Du kannst natürlich die Anführer, wenn du die in die Sammlung gepasst hast, auch alle rausholen, ne? Wenn du da mythische oder legy. Achso, ja, okay. Alles gleich wieder. Das ist aber fehl, ne? Ja. Aber ich hab die Fehler auch am Anfang gemacht, dass ich das alles falsch gemacht hab. Meine Einheit war, boah, irgendwas reinpacken, keine Ahnung, wovon ich rede. Wie war das, soll ich meinen Link reinsetzen? Ja, du kannst mal bei Badass gucken. Bei ihm ist perfekt eigentlich. Fast. Ich will mal eine Brille gucken. Du kannst ja mal einen Link reinsetzen. Ach, ich ja. Arsch. Kurz mal eine Brille. Können wir dann gleich starten? Ich warte noch. Wieso, was jetzt? Datenbeschaffung? Ja, Fischer Kuchen. Und für mich, weil es gibt Auge des Sturms, hey. Und gibt es sogar eine Umwandlungsskizze. Gold, Süßigkeiten, Skizzen IP. Wie viele Süßigkeiten gibt es? In den Hohen Missionen meistens 120 hier. Okay, dann kann ich ein Lama. Was siehst du? Da glaubst du, ich wäre viel, viel höher. Ja. Ich denke schon, weil du wirst ja mit der Zeit einige Legis bekommen haben. Oder epische. Oder, oder. Ich habe alle gemischt. Ja. Hau dir jetzt mal schön eine Schelle von links oder rechts. Wie du möchtest. Schön kräftig einmal reinhauen. Ja. Nein, das hätten wir dir jetzt nicht sagen sollen. Jetzt ärgerst du dich den ganzen Abend. Scheiße, scheiße, alles gut. Scheiße, scheiße. Verkackt. Ich schließe das ganze Wochenende. Naja. Alles gelaufen. Spart euch die V-Bucks für die Super Anhänger Lama. Die sind die besten. Die kommen immer Gold. Kosten zwar 1000 oder 1500 V-Bucks. Ich weiß gar nicht wie viel. Die kommen sehr selten. Aber da sind eben halt immer gute Überlebende drin. Auch Anführer. Oh, Tutti hat sich nicht aufs Kissen gedenkt. Madame Tutti. Der Wetterballon. Was machen wir hier nach? Weiß ich noch gar nicht. Kannst du vielleicht mal in Brutal oder so gucken, ob es da irgendwas mega geiles gibt? So dreifach Proto plus episch oder vierfach malig oder so. Vierfach Regentropfen oder irgendwas. Ja, können wir kommen. Ach, wird aber noch. Naja, immer noch. Ja, ich war gerade schweißen. Ich habe vergessen, den Dings mitzunehmen. Ey, Decker, schon wieder. Du kannst ja durch das Event jetzt auch bis zu viel Letchy überlegen und kommen. Richtig, das wollte ich eigentlich auch nochmal sagen. Ich habe alles für ihn. Ja, hast du verstanden, was ich gesagt habe? Für die super Anhänger Lama sparen. V-Bugs jetzt meine ich. Das ist am sinnvollsten, wie du deine V-Bugs irgendwann im hohen Level benutzen kannst. Weil irgendwann zum Beispiel, wenn du ein hohes Level bist, so wie wir jetzt, wird sich ein normales, selbst das Trollschatz Lama, die meisten haben die ganzen Sachen schon, wird sich jetzt nicht mehr lohnen. Also ich würde mir jetzt keins mehr holen, weil ich habe schon alles und für mich lohnen sich nur noch die super Anhänger Lamas eigentlich. Weil da sind dann Überlebende drinne. Mythische vielleicht auch, weil... Ich habe mal drei Stück geöffnet, ne, zwei früher. Da gab es die Geburtdagslamas, weil ich die Tickets wollte und dann habe ich zwei mythische Überlebende bekommen. Ich habe immer nur A-Karte, ich kriege immer gar nichts. Nichts Sinnvolles. Oder es ist doppelt. Also wie viele mythische ich habe oder legendäre, die ich nicht benutze. Das sind viele. Wenn du jetzt der mythische bekommen, den ich nicht brauche, ist voll blöd. Hast du gesehen, ja? Ne. Warte, ich mache die Dicken noch fertig. Warst du gesehen? Ne, äh, Lama. Achso. Ja, ich ja nicht. Sokura. Hast du zwei oder eins? Zwei. Aha, okay. Kannst du dir nehmen, wenn du willst. Das hört sich aber von ganz tief an. Nicht, dass du uns hier noch alle ansteckst. Ich gucke das ab. Ich wollte immer noch mal auf Toilette gehen, ne? Motor ist nicht so. Ja. Ich bin gerade um es am Stein fahren. Ich bin ja zu faul, um aufzustehen. Wie immer. Ja, ich stelle mich gleich beim Ballon nochmal hin. Und lasse laufen, genau. Nein, ist noch nicht die Uhrzeit dafür. Das fand ich bei meiner großen Mächte so, ja, süß kann man so sagen. Am Strand gewesen, die kommt dann mit ihrer Mutter vorbei und, ah, hallo. Und dann war die Lütte eins. Und gerade so die Händchen laufend. Ja, hallo. Und dann steht die Lütte da so. Kommt doch gleich was. Wir sind gleich breit, weil ich hingestellt. Erst mal am Strand schön vor allem laufen lassen. Lass laufen, ja. Oh ja. Meine kleine Lütte. Ja. So, ich bin nochmal ganz... Ja, genau, was raus muss, was raus. So, ich stelle mich mal ganz kurz auf Karrieren. Ich bin nochmal ganz kurz... Laufen lassen. Ohne Mikro. Ich fahre. In dem Alter geht das auch nicht. Ja, Entschuldige, genau. Laufen lassen. War das? Kommst du mal daher? Ist das so in Ordnung? Oder soll ich das breiter machen? Hm, eigentlich reicht das ja wohl bloß. Würde ich, indem ich näher rangehe, ich hätte Angst, dass das doch da kommt. Eben. Deswegen hab ich mal gedacht, ich mach's lieber so auf einer. Ja, ich sitze hier mal gleich ein bisschen Bandstoppel. Eins, zwei Mal. Ja, das passt. Wenn die durchkommen... Ich glaube, was soll die nichts kommen. Aber hier hinten brauchst du eigentlich nichts hinsetzen. Wir laufen so selten rein. An der Ecke. Ne, ich dachte, boah, es geht besser. Warte mal, sag mal, das müsste ja funktionieren, wenn wir so vorne einfach mal ein Ding dran sind. Und das würde funktionieren. Ja. Genau wie wäre der Hund war es. Man kann hier durch die Wand laufen mit der Falle. Ich wollte eigentlich auch noch, weiß ich auch nicht, Wäsche waschen. Vielleicht mal. Hm. Ganz vergessen. Hm. Reit auf den Blitz, ja. Ich stell mir grad so viel drauf, mit der Reit geht es über 40. Man kann hier nicht sein. Nein. Ja. Am besten wenn hier oben noch... Wie heißt das? Dekengreifungsstapeln. Weil dann rutschen die die ganze Zeit wieder runter. Nee, zum Beispiel. Das ist nicht ganz gut. Weil... ...wahr so viel drauf. Von der Restseite gehören sie nicht durch, wenn dann müssten sie direkt hier oben spawnen. Das ist nur so kleine Sicherheit. Gertrude, hast du vielleicht ein paar Gatte für mich? Keinen Anschluss hinter diesen Teil wieder. Bitte ruhig. Komm mal kurz zu mir. Ich hab hier oben welche nicht. Dankeschön. Ich bin endlich gleich da. Alles gut, Sakur. Ich brauche mir gleich Schrauben aus meinem Lager und baue mir hier Deckengas. Ne, nicht Deckengas. Wie heißt das? Wattiname. Ja, Wattiname. Best ever. Schießen wir gleich direkt runter? Also ich schieß eigentlich immer direkt runter. Wem war das mit seinem künstlerischen Talent fertig? Ich weiß gar nicht. Ist gut, dass ich die jetzt mal nicht bauen muss. Ja, ich muss nicht mal stimmen. Alles, wo wir gerade sind, das habe ich gebaut. Das hier. Mh. Ist auch schön geboren. Ja, ist wundervoll. Aber mindestens hast du mal, ähm, bist nicht so wie die anderen, sondern hast gut gebaut. Richtig. Richtig zumindest. Ja. 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 Nein, das war ja in Bezug darauf, weil es gibt einige, die wissen, ey. mit Level 100 noch nicht mal wie man baut. Ja. Also wer Daten beschaffen nicht bauen kann, der tut mir leid. Obwohl ich baue auch nie so. Okay, aber. Das ist so ein Schläge, wo du Land bauen kannst. Alles okay, weil wir so gerade Flächen wie hier im Osten hast. Das ist schon. Hä, gerade Flächen finde ich am besten. Ah. Da verbrauchst du so viel. Ja. Mats. Am besten, wo ich immer irgendwo hochkomme, ey. Ja, so wie hier im Westen. Ja, genau. Da sind sie recht direkt hier. Hm, da oben ist ja auch ein Spawn, ne? Was? Ja. Hm, ja. Wie gesagt, da hat es nichts. Nee, aber. Hm. Was machst du da? Du hast nicht ernsthaft gepupst jetzt, ne? Nein. Das hätte ja wie ein Fliegenschiss angehört. Hm. Hm. War das? Hm. Wie ist jeder bei einem Fluchstilig lachen? Hm. Hm. Ähm. Aufklärungsteam, was war das nochmal für ein Anführer? Müsste ich reingucken. Äh, ja müsste ich auch reingucken, weil das weiß ich jetzt auch nicht so aus dem Kopf. Hm. Also ich kann auf jeden Fall so viel sagen, nicht jeder Anführer passt in eine Einheit drin. Es muss schon einer sein, der das Attribut dafür hat. Ja, richtig. Ich muss jetzt genau gucken, ich weiß nur, dass man die Fernblast drin haben. Die kommen ja jetzt auf Kühlungsteam, glaube ich. Denn wir haben welche Medieneinheit, die passen gerade in die Medienteam. Wollten wir jetzt, äh, wissakura, was machst du denn? Und wir starten? Ach so, okay. Gut, weil wir gleich starten, oder? Ja. Ich hab nur den, einen drunter gemacht. Okay. Ich will die Erde haben und das runterschießen. Woll ich es runterschießen? So wie ihr gebaut habt, müsste das ja auch eigentlich funktionieren. Ich schieß runter, okay. Mhm. Der Ballon ist gelandet. Der Ballon ist gelandet. Danke für die Info. Fehl. Haha. Was? Äh, ich hab den Deckel gemacht. Ne, äh, grad kam ein Strahlerei. Und kurz, der ist durch den Fall, ohne durchgelaufen. Hat gerade seine Auge aufgeladen und dann ist er gestorben. Oh, okay. Der Teil erfolgreich abgerufen. Genau. Troublemaker nach dem System kann man mal kommen. Hatte ich aber auch schon, glaub ich, gesagt. Das ist ja, ich sehe es zwar auch über Storm Shield 1, aber das ist wieder alles auf Englisch. Ja. Auf Englisch hab ich da auch mal nicht so den Plan. Ich hab mir das andere Ding auch mal angeguckt. Diese DB Seite. Mhm. Ist auch nicht schlecht. Muss ich nicht bloß reinfinden im Weg gucken. Ich hab auch viel auf Englisch aus. Ja, toll. Ah ne, hab ich keinen Bock drauf. Ach, Storm Shield 1 ist ganz gut. Ich brauche mir grad eine Tiger. Ja, Sakura. Bitte, und wie soll man jetzt da rauskommen? War das Banner schon, ja? Nein. Ist auch ein Neuzugang. Ist auch ein Neuzugang. Ist auch ein Neuzugang. Was heißt denn eigentlich, war das Banner schon hier? Hallo? Kein Problem, Storm Megha. Wir helfen gern. Jetzt gehen wir raus. Du raus? Was? Du raus ist anti-match. Der streamt doch noch. Der hat keine Zeit mehr für uns. Du raus? Du raus? Du raus? Aber eigentlich? Moment mal. René, wenn du so baust, ne? Ja. Normalerweise baust du ja Kammern hier, ne? Und nicht so. Ja, eigentlich. Ich hab keine Wand mehr. Warum sollte das nicht? Nein, alles gut. Nein, ich hab nur so mich gewundert. Ja. Und eigentlich baut man... Und eigentlich? Hier? Warte. Ja. Warte. Ja. Hier? Noch Wandpfeile hin. Kann man, ja, aber... Reintütisch reicht ne Kammer. Ja, das reicht auch. Aber wenn man hier noch Wandpfeile hin sollte... Ja, das Ding ist, man muss es auch wirklich nicht übertreiben. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man dann stehen soll. Ne, Tudi, ich kann dir nix geben. Es tut mir leid. Ich weiß, du willst. Aber es ist verboten für kleine Tudis. Ja. Tudi ist bestraft bis ihr Lebensende. Ja, ich stehe hier. Wollte nur mal ganz kurz gucken, ob ich Spinat zwischen den Zähnen hab. Soll ich mal ein paar Granaten in den Tunnel schmeißen? Ne. Wieso das denn? Ich glaub ich. Eigentlich da, wie du siehst, was die in der Hand haben. Was denn denn? Ach so. Ich helfe mit, er klaut wieder alles, ne? Ich habe nichts genommen. Sakura, ich habe... Ich wollte gerade sagen, ich habe deinen Schattensplitter und Opsi. Warte? Nee, ich habe aus Versehen, zwei Opsi aufgehoben. Ja, aber ich will. Hier bin ich schon. Ich habe hier ein paar mehr jetzt gerade gegeben. Sie nölt immer rum auf hohem Niveau. Auf mich zu zielen, das habe ich gesehen. Ich ziele mich auf die. Nee, tatsächlich, tut sie nicht. Die Phantom. Ich habe hier schon lange nicht mehr gespielt, eigentlich, ne? Die Phantom habe ich auch 130, 207 und 3 Opsi. Sonst habe ich alle meine 130. Aber du hast... Aber du hast sie doch als Skizze oder nicht? Ja. Nee, dann. Ich komme nur für die Phasing. Aber da waren ja leider keine mit dabei. Ja. Die Minigun sind die Versuche. Na toll. Ich hatte es, wenn ich für euch das Minigun benutze und dann nichts nehmen kann, weil ich dann so schnell kaputt gemacht habe, dass... Deswegen benutze ich die nicht mehr. Weil dann kriege ich nämlich die Phaseringen nicht. Meine Lieblingsphaseringen. Ach, da unten sind auch noch welche. Oh, ja, genau. Das war wieder komplett fehl. Okay, getötet. Wo ist die scheiß Hexe, verdammte? Ach, da unten. So, bitteschön. Komm her, put put put. Du bist nicht alleine. Was machen wir jetzt? Rumpimmeln. Und du wolltest doch Bruder. Ich gucke gleich mal an Bruder, ob es da irgendwas Vernünftiges gibt. Ja, stimmt. Was machen wir jetzt gleich? Sind wir schon da? Wann sind wir da? Wie lange noch? Wie lange noch? Das ist meine Mutter. Meine Mutter. Aber... Ja, guck mal an, wie ich jetzt in Hamburg gefahren bin. Das ist ja nur zwei, maximum zweieinhalb Stunden. Nur eineinhalb Stunden. Zwischendurch halten wir mal an. Ja, zum Pipi machen gehen. Hallo, ich fahre nicht zweieinhalb Stunden durch. Dann halte ich dich nicht mehr an. Sie können nicht zum Tunnel reingehen, dass wir so kommen zu dieser CESA. Eigentlich nicht, ne. Bei zwei Stunden. Braucht man nicht so wirklich. Ja, dein Schwager ist aber... Hat aber angehalten zwischendurch. Das ist mein Schwager. Ich fahre mal lieber durch. Wenn ich jetzt zwischendurch mitkriege oder Flughafen da halte ich eine Verspätung oder sowas, dann halte ich zwischendurch an, weil dann spare ich die Kosten vom Flughafen von Parkens. Na gut, man muss ja auch nicht direkt da, ne. Ja, meistens haben wir so fünf Sekunden ein bisschen unruhig oder so. Ja, ja. Flughafen, na, ist teuer, ey. Bloß wenn der länger stehe ich, wo sie das verdammt bin. Na, obwohl, ähm, ich glaube, man kann sich da auch irgendwie für eine Woche oder sowas einmieten. Für 25 Euro oder sowas. Ich weiß gar nicht, aber es gibt auch so eine Pauschale irgendwie. Oder am Tag, ja. Jetzt mache ich alle Fässer kaputt. Danke, Lenny, für deinen Follow. Ja, haben wir gesehen, René. Nein, 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 das hat er in der Wand gemacht. Hm, Gott Ruder hat ja richtig Damage gemacht. Genau wie ich. Weil die Mission zu leicht ist. Auf jeden. Der türkische Hengst hat sich auch schon lange nicht mehr blicken lassen, ne. Er spielt nur noch Destiny, ey. Ja. Ali. Eno. Alle Namen. So, ist der Troublemaker noch da? Dann können wir gucken. Aufklärung aus dem. Oh, Roboter-Sturm ist echt voll wenig immer jedes Mal. Das ist doch ätzend. Ja. Oh, Roboter-Time. Oh, halt. Übel. Übel. So, Teams. Aufklärungsteam. Steht mal. Ich öffne gerade ein Lama. Was kriege ich? Was ist denn das jetzt? Wo steht denn das überhaupt? Entdecker. Ja, ein legendärer Überlebender. Hm. Ist ein Entdecker also. Ich hab jetzt einen legendären Überlebenden. Nice. Ja, vielleicht passt der ja dann in deine Sammlung. Tageshöchst. Tageshöchstsatz, Hamburg Park und 18 Euro. Ist das günstigste. Ach was. Krass, ey. Süße Tageshöstsatz. Hm. ich hätte jetzt gedacht 25 für irgendwie ein paar tage aber da gibt es auch noch ein paar so sechs oder keine ahnung was sie im end einer der parkplätze vermietet da was aussuchen was soll ich leben ja ein dingehörst meister lamurai oder ranger bettet ich nehme schuliken meister aber dann habe ich nur ein ja dann macht das gerne schon weg warum kann man jetzt hier mit anderen zusammenspielen machen wir sind doch vier ja das weiß ich auch nicht ja eigentlich macht das neue wir haben ja vierer cut übernehmen ne alles gut ich schmeiß euch nachher alle raus bevor ich gehe und spiel das bitte lass den roboter öfters rauspacken ich lach mir gerade einen weg ich aber auch ja ich finde es anstrengend episch übernehmen das war das ohr das war das ohr also gibt es keine vernünftige mission außer die vierer oder was denn für eine vierer weil ich hab den back von den ich sehe übernehmen ok ja wollen wir die einfach machen den back hat aber jeder auch ja oder repariere haben wir epische perks auch mit dabei und süßigkeiten ja die ist ganz locker easy dreimal mutig aber irgendeine machen aber ist egal wir können jetzt nicht eine oder zweimal machen hallo 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 jetzt habe ich ganz vergessen den hält schon jetzt wechseln ach lecker mio hier erstmals gleich ich muss haare waschen Oh, ich glaube, ich komme morgen doch später online. Ich muss meine Haare morgen färben. Oh, früh ist zu früh. Sonst schaffe ich das wieder nicht. Ach, wirklich. Ah, perfekt. Etwas für einen Scheiß soll ich denn jetzt spielen? Der Pistole auf jeden Fall. Oh, wie das? Ich glaube, das wäre zu schade. Ich habe mir gerade einen Tiger gebaut aus Versehen. Mann. Habe ich 11-Jahr-Groben verschwendet? Ja, ich farm jetzt nicht noch, ne? Also ich baue ein und... Ich brauche eigentlich gleich die Module suchen. Ich brauche... Ich brauche einen... Probtank, oder wie das heißt. Propan-Tank. Propan-Tank? Ja. Ich habe eine... Mach dir jetzt eure Dailies, ey. Ist ja auch interessant. Ja, warum nicht? Richtig, war das... Oder du kaufst die Upgrade-Lama, dann hast du vielleicht das Glück dabei, dass sowas ist, aber nicht immer. Doch was war er 22 erst. Du musst mit viel Glück in dem Level-Bereich was haben. Ja. Und da finde ich immer geil, ich habe ja das Companion-Air. Und da sieht man das richtig geil drauf. Was wesentlich kleiner ist. Ich mag nur große Dinge. Was meint ihr, was ist besser, als es ist... Ja, ich komme. Ach, die ist eh nur Kacke drin. Auch mitnehmen, wenn sie umsonst schon da sind. Ja, genau. Quarz und so kann man... Ich weiß nicht, war den Abend Sankora mit Weich gestern? Ne, ich glaube nicht. Hier ist ein Propan-Tank, zwei Stück. Ne, ich habe schon. Achso, okay. Dann habe ich ihn schön kaputt gemacht. Das war es mal wieder hier. Ja, von mir ist, können wir auch gleich starten, weil ich habe hier nichts zu verlieren eigentlich in dieser Mission. Also, wenn wir das nicht schaffen, dann... Schaffen wir es safe nicht. Ich glaube, wir klippen schon. Ist er kältet oder was? Ja. Tee trinken. Ganz wichtig, Tee trinken. Es gibt auch leckere Tees. Blasen- und Nierentee. Jo. Hm. Alter. Tee trinken. Tee trinken. Tee trinken. Also ich hätte nur einen Konstruktor spielen sollen, für der Hammerrichtigkeit. Ja, ich vergesse auch mal den Held zu wechseln. Ich spiele jetzt einfach ein Schwert. Aber was ist das eigentlich interessiert an einer Eisbiss? Ja, nein, ja, ist mir eigentlich echt gesagt egal. Was will ich sagen? Du willst was dafür haben, ne? Was willst du denn dafür haben? Du hast mir immer noch kein Angebot gemacht. Es ist halt du einfach. Ich kann dir ja Sonnen geben. Ach ne, du brauchst ja keine Sonnen. Ne, sag einfach was du brauchst. Außer glatte und phasi. Nein, nein, nein. Die Effizienten habe ich vorhin abgegeben. Aus dem Lager hole ich nichts raus. Da bin ich zu geizig. Dann könnte ich vielleicht ein ganz kleines bisschen Schatten gebrauchen. Ja, das kann ich dir geben. Ja, das kann ich dir geben. Aber das ist auch das einzigste Boot von nichts. Sonst auch. Vielleicht ein bisschen auch. Warte, was habe ich? Einzige. Jetzt auf Tasche habe ich 137. Welche willst du haben? Die 130 oder die 160? Das ist mir echt gesagt. Völlig egal. Ich habe auch keine gesehen. Ich bin durch Zufall vorbeigelaufen und dann habe ich sie erst gesehen. Die 106 habe ich dir gegeben, weil die ist wertvoller. Hat halt nur Full Blue Stats, aber trotzdem wertvoller. Viel zu schade die zu verschenken. Ja, aber man weiß immer nie, wer gewinnt. Das kann auch ein Louis sein. Der die Waffe dann vielleicht für sie nicht spielt. Ihr allein schon. Ja, hallo. Ich mache gerade Relais. Ich bin hier beschäftigt. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ich gehe zum Platz mal. Ich als High Leveler darf das sagen. Mhm. Ja, ich habe auch gefühlt eine Module gefunden, aber alles gut. Ich habe Glück gehabt diesmal. Ja. 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 Schön. Ist ja praktisch, wenn man nur mit seinen Granaten kämpft. Natürlich sind die beim Schutzbunker. Ist ja klar. Da, wo man überhaupt nicht geguckt hat die ganze Zeit. Ich habe geguckt. Ja, ich doch auch. Das war eine Ironie. Ich war die ganze Zeit am Schutzbunker. Da habe ich auch die meisten Teile gefunden. Was machst du schon wieder mit das Erkuchen? Ich bin nur ganz schnell über den Lager. Ah gut, okay. Hier ist ein Lager. Ist klar, dass hier auch keiner geguckt hat. Ein Volk wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. So, wie liegt es? Das kommt gut aus raus. Ach wirklich. Och, mal lachet den. Maler und rupsen. Na, ich habe nur... Hier ist noch ein Lama im Übrigen. Das Aufladen dauert vier Minuten. Schon wieder. Hi Leute. Hey. War das. War bei allen. War nicht so müde. Ups. Allein schon ups und läuft durch, ey. Dankeschön. Ach so, das war ich. Ich habe ihn dir wieder geklaut. Warte. Okay. Ich hatte nämlich eben das Problem, ich bin zum Rand der Karte gelaufen und dann wurde es Nacht. Und nachts kriegt der Wehrbaut ja den Booster zur Stelle noch. Ach du bist stimmt, du bist ja Wolf jetzt. Das hätte ich zu gerne gesehen. Deshalb ist der Kura ja auch eben überholt. Ne. Der erinnert mich ein bisschen an, könnt ihr Crash Bandicoot? Ja. Ja, ne? So ein bisschen vom Aussehen. Der bin der Bruder von denen. Ja, echt so, ne? Der hat halt auch das Geile, wenn ich, äh, den, den Alten, zack, wenn er seine Spur hier kommt. Und da er geht reinlaufen, kriegen wir mal Schaden. Ah. Okay. War jemand von euch Batterien? Ne. Tonnenweise Batterien. Ich auch. Ja, Sakura sieht so ein bisschen der weibliche Indianer schon so aus. Äh, mit der Jazz? Ja. Aber ich kann schnell zuschlagen. Freut mich. Ich kann auch schnell zuschlagen. Warte. Ach ja, so wie ich? Ja, schneller. Ne. Ha. Wie darfst du Blutdrehen an? Äh, Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit. Boah, äh. Boah, äh. Aber ich spiel. Das ist echt OP. Die 106 hat das andere ist 130. June, da fliegst du ja fast mit dem Held mit noch. Mach nicht bereit. Richtig, richtig schnell. Richtig OP. Richtig OP. Operation mäßig. Ja, wo ist die Flasche Havanna dieses Wochenende? Ja, ich muss ja nur fahren. Ja, nachher, wir reden jetzt nicht von heute, ne? Mhm. Ja. Sabbelkopf. Das war ja, heute ist ja kein anstrengendes Flugzeug. Nee. Nee, heute nicht. Heute ist alles entspannt. Verteidige den Schutzbunker! Ist geil, du baust da und spawnen woanders? Ja, ja. Das ist der Kurs da. Oh, sorry. Oh, ho, ho. Ich schicke euch nochmal ein paar Stinkbomben. Nee. Granate! Was geht hier ab? Geht weiter! Boom. Ich hab extra dafür mit meiner 130er Krüger geschossen. Mir gerade einfach sind alle hergestellt. Zum Glück nur auf white gold. Oh, der E-Fisch ist schon, ne? Was ist er denn? Wegstoßen, keine Ahnung was. Okay. Oh, Kacke! Der rennt einfach da. Pass auf! Ja, der Bot hat gewonnen. Na, was? Ich kann grad nicht gucken. Äh... Der Bot hat reagiert, hat zurückgehalten. Ich hab ihn gesperrt. Okay. Ist da schon wieder jemand lustig drauf, ja? Äh... Gehts aber nicht mehr. Boss ist tot. Wo ist der jetzt? Ah, da sieht man ja. Ah... So, ich setze ne Drohne. Ist wieder ruhig. Was willst du mitbeinen kann auch, oder? Ich kann das gar nicht lesen, was er geschrieben hatte. Pah, interessant. Ne, brauchen wir nicht. Ich kann's dir gerne erzählen. Nein, nein. Ich seh nicht mal den Namen, wo er, wo der ist. Was ist denn los? Doch, den Namen seh ich. Alle weg! Ich seh nur, dass er gesperrt wurde, mehr nicht. Jawohl, äh... Ich seh nur, dass er gesperrt wurde, mehr nicht. Jawohl, äh... Ja, weil ich schon, äh... Behandelt hab. Ah, okay. Weil der Bot hat's gesperrt. Ich soll doch den Tunnel gehen und nicht meinen Tunnel kaputt machen. Boah, ich komm da rein, weil so Fässer schon... Ja, würde ich sagen, weil der Bot hat's gemeldet. Ich hab's schon bearbeitet, dadurch sieht man es nicht. Hm. Hm. Die sollen nicht durchlatschen und nicht die Bomben dagegen schmeißen. Wie unfair. Oh, welche langen Phase. Hast du grad gesehen, ne? Hm. Zu spät. Da war die jetzt sie mal schneller. Alle Mann an sich. Hier ist ein Schweber. Zurück. Hier ist der nächste. Das ist so easy. Ich hab essen. Der Schutzbunker ist jetzt einsatzbereit. Vorsicht! Da war die Baderbum. Baderbum? Ich war natürlich der Beste. Wie immer. Ein Bildung ist auch ne Bildung. Flucht man immer über die Kiddies. Und dann lernen wir einen so netten Jungen kennen hier. Der René, ne? Random sogar. Gut, er holt sich ab und zu mal runter, aber das ist ne andere Geschichte. Ja. Das ist so. Das ist so. war das doch auch welcome to church ich mache jetzt noch eine mission mit euch und da mache ich meine kleinen mission also meine mit anderen spielen mission weil danach werde ich langsam schon wieder alter schwäche ich weiß ich bin irgendwie weiß ich auch nicht naja morgen werde ich ja länger stream morgen wird wieder op stream was ist jetzt mit der eisbiss was willst du denn jetzt haben ja eigentlich ne müssen wir nicht glatte effiziente und faserige aber sonst ungern schatten sag ich mal ja aber ungern gebe ich dir auch den rest weil wie gesagt ich habe davon nichts tolles so also schatten kann es dir gerne welche geben was haben wir denn hier noch für eine mission was brauchen wir denn jetzt noch ich habe immer ein 1800 schattensplitter im lager ich kann dir also gerne mal ein bisschen geben also so 157 stück also wenn ich ihm schon schattensplitter gibt musst du ihm keine geben das sind ja auch ich dachte jetzt in 200 ach so nee das sehe ich auch banners aber die ganze text dadurch dass ich abgelehnt habe ja nee 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 das sehe ich auch er sagt mir was ich spielen wollte ich sehe ja nichts du kannst gerne das was du gerade ausgewählt hast weiter oben geht es weiter machen ok ja gut weil da gibt es ja eigentlich auch ganz gut da braucht man keine nervige große mission zu spielen vierer ja ich weiß du würdest den vierer eh sparen wie eh sparen du hast 33 Minuten ach so cool da ich weiß wie schon noch vergessen ach egal mach ich nachher bl Vlog w wo w w w w w w w w y w w Prozent das gleiche Schiller vergessen ja ich weiß cool wo ist jetzt der überlebende hier gut rute kommen her gertrud dankeschön die muss ich dann aber echt das lager packen ist nur voll blu aber ist trotzdem seltener als die 130er ah ja cool ich muss nochmal glucklos sammeln irgendwie hast du noch radartömer oder was ist denn hier schon wieder los ja 94 wieso was denn ja hier kannst du klasse sammeln ich finde blick noch nicht perfekt ich brauche ja weiter auf den blitz siehst du passend deswegen haben sie aufgebildet aha genau genau wenn ich das aus stein einbauen kann dann baue ich das ein ja was ich brauche eigentlich grundsätzlich meistens immer mit stein ob es das gut ist das hat er mal hingestellt aber bei der vierer mission kann man ja bei einer vierer ok habe ich auch aufgelabelt was was schon wieder auch schon wieder auch tut die du willst schon wieder raus mhm auch tut die maus ich komme ja das ist wirklich auch noch so ein ding ich wollte mir tut die ja noch eine runde gehen in der eisigen kälte ich baue hier bitte ok ich habe die storm chest ich kann aber bodenstachel platzieren ok ich wollte nur das mit denen wir zwischen erst mal machen damit sie da einen marathon bauen können die wir kaufen können halt den namus habe ich eh nicht ja tut die moment ich komme oh ne ernsthaft zumalma ok der zumalma ist schon mal down weil er einfach runter geflogen ist sehr schön oder auch nicht ist er noch da doch ne ah gute idee boah ich hasse diese schwebe ah ne so ja ich warte bei der storm chest alles kurz tut die muss tut die ganz kurz sowieso rauslassen ja auch kein stress ja tut die ich komme ja schon ei 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 hopp 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 wir COB ich glaube ich zieh gleich den schneeanzwacht an als ich raus geh das ist kalt fein anstatt anzuziehen war ich mich gerade schon wieder ausgezogen habe ich nicht vergessen dass ich mich wieder anziehen muss gleich hm 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 was zu trinken bei Pan. Bevor ihr gleich da seid. Ich habe meinen Controller nicht in der Hand. Ich habe mein Headset noch auf. Ich meinte nur, weil ich an meine Drohne sitzen muss. Seid ihr alle da? Können wir den Namen mal schnell machen. Okay. Komm rein. Komm rein. So, ich bin da, ne? Also, wir können... Ah, Tuti hatte mal mich Durst. Rabenmutter. Da hat man ein bisschen Bein gesehen. Das ist schon heftig mit dem Mikro. Das ist dann doof. Pulver. Oh, die Storm Chess war ja gar nicht so weit weg eigentlich. Oh. Ganz durchrennen. Na, Mäusin? Okay. Ich schicke eine kleine Freundschaftsantrag. Ja, René, da ist sie echt pissig. Ja, René, da ist sie echt pissig. Ach, ihr habt hier schon ein bisschen was gebaut. Ist ja nice. Da können wir ja gleich starten, ne? Seid ihr müsst noch was machen. Und ein schlag 7.70 Schrauben bekommen. Oh, das ist so ein Backe. So ein Backe. Schrauben kann man das nicht so... Wer hat jetzt da diese Spukpistole als Skizze? Naja, ich. Aber nicht gelevelt. Wer hat die gelevelt? War das? Ich glaub, wir haben von der Setscher aus. Achso, du warst das. Ich dachte, das war Taifun. Achso, ja stimmt. Ja doch. Ganz am Anfang war das. Mal eins ist sie nicht schlecht, aber ich brauch ja mal die Zeit bei Munizien. Ja richtig, richtig. Naja. Niveau anders für. Ich fand sie ganz cool, aber... Hast du dir auf Schatten oder auf Opsi? Ich hab's auf Opsi. Opsi. Ich geb dir das Sock dafür. Kannst du mir eine bauen. Ist aber nicht für Full Legend. Ich brauch die Scheiß-Snapper-Müll. Eh nicht. Ich brauchst du noch... Verteidiger. Ich brauch sie noch. Ich brauch sie noch. Ich brauch sie noch. Okay. Mein Sprengpulver brauchst du noch, oder? Ja, hab ich genug. Ach, warte. Äh, gut mein ich. So können wir starren? Wenn nicht noch wer was spawnen möchte. Boah. Ja. Nö, eigentlich nicht so cool. Also beim ersten Spawn ist es ja... Ist gut auf Opsi wegen der Schussrate, glaube ich. Ja, ich bin generell nicht so der... Schatten. Ach so. Kommen wir jetzt von der einen Seite da. Okay. Ich hab aus Versehen meine Tiger auf Opsi gemacht. Und dann hab ich die auf 82, Fuletschi. Dann hab ich die halt... Ich fand die nicht so geil. Dann fand ich das so schade, mit 82er auf Fuletschi zu haben. Sollte ich die hochleveln. Und dann hab ich die aus Versehen auf Opsi gemacht. Anschreiben. Ja, anschreiben. Ich mein, haben's mir die Waffe ja auch geändert. Wer hat da eine Brücke oder Treppe da bitte hochgebaut? Ich. Weil ich nicht hopsen kann. Was ist bei dem Tunnel? Kommt auch eh nicht hoch. Da darfst du wieder hallo sagen. Ach so. Hallo. Ich bin schon... Maxi Hallöle. Ja, ich bin schon im Fire-Up-Modus jetzt hier. Anti-Mate. Ist ja kein Wunder, dass da keiner durch den Tunnel kommt, wenn Ida vor uns steht. Ich geh ja schon. Keine Reifen, 1 bis 3. Naja, gut, die Zermalma, ne? Ah, die kommen ganz schön, ne? Ich seh, jetzt kommt's wieder, ne? Ja, Zermalma will dann echt. Meine Granaten regeln das. Weil ich bin ne Granate. Äh, hä, hä, wust. Lass uns doch nur laufen. Hm. Ha, ha, ha. Ich mach meine Wand, die noch was kaputt, die dicker und ich haut die. Ich find die Pistole richtig geil. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Aber die können, äh, die werden die Wand hier kaputt machen. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Nein, du kannst ja nichts dafür, wenn der Spawn auf einmal anders ist. Da hat man eine Drohne gesetzt und dann ist gut. Ja eben, das ist easy. Easy die Mission. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wann färbe ich meine Hand. Was kann ich machen, was? René. Das ist nicht die Spukkanone, oder? Ja. Oh, official Steven hat einen Like Sponsor gekriegt. Nicht schlecht, ey. Bei ihm läuft. Mit seinen Abonnenten können wir das auch machen. So. Wer knallt die Granaten auf mich? Ich. Ah, der Boss. Pass auf! Ich hab da was! Näh. Ich drück einfach nur. Ich drück einfach nur. Ich drück alles. Das ist so gierig, bin ich Gott sei Dank nicht auf die Gefahr bin. Doch, ich schon. Aber ich hatte da keine. Geht weiter! Ich vermisse meinen Entdecker. Hm, was liegt denn da unten? Aktive bestimmt. Ne, auch sie. Hm. Alle weg! Warte nur! Ach so, wir hatten alle mitgekriegt, dass der Boss tot ist, ne? Steht bei dem Bus, ja. Da müsste auch Beute stehen eigentlich, oder? Ja, wenn er sieht er dieses violette Ah ja. Hab ich. Komplett fehl. Ich hab da was. Ich hab da was. Wieso lachst du? Nee, weil ich mir das Snack runtergeschossen hab. Den hab ich nicht gut gestoßen. Das ist ein Pflux, ne? Machen wir das? Ja, ich hab da was. Das ist ein Pflux, ne? Boah! Was hast du denn gefühlt, wenn du den Hack benutzt, dass du besser bist? als ich. Ja, Lifehack. Hack. Das war Hack. Der Naht-Typhoon. Oh, 42.000. Woher wollt ihr denn das wissen? Nee. 64.000. Wat? Wieso 64? Du cheatest. Ja, ich hab's verdient. Ja, ich auch. Das mach ich auch mal ganz kurz hier. Und wieder der gleiche Schrott, wie immer. Ja, echt, ne? Nee, ich krieg immer die Axt. Ach, die. Ich hab meistens so, dass ich zwei der drei nur behalten muss. Hm. Ich glaub, irgendwann hab ich auch so viel Skizzen-EP zusammengesammelt. Oder 250. Ah, ich hab einen Anführer der Überlebendengrad. In meiner Sammlung, der mythisch ist. Michael Joklates-Pilat. Oh ja. Was ist das? Überlebender. Das war ein Scherz. Ein Zunnenbrecher. Pilates hab ich noch mal gestorben. Michael Joklates-Pilat. Ist das ein Ausländer? Ein Entdecker. Ein Englisch Outlander. Ach, der hat was? Ich hab grad Hamlet-Wixer-McKinney gelesen. Oder ist fix? Hm. Eieiei. So. Ich würd jetzt gerne meine drei Brutal-Missionen dann spielen. Deine was? Drei Brutal-Mutationen. Nein. Ich komm auch zwei. Ja, ich weiß. Ich muss ja mit anderen spielen machen. Und die Wahrscheinlichkeit... Ich werde immer... Gehe ich? Ja, ich werde immer rein und raus gehen, weil ich will Sturmschild-Verteilung machen, eigentlich. Ach so, wenn ich jetzt... Also jetzt gehe ich raus, dann ist einer weniger, dann muss das ja richtig funktionieren, dass wir nur einen anderen reinkommen. Hm. Ja, aber dann spielen wir wahrscheinlich normale Missionen. Ja, du kannst nur mit Glück haben, dass da eine einzelne Statue... Ja, eben. Ja, eigentlich, genau. Deswegen... Wollte ich jetzt nicht so sagen, aber... Geht mal alle. Ja, ja. Jetzt war's die Brutal-Missionen. Na, wir spielen morgen dann wieder. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch weiter spielen wollt. Ne, René ist schon sofort weg. Okay. Ich bin ja noch weg, oder? Ich bin ja jetzt auf Abruf. Auf Abruf. Ich werde dann noch weiter hin den Stream verfolgen und jetzt dann euch verlassen. Gut. Ich bin ja genauso mit mir, viel Spaß. Es ist gut da. Danke. Euch auch. Euch auch auf jeden Fall. Jetzt geht raus in die Tutorial. Nee, ich zieh hier und so an. Ich zieh mich richtig warm an. Bei einem Grad. Boah. Ja. Moin, Joni. Ja. Dann... Bis nächste Mal ist morgen. Ciao, ciao. Ciao. Nee, Typhoon. Das geht eigentlich. Wenn man Sturmschildverteilung machen kann, dann ist cool. Denn. Maler meinte das vorhin, dass man das irgendwie einstellen kann, aber Auftragsfortschritt. Ein schnelles Spiel. Ja, angepasst. Ja, das ist völlig wurscht eigentlich. Aber wo kann man das dann einstellen? Nirgendwo. Weil wenn ich dann starte, kommt ja irgendeine. Nicht Sturmschild. Unbedingt. Ich hoffe... Oh, es sieht nicht danach aus. Siehst... Ah, doch. Sturmschild. Ist doch nice. Oh, da hätte ich trotzdem den Deckel. Egal, wir machen das jetzt. Ich glaube, ich muss die gleich alle mich tun, ne? In meinem Level. Das wollt ihr noch alle Waffen haben? Ich habe keine Tractons in meinem Kenney. Ich weiß nicht, warum. Ich habe nie gemacht. Ich habe nur noch nicht den Denden von. Mein Twine Peaks sind da, denn... Habe du... Have you done all the way to ten as well? Ah, nein, ich habe einen Weg in den Tens. Ah, ja. Ich habe einen Tens auf. Oh, ja. Ja, das ist sechs. Das ist sechs, das ist sechs, jetzt. Chuggsel, da Rad. Ich bin ein paar Jahre, Jardens. Jardens, woanders heim. Oh, look at his power level. 121. What the hell? He's a beast. Kalla come from this hill here. I can't believe he just divided the... I'm nearly level 80. Heya. I'm about 57 I think. I'm 77. Nearly 77. Yeah. But I have a load of survivor XP. Yeah. Oh, high level Z, what the hell? Nah, he's like... I'd say he's... I'd say he's about 112. Yeah, he probably is. Yeah. Hello noobs. Do ya tall, new you little dickhead. Don't speak to me later. I like your hair. Stoked your cheek. What did you say? He's a little squeaker. I'm a... I'm a woman! What the hell? I'm not a guy. Noone. Oh, what? Here, there is a smasher down here. On the bus. They're on the bus. They're muted or, what's going on? Leave, please. Leave, because you're in the live stream? Are you scared? Why does this guy sound like a pedophile? Denken sie ich versteh sie nicht? Oh, echt? Oh, echt? I still have really bad wi-fi Thea? Yeah Yeah I'll just pronounce it I'll just pronounce it I'll just pronounce it The one The one Oh, there's another smasher on top I'll get up top Cause it's gonna destroy the bears They could be happy that I'm here French or something Bonjour Je m'appelle Ben I speak English too Where are you from? I'm from Germany Ich spreche Deutsch Ich spreche Deutsch Where are you coming from? England? Or Island I speak Kleine Deutsch Kleine Deutsch Sehr schön Have you got any fiber served? Du hast I'm a penis What? Do you have what? What? Du hast eine kleine Beine I'm a woman still Sorry bro What the hell? It's a girl Can't tell the difference Yes Are you afraid of me? No Stop speaking weird though Sound like pedophile He's afraid of my penis Maybe What the hell You can look at my stream and twitch Do you get a lot of viewers? Just no, not so much No, it's too late Are you straining it? Have you got any fiber served? Uh, that is Fiber what? That I don't understand Fiber Uh What is that? Fiber sauce Was is das? Das is sehr gut Das is sehr gut You have to make a good building here You have to make a good building here Once Yeah, there's much people who build nothing and you build That's good Can you craft 130s? Depends on what you want I can craft 130s as well I can craft 130s as well I just don't have the materials I don't need weapons If you need weapons I only need a fish And that's why I can't Craft 130s I don't know the English names of the weapons Uh This stuff Wait, where are you? What? Come here, come here I don't know which you are Oh wait I get damaged here Who? This 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 Oh no, no I need it self Sorry I'm sorry I'm sorry What? That we need everybody too That I need self For my traps And here is 130 And here is 130 Yeah, I have 106 I don't need 130 Hello Fatik How are you? What do you think about that? Yeah, always the little guys That's normal Fatik I have tell your moderator that It was shit that you build up a sub room And the new follower cannot write And it was standing It's a, it's a follow room And I have write But you say That I cannot write It was shit That is not good for new viewers Fatik PG Keep it PG No cursing They are all here They were already cheating If they are so strong The fall Why are they now hardcore traded? Sie haben bestimmt auch gedacht, dass ich Junge bin, ne? Ja, safe, safe, cool. Schon wieder einer? Ey, warum steht da jedes Mal das gleiche Badass? Verstehe ich nicht. Vor allen Dingen, das Wort dahinter ist schon heftig. Das verstehe ich nicht so ganz. Ah ja, Fatih, du hast verstanden, was ich meine, ne? Mit dem Follower-Room. Ich habe auch nicht verstanden, warum ich nicht schreiben konnte. Überhaupt nicht. Ja, ich gucke gleich. Aber jetzt sind sie alle still. Gibt es nichts zu holen, da ist man still. Aber dann.. Und dann... Und dann sind sie hierher auch noch mehr. Und dann sind sie da auch noch stetsch. Ich habe auch noch eine Erwartung. Und dann ist es mir so ein Kino auf dem Motto. Robuste. Will ich dir mal welche schenken? Ah ne, zu spät. Ich kann dir Screenshots schicken, beziehungsweise, ne, habe ich ja natürlich nicht gemacht. Aber es wurde mir so angezeigt. Chatroom for Follower. Ich habe das Gefühl, ich habe es nicht gemacht. Nice evening, guys. Danke, bye. Bye. der viele tübe schnell wollen sie alle mal nur haben haben aber egal die gingen ja noch die waren ja nicht völlig abgefuckt die leute so höflich fatig das war ich hatte mann angeschrieben er hat mir auch zurückgeschrieben fatig das ist sehr komisch weil du kannst es ja einrichten dass du sagst du möchtest nur einen abonnenten oder nur follower modus machen und hat mich dann gewundert warum das auf einmal umgestellt wurde und ich konnte nicht schreiben habe ich überhaupt nicht verstanden warum hier ist nicht das fand ich ein bisschen komisch aber das hat doch gezählt jetzt noch ja gucken erst mal ja mann is a nice guy hallo manna uh yes and i can little bit speaking english too um ah datenbeschaffung online um the comment here yeah i'm sorry it was a dis function i don't know what to say um i don't know what was happened don't worry be happy yeah but the best moderator is badass i cannot say okay but i don't know mana it's okay yeah thank you mana i must spend a lot of money for fatig because you must buy so much presents for christmas and you don't have money for streaming and nothing fatig so late you stream later i only speak english because mana is here my stream ich spreche nur englisch weil manna ist gerade hier im stream translate aber we can speak french too alors on danse okay fatig fatig ist wieder aufgestanden warum geht das jedes mal nicht muss wieder rein wieder raus bit queen okay demnächst heißt es ist ein bad queen der könig könig fatig könig hat er das ist sabuti for fatig lot dann locht typhoon das ist my flowers are beautiful your flowers are not beautiful zu viel deutsche nehmen auch scheiße mission quit sorry mana nice emote ist es ist ein büller da hinten dran ja fatig and his german learning course das ist ein büller da hinten dran die mir stumschild verteidigung kammern aber ich will doch nicht daraus Gibt, gibt er Normal, Männer If you don't speak German all the time It's like me with French. French not so often, so I'm very worse in French Fatik, du bist nicht 13 Jahre alt, aber du hast 13 Deutsch gelernt, ja Fatik Fatik, du bist doch 30, ne? Auch 30? Ne, it's a German joke Oh, was ist das für eine Scheiße? Locht Das ist alles Locht hier, Locht Das ist ein Männer von England Schatz, Schatz, Schatz Fatik, Schatz Ah, USA, okay Ah, Sturmschild, yes USA Okay, yes, because last round we have people I think from, what did they say, I didn't know, I forget it England, no, USA too I'm too tired I go sleeping soon, two missions And then I'm go sleeping I have a stream Ah, yeah Viel Spaß Ballast Dann gucken wir mal was hier hier machen, ne? Also, was geht ab? Drohne Drohne Hello 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 This game, I've never known how loud it was Yes, Mana, and because it's difficult for German people, because the accent is everywhere different Sometimes they speak so worse, I don't understand You're English I'm English, not German I'm German, but I speak English Nice And French too Hello, German Nice I speak English in English English in English I'm in a stream, I talk to my people Sometimes, sorry Say again Just came to party chat to us Verstehst, was ich jetzt meinen, Fatigue-Deser? Das ist schon wieder zu hart The art is English Was haben sie hier gebaut? Alter, Falter Oh, this is already bad Homeless It's okay We do it Yes, Mana, because I speak more with clear Yeah, have you got any shotgun ammo? Have you got any shotgun ammo? Sorry, I don't understand you so good, because your English is so Not so clear I shotgun ammo A shotgun Do you know this gun? Yes, I know what you know Ammo But build yourself? I need shotgun ammo Ammo Yeah, I understand Why did you Why did you speak Why did you play with a shotgun? Because that's my daily challenge Ah, okay Can you not construct some? No, I'm almost out Poor little boy Poor little boy Are you poor little boy Without ammo? I don't know what It's here It's not so easy When so much monsters are coming Oh, shit It sounds like he had kicked in Well, that's fine, yeah Und ich hab die Baurechte Das ist auch nicht gut Also die schnorren alle echt gnadenlos Nee, besoffen würde ich nicht sagen Ja, irgendwie gekifft Aber hier macht die keinen Schaden auf die Gegner Pass auf Zurück Riesiges Ziel in Sicht Wie komme ich jetzt hier überhaupt So Ah ja, hier ist eine Tür Ah ja Hm, hm Achso Bereite dich auf einen Angriff auf dem Optikor Nee, frage ich nicht, Typhoon Fertig, ey Wir sind hier nicht, äh, bei Sozialarm, ne Er versucht vergeblich seinen Kills zu machen Das ist echt manchmal zum Kurzen mit Randoms Aber, ähm Ich frage nicht kurz, ob du was, äh, was geben willst, ne Und dann Halten sie die Klappe dann Ohne halten sie sich auch gar nicht Aber komisch, dass wir nur Englisch sprechende Leute mit dabei haben Bereite dich auf einen Angriff auf dem Westen vor Was soll man dazu noch sagen, Leute? Gar nichts Fertig, du hast genau gewartet, bis Badass weg ist, ne Ja Ich war klar, dass du fragen würdest, Typhoon Nee, ist mir zu anstrengend Dann haben sie mich wieder voll Von wegen sie wollen irgendwas haben Oder so Ich kann Bock drauf Soll mich nicht nerven Ich will hier eigentlich noch nimmer schießen Hätte ich mal bloß einen Entdecker mitgenommen Hätte ich einfach mal gar nichts gemacht, AFK Was scheiße, wenn man die Mini gar nicht mehr spürt auf dem Controller So, Drohne setzen Arrivederci Feierabend Oh, das habe ich doch gesehen Das habt ihr auch gesehen Ganz klar im Vorteil Müssen wir aber noch was abgreifen hier, ne Das Wichtigste vom Wichtigsten Ah ja Okay Bin ja mal nicht so, ne Oder sie haben mich gemutet oder sowas Das kann natürlich auch sein Oder sie sterben einfach mal alle mal Weil sie zu dämlich sind Alter, ich auch gleich Ich habe auch keine Lust hier Eigentlich mega viel zu machen Scheiße, ne Gehen wir mal was da eigentlich Rasieren wir noch die letzten hier Die Lage hat sich beruhigt Eine weitere Welle kommt bald Nix mehr über euch hier Hauptsache sie looten erstmal, ne Hallo Ach Halt's den Maul Der Modi-King ist da, Bibi Ne Was geht Nix bei dir Du bist immer noch wach Ja Das sieht so ein bisschen knitterisch an Alle, wie kommt man denn hier wo? Was ist denn hier los? Normal 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 Ich habe ja sogar Baurechte Die sind auch nicht ganz dicht Gib mir Baurechte Du brauchst edit-permissions? Good audio There you go, my friend Ja Thank you, bro Haha Hahahaha 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 Soll ich es mal 130 gefahren worden? Ein Nein, man Nein, man We need to speak English We need to speak English Okay We need to speak English We need to speak English We need to speak English What sign this Alter, ich würde es nicht machen Ne Hahahaha 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 Hast du gehört, was Typhoon gesagt hat? Hahahaha Hahahaha Ach, Moody King ist aber nicht so einer Das Ehrenmann Hahahaha 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 Was ist denn und was war noch nicht 30? Nein Alter, wofür? Du musst dir mal Werstes mal Kann dir leben Nein, nein, alles gut Danke, Monika Okay Sonst alles klar Guck mal Ja 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 Irrsinnsohn im Krankenhaus Wie Krankenhaus? Was ist das gemacht? Das war an Und vielleicht war es ja auch krank. Mein Freund hat mir den Lasszeventail geschenkt. Ich habe keinen Platz mehr. Alter, okay, ich nehme gerne was. 10.000 Wasserreden. Nein. Ein Assi. Das gibt's noch nicht. Da macht dir Sika sofort Auge. Komm her, Frau. Dankeschön. Die kannst du ja auch nicht liegen lassen, Alter. Die kommen sofort. Greifen sich. Dankeschön. Ja, ich frag dich jetzt nicht, was du dafür haben willst. Komm direkt, nimm doch direkt. Der nimmt es gleich. Ja, ich hab doch gesagt, drop die Sachen hier nicht. Das kannst du vergessen. Alle weg! Ja, warte. Warte doch mal, wo bist du denn? Da, hinter dir. Alter, ich sehe dich nicht. Lerena, ja. Toll. Dankeschön. Äh, die hat's mir vorhin... ...der Rene gegeben gegen... Ja, der... ...einen Arsch, weißt du, der hat grad geklaut. Ja, was laberst du eigentlich? Na, echt. Ich rede gleich arabisch mit dir, Bro. Ja, mach mal, mach mal, ich will hören. Boah, ich hab' mir. Nichts? Aha! andy Annam Erm. Wir bewegen. ger Cin细 an��게요 lazım ohne layering auf bulky. Ha! Geht'sXT rein. Ja, ich dahint. Ich reddete sichempöver fest. Das war έχει. Das war benutzt. Sie beschädigt! G circle. Meist. ja ich mache das nur wie meine daily quest mit anderen zusammenspielen da ich natürlich sturm schild ausgesucht weil gibt mir damals ich habe doch gesagt dass du nix den geben soll es das war klar dass er klaut erst mal punkt 1 du wofür siehst du ja aber macht doch sowas nicht so völlig unnötig für so welche idioten also was hast du denn getroppt was er aufgenommen hat natürlich erst durchgerannt ich habe es doch gesehen na ich weiß nicht also die eine sache ich habe nicht getroppt natürlich oh thank you fatig yes it was not nice guys that was very shit but moody king is too friendly ich glaube moody king war das ne dass wir wir hatten uns nie gar nicht nicht mit dir findet habe ich mal irgendwie in der mission getroffen auch schon lange nicht mehr ungewöhnlich herrste nicht du warst dass ich dann irgendjemanden getroffen in der mission die wir den ich kannte als was nicht du als ein kür fertig noch zu teilt ach du bist ja noch drin ach du scheiße also ich spiel jetzt noch eine weil das ist meine daily quest und dann bin ich raus für heute ich muss noch mal mit to die neurone gehen ich bin kein lamas mini lamas aufmachen weißt du warum ich will halt direkt zehn aufmachen ich gehe so nach unten mit meinem stick und dann kommt auf einmal so flüsteren oder so eine scheiß gruppe ich kann nicht zehn aufmachen ich kann nur eins immer ich weiß nicht was vor mori king mori king Moody King, ich will aber eigentlich wieder rausgehen. Fantik. Moody King, ich gehe wieder raus. Kein Sturmschild. Aber es müssten doch mal deutsche Leute mit dabei sein heute. Ja, ich will Sturmschildverteilung machen. Ja, da muss sich die Sache ja mal ein bisschen lohnen, ey. Auf den Nut pipi ich. Ich bin morgen wieder am Start. Jetzt geht das wieder schon wieder nicht. Ach, das ist doch ein Schuhkack. Ah doch. Ne, doch nicht. Deswegen starte ich immer wieder die Mission neu und ja. Kein Bock mehr, was? Jetzt geht er bestimmt wieder auf BR, ne? Ah, zufälligerweise Sturmschild. Und wenn ich Glück habe, dann läuft die Mission schon bis hin. Dann brauche ich nicht ganz so viel machen. Heute ist noch relativ Glück. Normalerweise kommst du immer nie rein in Sturmschilder. Das nervt immer richtig. Ja, das kann sein, dass es sowieso drei Leute sind, die da mitmachen, weil es Freunde sind. Deswegen gehe ich auch alleine los, Modi King. Weil die Wahrscheinlichkeit dann größer ist. Aber vielleicht kannst du jetzt nachjoin. Anscheinend ist Abdul Malik alleine. Ach, das ist ein Saar oder was? Tatsache. Ach, Modi King. Hallo Abdul. Hello. Der hat noch gar keinen Plan hier von dieser Base. Mach es doch mal. Ich warte. Der hat, der hat, der hat, der hat, der hat, glaube ich, ist. Hallo Abdul? Abdul steht AFK. Ja, dann machen wir. Ey, don't have to, sonst report. Nee. Aber vielleicht, vielleicht weißt du auch gar nicht, was hier Sache ist. Das ist bis 34, Mann. Alter, ehrlich? Warum ist der brutal, Alter? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ich seh's 62. Naja, aber vorher, wo ich reinig und... Ja, da hab ich nicht geguckt. Hab, 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 alles klar. Alles klar, er ist weg. Wer? Ja, er ist weg. Er ist einfach weitermachen. Ja, scheiß drauf. Eigentlich, eigentlich müssen wir ihn mit Portnay für so eine Aktion. Der stand bestimmt nur rum und hat irgendwas gemacht, oder so. Ey, da ist doch egal, der ist gut. Die können jetzt auch... Der ist so cold outside, yes. Ne, er hat gar nicht gebaut, weil... Erste Sturmschildverteidigung. Der blitzt 34er. Der hat keine Ahnung vom Game bestimmt. Der wird sich dann freuen. Oh, die haben einen Sturmschild gemacht. Ich brauch keinen Schatten, ja. Ja, spiel Überlebenden und wandel die um, wenn du's kannst. Haha. Ich schmutz dir mal jede Mision, sonst bin ich zu warten halt. Ja, oder du musst eben halt hier Meilamas auch machen, ne? Ja, ich kann keine aufmachen. Moody King will ja mal kein Arabisch reden. Ja, nein. Red mal jetzt die ganze Zeit Arabisch, bitte. Guck mal, das ist mir immer voll peinlich. Warum, Emma? Ich versteh's nicht. Ich will's nicht. Ich kann nicht mal Arabisch. Ich bin auch kein... Nein, Libanese. Ja, aber trotzdem kannst du ja wohl Arabisch. Nicht, denn ich kann gar nicht preiseln. Ich kann nicht... Doch, kannst du. Ich weiß das. Kein Deutsch, kein Arabisch, kein Englisch. Was denn jetzt nun? Ich kann nur... Chinesisch. Guck mal, das kippst nicht. Hm? Ja, wieder, ey. Ich kippe. Ich kippe. Ich kippe. Ich kann putten auf das Spiel. Das Spiel ist wie das Problem war nicht. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich hab schon alles in meinem Winter. Ich brauch' nichts mehr. Brauchst du was aus der Phase reden? Ja, alles. Alles. Glatte Effis, ich lebe alles. Ich renne dir nicht um 2.000... Äh, äh, was soll ich denn damit? Hä? Du brauchst doch alles. Ja, aber doch kein Opsi. Ich schrieb dir 2.000 Schatten, 2.000 Latte. Ich hab 4.000 Schatten und 3.000 Latte. Ja, die sind auch schnell weg. Ich bin so mit meinem Freund um sein Eventar. Ich gewinne. Mhm. Ich weiß, ich hab auch gar keinen Block noch. Achso, ich weiß, warum du bist ja jetzt hier, weil er streamt nicht mehr, ne? Ja. KingSource? Weiß nicht, KingSource? Was ist der KingSource? Das kennen sie nicht. Achso, okay, gut. Du hattest mir doch irgendwen rübergeschickt hier. Ach nee, das war Hansa, ähm, Stream, ja. Komm schon durcheinander. Der hat doch nicht das Ding. Ne, ne. Nein, ich hab das grad verwechselt mit dem anderen. Ja, ich bin dann weg. Okay, dann such ich mir jetzt kurz Freunde. Ich such mir kurz Freunde? Wie sieht das anhört? Wir sind 10 Partys, Digga. Wir sind alle nicht mehr interessiert, wie das jetzt heißt. Also ist keiner mehr drin, oder was? Ja. Na auch geil. Die werden trotzdem an der Zeit. Hä? Ist auch komisch. Okay, die Party war... Ich will mich noch was aufmachen, ich hab keinen Gold. Ja, siehst du, da kannst du hier jetzt gleich nach mir noch was aufmachen. Ich hab so viele immer noch. Ich hab, ich kann immer nur einzeln aufmachen. Das macht keinen Bock. Der ist aber wirklich komisch, warum das nicht bei dir geht. Ich kann's mal probieren, gleich. Was? Ja, um die 10 Media mal so aufzumachen, halt nicht X drücken, einfach mal probieren. Nach unten zu gehen. Ich hab die neue Woche auch auf 100 Tits. Alter. Ja, geil rausgeflogen. Ja, geil rausgeflogen. Völlig umsonst. Ich hab mir aber das fast gedacht, weil normalerweise, wenn der Lieder rausgeht, dann fliegst du auch irgendwann. Völlig umsonst gespielt. Naja, gut, wir haben ja nicht viel geschossen. Es gab ein Problem. Lass mal löschen. Hör du wieder. So, ich will mit anderen Spielen machen. Hau ab. Ich muss wieder rein ins Stummschild. Egal in welches. Wer hat Ultimate? Oder will ich sagen? Der ist richtig, oder? Ultimate, ja. Ich hab ein Stummschild für der Lieder. Welche? Twin Peaks, ja. Ne, ich hab Steinwald, 10. Ne, ich hab schon alle. Total Steinwald. Ich wollt grad sagen, das hätte mich jetzt auch gewundert. Er hat auch alle gemacht. Ja. Ich hab dich wundern, wie ich... Ich hab heute, außerdem einen dreifach Lame gekauft. Ich hab die ganze Zeit gespielt, um scheiß Millenlamas aufzumachen. Vor allem, dreifach Lame. In meinem Tentil. Kann ich jetzt weitermachen? Ich muss ins Bett. Schon gleich 23 Uhr. Ja, wenn ich dich mitnehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Stummschildverteilung ist, nicht ganz... Ich bin... Ja, du kannst ja nachjoinen. Geh ruhig dich. Ist gleich, vielleicht. Danke. Danke. Wenn man eigentlich mal... Nein, ach Quatsch. Spaß. Nein, ich will nicht reparieren, den Schutzbunker. Gib mir doch mal eine Stummschildverteidigung. Dann geht das immer so lange. Das ist doch echt nervig. Nein, nee, nee. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Erst suchen, dann zerstören. Danke, Frau Arbeit. Na, Tudi, was hat dich denn geritten? Das verstehe ich auch nicht. Was ist das schon hier für ein Bug, ey? Dass man da nicht starten kann. Das nervt mich total. Schade, dass man nicht jetzt schon verlassen kann. Das wäre es auch deutlich easier. Weil man dieses Warten und Warten und dann... Doch nicht die Mission, die man eigentlich spielen wollte. Ist das nervig. Ich will nicht. Ein überlebender Schutzburger wird angegriffen. Suche den Standort des Schutzburgers. So viele sind auch gar nicht mal online, ne? Eigentlich. Wenige, für den Freitag finde ich eigentlich, sind wenige, die gerade streamen. Abgemacht streamen. Chris Gaming, Official Steven, Gin und... Mal einen Pannablick. Gleich nochmal eine Host verteilen. An ich weiß noch nicht wen. Mal gucken, was der Zufallsgenerator sagt. Wer will denn sowas spielen? Oh, ich bitte euch. Ey, komm. Was denn überhaupt auf Endlose Straße? Das ist Hauptauftrag, ne? Boah, das nervt. Und was von. Gut, mal. Gut, mal. Gut, mal. Hallo, Mäuschen. Na, was Getränklecker, Wasser? So, bitte, bitte jetzt ein Sturmschild verteilen, bitte. Ja, jetzt hatten wir schon zweimal Fehl, jetzt müsste eigentlich mal ein Sturmschild kommen, ne? Ja, danke. Alle guten Dinge sind drei, ja? So, mal gucken, was jetzt für Pansen hier unterwegs sind. Ne, Tudi? Ja. Ja, wir gehen gleich eine Runde, ja? Mein hübsches Mäuschen. Was ist denn los? Was guckst du mich so an? Wer kämpft da rein? Das ist doch easy. Ah, ja. Er baut. Gut. Ja, Steu. Die Waffe ist so kackig. Schießt er auch mal? Oder auch nicht? Ach ja. Ach, die Gegner. Brauche ich doch keine große Waffe zu spielen. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier. Ach, der iPhone, ja. Ich werde sie noch umschauen auf tollen Pixeln. Ich bin ein Bier. 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 Du hast das geschafft. Das muss aber nicht entkommen. Stumm aufs Bett. Die Deen sind die verrücktesten. Ich sag's dir, du fatig. Troublemaker. Oh, sorry. Troublemaker. Na? Du auch noch da? Ja. Ja, der vorte Film ist wirklich lustig. Troublemaker nicht unbedingt. Auf Brutal kann man auch Steinen bauen. Aber mit Holz, ey. Die Zeiten sind ja wohl mal vorbei. Auf Brutal eigentlich, ne? Troublemaker würde ich auf jeden Fall empfehlen mit Metall zu bauen. Einmal upgraden reicht eigentlich auch. Das macht jeder, wie gesagt, auch echt anders. Es gibt auch manche, die machen auch echt so ihre Sturmschuldverteilung einfach so. Bis 10 auf Twin Peaks. Was ich bis heute nicht verstehen kann. Weil es auch echt hart ist. Aber, ähm, man sollte sich auf jeden Fall entweder andere Sturmschuldverteilung mal angucken, wie man baut. Oder sich damit mal irgendwie was reinholen. Ich hab irgendwie den Link von dir geöffnet. Zabbelt der natürlich da. Das wollten wir ja noch nicht. Ja, oh, wow. Ich hab's geschafft. Vier Lamas. Naja, immerhin. Für nichts tun. Kmetos da. Ähm, Brutal hatte ich, glaube ich, noch gebaut. Er hat also auf jeden Fall... Er hat also auf jeden Fall... ...eine Kmetos da. Da kann man mal gucken bei anderen Leuten. Och, sorry. Ich kann jetzt weggehen. Ah, nochmal ganz gut gucken. Ne. So. Ja, ein bisschen überleben in den Peamen. Ja, eigentlich geht's fertig. Wenn ich gleich wieder rausgehe, dann bin ich bestimmt wieder fit. Bei der Kälte. Oh, kein Bock. Bei dieser Kälte eigentlich. Ich glaube, ich ziehe Tule auch mal ein Männlichen an gleich. Aber muss. Muss. Es ist nicht gut. Der Hund muss raus. Nein. Die überlebenden Pea wieder weg. Ah, sowas wollte ich noch machen. Ja, eigentlich gar nichts, ne? 143. Muss man mir hier noch kaufen. Die Granatenwerfer haben wir, glaube ich, auch schon in der Sammlung. Vorteil fix. Ansonsten... Nachtglaue. Ich glaube, die habe ich auch. Ja, x-mal. Hm. Alter Qualmer. Wo ist die denn? Nachtglaue, ja. Ah, Sammlung auch schon. Also auch nicht kaufen. Okay, gut. Das ist das Einzige, was wir jetzt hier noch kaufen können. Der Vorteil fix. Der Rest ist eigentlich schon wieder völlig überflüssig. Ist so. Ne. Ne, ne. Also, ich würde da mal den Stream beenden. Wir sehen uns morgen wieder. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen... Hm. Oh, die Ende der Wochenende. Ah, ja. Werde ich mal den King Thorax heute mal fürs Vorbeischauen und Raiden oder was gemacht hat. Einen Host verteilen, ja. Lass ich mal machen. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ähm. Wieso uns morgen? Wann genau? Weiß ich noch nicht. Weil ich bin um 10 Uhr einmal frühstücken. Und... Dankeschön, Fatih. Du auch. Und Taifun natürlich auch. Aber ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Wann genau? Weiß ich noch nicht so ganz. Wenn ich ganz verrückt bin, ganz früh. Und wenn ich ganz verrückt bin, eher nachmittags, denke ich mal. Mal schauen. Also. Reingehauen. Leute. Bis dato. Bis dato.